Moin moin, hallo, herzlich willkommen zu Call of Duty Modern Warfare 2, dem neuen Modern Warfare 2, nicht das alte, das von 2022, also einfach das neue. Wir werden heute die Kampagne spielen und ich habe immer noch vor, sie komplett zu spielen, obwohl es jetzt echt ein bisschen schwierig werden könnte langsam, da es jetzt ein bisschen Verspätung gab. Ich habe es jetzt doppelt, falls irgendwas schief gehen sollte, bei Blizzard gab es Probleme. Ich spiele es jetzt über Blizzard, weil es tatsächlich gerade als ich es bei Steam fertig geladen habe, auch bei Blizzard auf einmal wieder lief. Ich habe es jetzt aber doppelt installiert, zweimal gekauft, zweimal installiert, also falls es mit Blizzard irgendwas scheitern sollte, können wir es tatsächlich nochmal über Steam versuchen. Ja, hier, damit ihr seht, ich erzähle auch kein Humbug. Äh, wo ist Steam? Ah, öffentlich Steam. Ach, jetzt braucht er wieder ein bisschen, aber ist egal. Na, da. Mach es, mach es schnell. Call of Duty Modern Warfare 2, da seht ihr es. Ich habe es auch hier installiert, also, yo, ne. Hoffen wir mal, dass es jetzt einfach über Blizzard funktioniert. Ja, das wäre schon mal ganz geil. Maximalste Grafik, neueste Grafiktreiber, bla, Gedöns, alles und so weiter. Wenn ihr hier neu seid, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da, beides hilft mir echt immer sehr, dafür danke ich auch sehr. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir einfach Spaß, ja, mit der neuen Kampagne. Wenn ihr sie auch schon spielen wollt, ihr müsst das Spiel vorbestellen, digital, keine physische Version, digitale Vorbestellung. Dann dürft ihr ab heute, dem 20. die Kampagne auch schon spielen, nur die Kampagne. Der Rest kommt am 28. Ist ja Bescheid. Okay, okay. Alles klärchen? Ich würde sagen, dann legen wir mal los. Neues Spiel, Schlag, Schlag spielen, hau raus, wenn was zu laut, zu leise ist. Ich habe ein bisschen was eingestellt, aber ihr wisst ja, wie das ist. Ist auch ein Livestream, falls ihr es im Nachhinein sehen. Also vor allem, die jetzt live dabei sind, sagt mir dann ruhig Bescheid, wenn es zu laut oder zu leise ist. Ah, sag mal so, 3, 2 und die 1 und noch nicht ganz. Oh, was nehmen wir denn? Es ist witzig, dass er uns das diesmal so gibt. Ich würde sagen, wir nehmen Soldat. Ich will es eigentlich mir nicht zu schwer machen. Das mache ich dann gerne Multiplayer lieber. Schwierigkeit gegen echte Menschen ist immer geiler als gegen KI. Und da wollen wir viel spielen, also macht euch da auch schon mal drauf gefasst. Aber ich glaube, ich lasse es bei Soldat. Ich will eigentlich eher die Kampagne genießen, die Story. Eher wie ein Film. Ja. Jetzt halte ich meine Klappe. Gold Eagle Shadow 1 ist feuerbereit. Wir verlieren hier Zeit. Verstanden, Grace. Moment. May as well haben wir Bestätigung. Watcher 1 an Bravo 07. Bist du in Position? Fast da. Okay. Da kommt ein Heli. Das ist General Gorbrani. Er ist pünktlich. Das muss man ihm lassen. Jetzt drauf da. Finden wir heraus, was der Mitten im Nirgendwo vorhat. 126 FPS, 127. 30, 80 Power. Sieht schön aus. Sieht ganz nice aus, oder? Kann man mal machen, würde ich sagen. Bis jetzt. Mal gespannt, was wir gleich das erste Mal sehen. Er ist im Visier. Was siehst du? Bewaffnete Einheiten, Panzerwagen und Hardware. Alles russisch. Was zur Hölle wollen die Russen mit Gorbrani? Sie versorgen den Iran. Waffenhandel. Haben Sie das, Shadow 1? Bestätigt. Zwei Fliegen, eine Klappe. Wir müssen Gorbrani verifizieren, bevor wir das durchziehen. Ghost, kannst du den General identifizieren? Bewaffnete Eskorte um einen VIP. Die Russen freuen sich sehr, ihn zu sehen. Wird das letzte Mal für Sie sein. Goriel. Super Goriel. Sieht schon schön aus. Ich sehe General Gorbrani. Verstanden. An alle Einheiten, Ziel bestätigt. Shadow 1, Sie haben grünes Licht für den Start. Verstanden, Kommando. Ghost, du bist in der Gefahrenzone. Das wird ordentlich knallen. Verstanden. Freigabe. Trickteam. An alle Einheiten, Shadow 1. Pakete bereit zum sofortigen Abschuss. Bereithalten für Start. Koordinaten drin. Ziel zugewiesen. Zwei. Eins. Schuss. Pakete ist unterwegs. Ich habe es noch ein bisschen leiser gemacht. Das war schon ziemlich laut. Score. Score. Booster einschalten. Schlaf rein. Auf Einschlag vorbereiten. Seite und Ziel. Fünf Sekunden. Kriminierung in drei. Drei. Verdammte Scheiße. Treffer. Ziel zerstört. Putz, 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 putz. Herein. Laswell. General Shepard. Ich kenne diesen Blick. Er ist gerade in Al-Masra. Was zur Hölle sucht er in Al-Masra? Nur einen Weg, das rauszufinden, Sir. Holen wir ihn uns? Wann? Was sagt Ihre Uhr? Wen schicken wir? Coach! Coach! Warten fünf Minuten. Roger. Die Marienblatt jetzt ein. Sie und der Sergeant übernehmen die Leitung. Der Sergeant? Soap Metallisch. Holen wir uns, dieser Bastard der LT. Das wird klasse. Oh, du Scheiße. Coach, hören Sie? Ja, Sir. Probleme? Negativ, Sir. Ende. Luftschläge treffen feindliche Stellungen bei Al-Masra. Die Aufklärung meldet, Al-Katala zieht seine Kämpfer im Tal zusammen. Sie müssen dort irgendwas beschützen. Laut Überwachung sichern die Soldaten drei Gebäude. Vielleicht ist Major Hassan da drin. Coach und Soap führen eine Marine-Spezialeinheit an, um Hassan noch heute Nacht zu erwischen. Ein Hubschrauber bringt zwei Teams an separaten Punkten nahe am Zielgebiet rein. Bravo Team, sichert und durchsucht Gebäude eins und zwei. Alpha Team, Gebäude drei. Alle Schützen haben Feuerfreigabe. Aber wir brauchen Hassan lebendig für ein Verhör. Eine Sache noch. Major Hassan ist Al-Katala's Rückhör. Wir würden ihr Leben für ihn geben. Viel Erfolg. Bravo Team geht hier raus. Alpha Team bleibt an Bord und landet weiter weg. Beide Teams treffen sich in der Mitte. Denkt daran, wir wollen Hassan lebend. Nur im Notfall töten. Yes, Sir. Ich muss aber auch mal überlegen, wenn du als Vollprofi auf den Einsatz gehst, dann kommt einer mit so einer Totenmaske da an. Das muss ich aber auch denken. Was ist denn mit dem? War falsch genau. Tja, ich sag mal, so gewöhnt euch an die Grafik. Bei Warzone 2 bzw. DMZ wird das wahrscheinlich genauso aussehen. Nice. Sehr geil. Aber kommt ja alles erst. Wird ja nachgereicht. Kriegt warum nicht mal am 28, sondern erst der im Winter. Scheiße, das war knallend. Zweite Rakete! Oh, fuck! Razor Einschlüsse ab! Wir schützen ab! Alpha, Lagebericht. Alpha, komm! Bravo! Alpha ist bewegungsunfähig. Kritische Treffer. Scheiße! Wir stehen unter direkten Besturz! Alpha, wir rücken zu Gebäude 1 vor. Durchhalten. Ghost, wir müssen die Absturzstelle sofort sichern. Zuerst Hassan. Das lenkt den Beschuss von Alpha. Danach sichern wir die Absturzstelle. Verstanden? Roger. Dann los. Okay. Lassen wir die mal... Im Stich? Das ist ja nicht so geil, Freunde der Sonne. Zum Gebäude vorrücken. Was haben wir noch? Uh. Eine MP7. Die heißt hier zwar ein bisschen anders. Und eine EBR 14. MK 14 sozusagen, ne? M1A, irgendwas, bla, gedönst. Wissen wir ja, kennen wir alles. Tür aufreichen. Durchsuchen! 15, 16. Kastorf. Baduuuuts. Dann gehen wir weiter. Einschlagen! Okay, hier ist keiner. Captain... Oh, der ist schon von uns. Zack, hätte. Zack, hätte. Das explodiert doch, oder? Hör doch auf. Ja! Passt es mit Lautstärke? Soll ich lauter, leiser machen? Ich werde es während der Videosequenzen eh neu einsteuern müssen. Da ist es irgendwie deutlich lauter. Ein Tick lauter geht, ne? Sieben, eins geht rein. Uh, sorry! Okay, der ist, ähm, ja. Ah, der ist gestoppt. Sieben, eins. Der ist gestoppt. Sie sind hier oben. Ach, ich... Ich bin... Ah, ich bin getroffen! Ah, ich bin getroffen! Oh! Fuck! Ja, den Flur hab ich doch erwischt! Was willst du denn von mir? Ah! Sieht so ein Stück weit danach aus, würde ich sagen. Puh. Das heißt, äh, kommt zu dir, ne? Ja, die Platte hat's aufgehalten. Haben die Alpha abgeschossen? Ei. Jetzt können wir die Absturzstelle sichern. Alle Bravos draußen sammeln. Ghost, Soap. Alcatala hat heftiges Zeug. Wir helfen den Verletzten an der Absturzstelle. Der Rest von euch bleibt hier und gibt uns Deckung. Roger. Alpha 02 hier, Bravo 07. Gebäude 2 gesichert. Wir stoßen zu euch. Alpha, Alpbestand! Okay, dann sichern wir mal die Absturzstelle. Alcatala erwartet uns. Verbündete! Oh Gott. Die hat's echt bös erwischt. Gut euch zu sehen, Jungs. Fünf sind tot, eine verwundet. Ich hab nur meine Waffe und kaum Munition. Helft mir tragen. Keine Zeit, sie sind hier. Visier die Baumgrenze da an. Okay, ich seh' da tatsächlich keinen. Siehst du was? Hab Aktivität. Ja. Angriff! Schützen bei der Mauer! Reck hin! Hoch mit der Waffe! Recht gehabt, Lieutenant! Sie kommen näher! Das Heck sichern! Okay, wir müssen mal nach hinten. Boah! Kommt einer näher! Ich seh' zum Teil das Mündungsweier, aber ich seh' die Leute nicht. Weiter erledigt! Kein paar hab' ich erwischt. Puh! Ich hätt' ja schon ganz gerne eher, glaub' ich, ein MG oder so'n Spaß. Ah! Man hört ganz leise, wenn man sie trifft, ne? Hä? Der Freund in der Sonne. Dies war's. Wo sind denn eigentlich die anderen aus unserem Team? Mal so nebenbei. Was ist das? Fürs Erste. Die Baumgrenze im Auge behalten. Sie bewegen sich noch da draußen! Sieben, sechs. Brauche luftnahe Unterstützung auf die Baumreihe. Wird erledigt. In Position, Männer, das war's noch nicht. 07. Luftunterstützung in drei Minuten. Verstanden. Drei Minuten. Luftnahe Unterstützung kommt. Hey! Da ist Rauch an der Baumreihe! Ich seh' ja nichts. Ja, seh' ja ein Scheiß. Schauen, ob ich meine Waffen wechseln kann. Hinterkomm! Schwer' auf die Sade an! Alter! Sieht schon geil aus! Zeit für ne Schroti, oder? Also mal ganz ehrlich, wenn Singleplayer dann schon volle Kanne. Scheiße. Eine Minute. Ach du Kacke. Luftunterstützer und auf Station! Wir sind hier wieder! Kilo 01, das waren saubere Treffer! Was das? Wie geil. Wir hätten sogar Minen legen können. Diese Fichser haben uns als Köder benutzt, oder? Die sind gut gerüstet und ausgebildet. Dank Hassan. Ei. Du hast wohl recht, Lieutenant. Ob Hassan noch hier ist? Der Absturz war ihre Chance. Mal sehen, ob sie hier noch standen. Die legen gut vor. Wo waren denn die anderen eben gerade, als wir da gekämpft haben? Da haben wir eigentlich nur zu zweit, zu dritt gekämpft, ne? Die Flieger sind noch auf Position. Haltet sie in Reserve. Wir gehen rein. Roger. Kann man machen, oder? Sichtkontakt bei Gebäude 3. Das ist unser Ziel. Hassan könnte da drin sein. Hahahaha. Nichts da. Hede Freundchen. Mehr Scharfschützen auf dem Dach. Schalte sie aus. Verluste? Sieben Fünf am Boden. Wie zum geilen Radio. Hab ihn aber, glaube ich. Alcantara hat Nachtsicht. Wir sitzen auf dem Präsentierfeller. Hab noch einen. Hupen Schuss. Gib uns Decken Schaub. Rücken vor. Das ist ja ziemlich scheiße hier. Alcantara hat sich hier verschanzt. Wir überwachen was richtig Großes. Wir werden hier draußen ausgerieben. Ohne Luftunterstützung. Kommt hier nicht durch. 7, 6. Ob das Gebäude feiern. So fahrt. Ghost. Wir wissen nicht, ob Hassan da drin ist. Wir haben keine Wahl. Trifft das Gebäude 7, 6. Aber zerstöre es nicht. Es braucht so eine Deckung. Vollere Beschuss auf das Gebäude vor uns an. Nicht einstürzen lassen. 7, 6. Verstanden. Wir fliegen los. Schnell zur Mauer. Bewegung. Geh mal drauf. Ein herrlicher Anblick. Alter. Waffengefühl. Skol. Der Körnern istriskot. Skol. Der Körnern ist wie eine Luftunterstützung. Ich werde auf Wasser, als noch in einer Fischigen. Wir brauchen nicht hier. Eheres Stücke tun sie und auch oft. Das erleichtert die Suche. An alle Bravo's. Vorrücken und das Gebäude sichern. Siedem. Verrat. Ahohoho. O verdammt. Was soll der? O verdammt. Zeit für ein RPK, ein Betreuung-Magazin. Okay. Boah, wie die das Gebäude zerlegt haben. Sieht gut aus, glaube ich. Das sieht schon geil aus, oder? Also mal ganz ehrlich, das ist schon nice. Ich habe zwei Ziele, nicht Hassan. Ausstattung. Sicher, Hassan ist überall. Überall nur hier nicht. Hm. Ziel eliminiert. Cool gemacht. Dass er da unten durchschießt. Eine erledigt. Er war hier. Das ist eine verdammte Kommandozentrale. Sieh dich um, Soap. Zum Glück liegt er was für uns parat. Da. Hassans Uniform. Also war er hier. Haben ihn beim Sichern der Absturzstelle verloren. Soll das heißen, wir hätten nicht helfen sollen? Entscheidungen haben Folgen. An alle Bravos. Hier draußen tut sich was. Bin unterwegs. Okay. An alle Bravos. Draußen sammeln. Wenn Hassan weg ist, was zur Hölle beschützen sie dann noch? Finden wir es heraus. Wir werden es rauskriegen. Finde ich auch. Ich will es denn hier noch rauskommen. Ist ja eh alles kaputt. Wenn man so Glaserschießen kann. Ja, das ist schon ganz geil. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Ich bin geflasht, Mann. Ich muss mir so reinziehen. Rolltor ist offen. Hab drinnen was gehört. Verstanden. Sichern wir es. Aber Kontakt. Na, kontrollier deine Ziele. Oh, der war dicker gepanzert. Oh, wie cool die auch aussehen. Das muss man jetzt schon echt lassen. Das sieht schon echt ganz hart aus. Mini-Bug. Mini-Bug. Ihr wisst, was das ist. Ah, ich werde hier hochgeschoben. Ich werde hier hochgeschoben. Na? Wenn das mal keine Beisen ist, dann weiß ich aber auch nicht weiter. Was verdammt ist das? Alles auf Englisch. Heilige Scheiße. Erstmal ein Hebelbezüglich. Ich bin da dagegen. Ein mobiler Werfer. Wir fliegen tausend Meilen. Locker. Wie kommt der Iran denn an solche Technik? 7-6. Verbinde uns mit Laswell. Roger, Moment. Bravo, 7-6. Charlie and Watcher 1. Hans, bitte komm. Hier, Watcher 1. Ich höre. Hoi, Brübel. Laswell, hier Ghost. Wir haben etwas. Hoffentlich ist das Hassan. Ghost. Seht ihr das hören? Ghost, habt ihr Hassan? Negativ. Hier ist ein Waffenlager. Hassan hat Raketen. Amerikanische. 0-7, hier Gold Eagle. Wiederholen Sie das. Ich wiederhole. Hassan hat amerikanische Raketen. Okay, alle raus. Heute noch, wenn ich bitten darf, raus. Shabat, den kennen wir doch noch. Der Iran hat jetzt Raketen amerikanischer Bauart. Amerikanische Waffen in Al-Katalas Händen. Hassan verteilt einfach so unsere Marschflugkörper wie Bonbons an Halloween. Und wir kriegen das nicht mit? Gib dem Iran glaubhafte Abstreitbarkeit. Abstreitbarkeit am Marsch, das ist die Handschrift vom Iran und ich will wissen, wie viele sie haben und wo sie sie einsetzen wollen. Wenn Hassan Raketen verschiebt, dann mit einem Partner. Nun, dann wäre es vielleicht klug zu wissen, wer das ist. Mein Team braucht zwei Stunden für die Raketen, Sir. Dann kenne ich jeden, der sie jemals berührt hat. Negativ. Sie werden zerstört. General, das sind wertvolle Daten. Das ist ein Geheimdienstversagen, Leswell. Es wird kein taktisches werden. Da werden 500 feindliche Soldaten vor Ort sein, wenn die Sonne aufgeht. Wir haben keine Zeit. Gold Eagle hier an Ghost. Evakuieren und Beschuss anfordern. Diese Waffen werden zerstört. Alles klar, Kommando. Amsterdam. Was zur Hölle hat Amsterdam damit zu tun? Sie will einen schmökern. Häfen und Kanäle sind ungesichert. Der Iran hat dort Freunde. Und wir auch. Wen? Den Käpt'n. Er verfolgt eine Alcatala-Zelle. In diesem Moment. Und ich dachte, sie bringt mir heute nur schlechte Nachrichten. Ich kontaktiere ihn und kümmere mich darum, Sir. Kate Laswell wieder im Einsatz? Ich will das vom Tisch. Ohne Fehler. Sehe ich genauso. Kate. Ich will den Kerl mit Schleifchen als Geschenk verpackt. Und bis dahin bleibt das unter uns. Natürlich, Sir. Yes, Sir. Danke, Filmo. Übrigens für die Spende. Ich hab's gesehen. Ich geh gleich genauer drauf ein. Das ist nur sehr actionreich, gerade. Knapp eine Stunde. Wo bist du jetzt? Kanal. Unter einer Brücke. Beobachte ein Alcatala-Boot. Befördert es ein Raketencontainer? Negativ. Das hier nicht. Hoffentlich führt es uns zudem mit der Ladung. Ich melde mich. Gas. Alles klar? Bereit, Captain. Folgen wir ihm. Ich war in Amsterdam. Ich würde da niemals in den Grachten schwimmen gehen. Niemals. Da pinkelt doch mehr Tourist rein als alles andere. Alles klar? Les Wood in Position. Okay, John. Was hast du? Alcatala belädt hier ein Frachtboot. Das ist das Ziel. Geht an Bord und findet raus, mit wem Sie arbeiten. Roger. Das Gelände wird bewacht. Ja, wir sind lauter Wachen an den Docks. Ihr müsst sie beseitigen und euch zum Boot begeben. An die Arbeit jetzt. Ende. Okay, trennen wir uns. Ich übernehme draußen. Du sicherst die Docks. Schön leise. Wir treffen uns beim Bord. Check. Dann los, Cap. Noch raus. So, jetzt haben wir Zeit. Also, danke, Filmo. Für deine Spende. Vielen, vielen, vielen Dank. Happy Release Day. Oh ja, mit etwas Problemchen. Aber jetzt scheint es zu laufen. Gut gemacht, Boss. Wasser ist cool. Das sieht schon echt schön aus. Noch einer beim ersten Bier. Ausdruckte. Und ja, ich freue mich auch tierisch. Ja, auch Happy Release Day. Wir können Ärger machen. Leise ausschütten und zum Boot vorarbeiten. Erledigen wir das. Feind am Boden. Gute Arbeit, Sergeant. Bin oben. Bleib nicht zu lange da oben. Captain, ich habe eine Waffe. Kühlen Kopf befahren. Okay, dann wollen wir mal. Sieht schon toll aus, oder? Ist schon geil. Kann man schon nicht anders sagen. Für alle, äh, Ries, ja. Jeder, der eine digitale Version vorbestellt hat, kann heute schon die Kampagne spielen. Jeder. Leider unentdeckt. Okay, wir müssen hoch. Ich glaube, wir können den Rest auch so ein Stück weit schwimmen, so wie es aussieht. Du hast Steichmission. Boah, Steichmission ist das geilste. Sag mir die Sniper-Mission bei Modern Warfare 1 damals. Jetzt haben wir ein Problem. Anscheinend haben sie dich verloren. Nicht unvorsichtig werden. Watcher 1 ein Bravo. Lagebericht. Hinter dir sind Wachen. Umkreis sie und hol sie dir. Sicher alle Docks. Hier muss alles sauber sein. Oh, fuck. Feind am Boden. Sehr gut, Gas. Gas, nimm dir das Patrouillenboot vor. Hab noch einen. Hahaha. Viel Munition haben wir aber nicht. Alcatala hat noch ein Patrouillenboot. Hol es dir. Ja, ich glaube, das machen wir auch übers Wasser. Die haben wir. Das war das zweite Patrouillenboot. Oder noch nicht ganz. Es scheint nebenan zu sein. Ja, das Patrouillenboot könnte ein Problem sein. Okay, näher ran, näher ran. Zwei Leute haben wir. Dem habe ich sowas von Hedder gegeben. Ich habe dem Rechten so dermaßen Kopfschuss gegeben, damit er dabei war. Aber das war ich gar nicht so schlecht. Wir haben noch ein Stück weit ruhiger. Ich dachte, das geht so weit halbwegs. Ist doch cool, dass hier auch Müll drin rumschwimmt und sowas, ne? Das ist halt Amsterdam. Verdammter Mist. Der Wahnsinn. Ich dachte, die wären weiter links rum. Na dann. Dann. Hm? Das ist schon ganz cool. Das ist schon echt ganz geil. Okay, das Boot scheint sich zurückzuzählen. 33 Meter. Ja, ich bin beim Frachtboot. Komm her, sobald du kannst. Aber bleib wachsam. Passt, passt. Na dann mal Hoppchen. Ich versuche mal noch ein bisschen Munition mitzunehmen. Ah, ja, 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 ja. Weil ich hatte nämlich nicht so viel. Oh, yeah. Okay, hier müssen wir... Ich bin beim Frachtboot. Komm her, sobald du kannst. Aber bleib wachsam. Dass der mir nicht mal ein bisschen Rückendeckung gegeben hat. Ich bin gleich da, Sergeant. Gehen wir an Bord des Boots. Du hast verschlossen. Das ist auch normalerweise so der Sniperboy. Der hätte ja mal ordentlich einen raushauen können die ganze Zeit. Wir gehen jetzt an Bord. Verstanden. Berichte mir bitte. Verstanden. Berichte mir bitte. Roger. Ende. Hör mal. Spanisch. Klingt ganz so. Rett. Kann losgehen. Hahaha. Weil ich bleib mal bei der leisen. Sieh mal. Las Almas. Mexikanisches Kartell. Was verdammt machen die hier? Was wohl? Iran nutzt ein Kartell für den Transport. Gib mir einen Namen, John. Las Almas. Hassan arbeitet mit den Narcos. Moment. Geil, dass er einfach so die Tür aufgemacht hat. Ja, ohne mir richtig was zu sagen. Und da stehen auf einmal drei Leute vor mir. Na, vielen Dank aber auch, Captain Price. Danke, Christian D. für deine Spende. D. Ich danke dir. Ich danke dir. Und schönen guten Abend. Na gut, wenn wir schon mal laut sind. Warte. Warte. Nein Telefon. Nimm es. Jetzt kommt hier alles mögliche zusammen Ah, der hat das Telefon dabei Danke auch Brübär Jetzt sehe ich es erst Ich habe mich schon gewundert Danke auch Brübär für deine überaus Geruchszügige Spende Mal einen kleinen anfassbaren Dank für die Unterhaltung Ich danke dir Brübär Und ich danke dir auch für das ganze Mitspielen Vielen, vielen, vielen Dank Und danke auch für die Überaus großzügige Spende Zeige ich das Geld schon wieder drin Für die Spielversion Ganz locker sogar Ist da sogar schon noch ein Döner mit drin Ich danke dir Brübär Ich danke dir sehr Und habt Spaß Hoffentlich So wie ich hier dran gerade Vielen, 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 vielen Dank Und danke auch nochmal Christian D. Danke euch beiden Oh, gucke mal Euronen Ne, da sind gar keine Euronen Sind das Pfund oder was soll das sein? Ich glaube Naja Ich glaube das sind Rubel, oder? Ich sehe da glaube ich irgendwas kirillisch Achso, ich dachte ich hätte schon Mist Das Kartell trifft sich mit Alcatala Laswell Such Kaffee Gracht Irgendwas passiert da gleich Wann? Eine Stunde Kaffee Grala Hm Jetzt wird erstmal ein kleiner Latte getrunken Verzählt das Ich glaube ich habe kirillisch irgendwas gesehen Bravo 6 an Watcher 1 Bin im Café in Position Zwei am Tisch auf 3 Uhr Einer vom Kartell Ein Iraner Wie gemütlich Was treiben Sie? Eine Transaktion durchführen Elektronisch Positiv Das Kartell kriegt für irgendwas Geld Finden wir heraus wofür Wachen? Wir rohre Die knöpfe ich mir vor Hab nicht den ganzen Spaß alleine Verstanden Kommen in deine Richtung Spritze Gift? Nicht tödlich Es setzt sie nur außer Gefecht CIA-Scheiße Willkommen in meiner Welt Benutzt die Nadel für die Wachen Und wir verpacken unseren Freund Und du? Ex für Sag wann Roger 06 Lagebericht Besprechen Abläufe Wann brechen Sie auf? Heute Nacht Bleib an Ihnen dran Wir müssen wissen was es ist Und wohin es geht Verstanden Cool gemacht Okay wir folgen hier bis zum Meeting Moment Zwei Kartellwachen am Ende der Brücke Absichtkontakt Halte deine Waffen versteckt Mal sehen ob sie sich aufteilen Du 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 Glück gehabt Einer geht In meine Richtung Ich vorgehe Ich nehme den auf der Brücke Unterwegs Hey langsam Kumpel Einer zu viel was Ausgeschaltet Brücke ist sicher Gute Arbeit Gute Arbeit Bei mir sammeln War Giants Die Fracht ist menschlich Ein VIP Unterwegs in die USA Wer John? Major Hassan Ziani Himmel Das heißt er ist in Mexiko Also können wir ihn noch aufhalten Wir müssen unseren Kartellfreund Auf ein Gespräch holen Wenn Hassan eine Rakete Auch nur in die Nähe der USA bekommt Gibt es Tote Was ist der Plan? Da sind überall Wachen bei ihm Das Gebiet ist noch nicht erkundet Es könnte weitere Wachen geben Wir haben keine Zeit die Gegend zu inspizieren John Wir brauchen eine Ablenkung Ich habe eine Idee Treffen beim Café Okay Was zum Teufel ist das? Täuschgranate Wird klappen Zurück zu Laswa Ziehen wir das durch Okay Ja ja ich war auch in Amsterdam Krachten bewundern Aber mit mit Stadtsweets verhuhr hatte ich nicht so viel am Hut Das kann ich euch sagen Gass kommt zurück Ich habe einen Ort dafür In die Gasse rein Sobald Panik ausbricht Wird das Kartell ihn wegschaffen Da komme ich ins Spiel Auf dein Zeichen Gass Ich glaube da hat jemand die Pistole gesehen Wo ich die eigentlich ja auch nicht zu denen gezeigt habe Da stand nicht wie ich die los schießen kann In die Gasse rein Sobald Panik ausbricht Wird das Kartell ihn wegschaffen Da komme ich ins Spiel Auf dein Zeichen Gass Ah Ich muss sie direkt platzieren Ich glaube ich schmeiße die da einfach rein Es wird laut in der Hand Gass die Wachen kommen Schalte eine aus Ich nehme die andere Die Wachen sind erledigt Bin unterwegs zu dir Captain Ich habe beide Ich besorge Evakuierung Wir treffen uns bei der Brücke Okay Fällt den Der hat auch nur eins zu viel gehabt Der hat auch nur eins zu viel gehabt Schnauze Mitkommen Watcher 1 Paket gesichert Sind unterwegs zu dir Es steht Kartell hinter uns Oh Ich dachte Ich dachte Der zieht eine Waffe Wollte ich es denn mit dem Kollateralschaden Da muss doch Der Kollateralschaden erlaubt sein Oder Von wegen sie nimmt die andere Schnauze Schnauze Mitkommen Watcher 1 Paket gesichert Sind unterwegs zu dir Bestätigt Kartell hinter uns Deckung Sergeant Okay Wir werden beschossen Drei Feinde südlich von uns Na gut Dann weniger Rücksicht Schneller schießen Ich verstehe Okay Dann mal ran mit dem Schmuckstück Gratis Gratis Was ganz geil Dass man tatsächlich wenig aushält Also Ich find's prinzipiell gut Muss sich einmal nur dran gewöhnen Und ihn abfangen Wir wecken ihn auf Und plaudern mal Wird er reden? Ich kann sehr überzeugend sein Colonel Vargas Station Sie flaswell Ich dachte wir wären schon beim Du Das muss erst sein Ist es Ich brauch Hilfe Alejandro Ich höre Das Las Almas Kartell schmuggelt Einen iranischen Terroristen Über die Grenze Laswell Terroristen kommen nicht Über die Südgrenze Wir wissen das Sie wissen das Und genau deshalb machen Sie es Wir müssen das verhindern Wer ist mein Ziel? Major Hassan Siani Okay Wann? Heute Nacht Ich hab eine Drohne angezapft Aber alles im Blick Da unten tut sich was Alejandro Migranten sind im Wasser Der Grenzschutz ist ausgerügt Narcos nutzen Migranten als Ablenkung Sie könnten gerade Hassan wegbringen Okay Ist das FBI involviert? Eine Stunde entfernt Momentan liegt alles bei euch Bereithalten Rodolfo Vergiss diese Migranten Das Ziel bewegt sich Sie sind wohl in einem Boot über den Fluss Suchen wir es Gute Idee Wir sind dran, Borja Alejandro Lass Hassan nicht über die Grenze Verstanden, Ende Kommt er rüber? Ist das die Zuständigkeit der USA? Dann müssen wir das wohl verhindern Oder auf US-amerikanischer Seite Spielen wir dann halt einen anderen Der das macht Da gibt es ja mit Sicherheit auch noch Wie den einen oder anderen Aber was jetzt Geil Da, Nordseite Das ist der Boot Stopp hier Oje, escucha Das Kartell verletzt Hassan schnell Wir kriegen sie noch bevor sie drüben sind Entendido Die Mauer ist vor uns Bereit machen Das Las Almas Kartell Kooperiert mit dem Iran Das ist neu Und wenn Hassan rüberkommt Taktikänderung Taktikänderung Ich zähle vier Feinde Macht das Licht aus Ich sehe Hassan Auf der Mauer Wir dürfen ihn nicht verlieren Wir müssen eingreifen Ja, ich nehme auch schon die Leiter Sichtkontakt Negativ Er ist weg Dann verfolgen wir ihn Na los Bibi, er ist weg Und dann verfolgen wir ihn Das Kartell wird ihn zu einem Lagerhaus In der Stadt bringen Wir müssen es finden Roger Hassan hat ihr mehr Freunde als wir Pass auf Coole Sache bis jetzt Coole Sache Danke auch Notaus Für deine Spende Von Prototyp zu Prototyp Sagst du, ja Ich danke dir Ich danke dir Notaus Spezielle Anzeige Habe sie bitte drinnen Das Haus an der Ecke Wunder mich, dass er uns nicht schon die Beine geballert hat Geh an die Tür Geh an die Tür Spezielle Einheit Spezielle Einheit Schlaf's immer sicher Weiter Hast du einer gerade rausgespuckt? Runter mit der Waffe Treten Sie zurück Okay Nicht schießen Nicht schießen Die Männer, die hier durchkamen Wo sind die Chien? Der Wölfow, los geht's Aja, 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 aja Hassan ist weg Wir müssen los Roger Wir sind an der Ecke Flores und Barajas Ziel bewegt sich festlich zu einem Lagerhaus Verstanden Ich schicke die örtliche Polizei Roger, Ende Kartell patrouillieren Schalte sie aus Okay Ich schaffe eine Schrote dabei Wenn es noch näher rangeht Geht's los Moment, der ist so eine geile MP Ich will die anhaben Nicht lange Spezielle Einheit runter Zum Teufel Verschwindet aus meinem Haus Ich will dem nichts tun Ich suche jemand anderen Der Mann, der eben hier durch kann Wo ist der? Hey, ganz ruhig Hände hoch Ey, ey, ey Das ist ein Schrote an der Wand Keine scheiß Bewegung Antworte Rechte Seite Er ist zum Lagerhaus gerannt Welches ist das Ah, Merda Roger Schicken Sie Hilfe Ein Zivilist ist verletzt Rodolfo, auf geht's Roger Welches Haus ist das Ziel? Fangen wir mit den zweistöckigen blauen an Warum? Das Überwachungslicht ist gerade ausgegangen Tu einfach, was sie sagen Wir klären das Lokale Polizei Lasst uns an Bord gereicht Schneide ich ab Kapiert? Vortreten Ich will deine leeren Hände über dem Kopf sehen Ich hab kein Problem damit, dich zu erschießen König Alejandro Vargas Speziellenheit Wir verfolgen eine Terroristin Gomez, warte Das sind Ihre Leute Ist schwierig, euch vom Kartell zu unterscheiden Wo ist euer Verdächtig? Wir haben ihn zu... Alter Alter Ich versperre die Ausgänge Geh rein Ich übernehme die Außenseite Alles klar Na dann Glendgranaten haben wir Uiuiuiuiuiuiui Geh in den ersten Stock Achte auf Flüchtige Oh, guck mal Die haben hier Geld mit drin und sowas Bewege mich zum letzten Korridor Erster Stock Er sitzt in der Falle Scheiße Verbrennt alles Weißt du, wer ich bin? Du bist ein Terrorist, Pendecher Ich bin Soldat Und hier, um zu kämpfen Nein Lass ihn brennen Wie Gorbrani brannte Was ist denn mit unserem Mate? Darum hilft er uns nicht? Hey, ich geh rau Wie ist dein Status? Koronel nicht Ich komme nicht raus Koronel, wo bist du? Hör zu Hassan ist nicht hier Wie es aussieht, bringen sie ihn weg Bruni Etwas überquert den Atlantik Es ist ein Schiff Es liefert irgendwas Knapp knapp, würde ich sagen Hassan steht wieder in Las Almas unter Kartellschutz Mexikanische Spezialeinheiten haben bestätigt Hassan schafft was Großes Richtung US Es könnten Container mit Raketen sein Wir wissen nicht wie viele Und kennen die Ziele nicht Deswegen müssen wir Hassan fangen und zum Verhör bringen Union Wir schicken Soap und Ghost mit der nötigen Unterstützung Um sich den mexikanischen Spezialeinheiten anzuschließen Wir können keinen Krieg in Mexiko starten, General Natürlich nicht Ich beauftrage Philip Graves und seine Shadow Company Söldner als Unterstützung Mit ihren Einsatzregeln können wir das leichter durchziehen Verstanden, Sir Finden wir Hassan Söldner? Alles klar Verstehe, verstehe Finden wir Soap Nenn mich Soap Prätenent Lasst mal Sakt, alles sagen, Ghost Eigentlich glaube ich, es wäre ihm lieber, wenn... Das ist genug Willkommen in der Santa Zelen Ich war noch nie in Mexiko Das ist nicht mehr Rico Das sind Las Almas Shepards Auftragnehmer kommen als Verstärkung Sie bringen Hardware, Sie brauchen Platz Meine Basis gehört aus Wo ist Hassan? Kartellunterschlupf, zehn Kilometer Das ist mein Steilvertreter, Sergeant Major Rodolfo Parra. Calle. Häuser Truck, viel bewaffneter. Hey, hey, tranquilo. Es ist normal hier. Waffen auf der Straße sind in Sache der Polizei. Wo ist die Polizei? Nun, Las Almas hat ein ernsthaftes Problem. Nur noch wenige hier vertreten das Gesetz und wer sich gegen die Korruption stellt, verschwindet. Was ist mit dem Militär? Unsere Ausbildung ist gut. Also rekrutieren die Narkos-Soldaten. Und euch nicht? Wir sind von hier. Wir sind los Paqueros. Die Cowboys. Wir lieben die Stadt. Wir würden für sie sterben. Kinderwaffen und Ballons. Mal was Neues. Die Narkos wollen so die Leute für sie gewinnen. Sogar die Kinder? Ganz besonders die Kinder. Was steht auf den Tüchern? Marco Mantas. Kartelldecke. Warnungen von Elsin Nombre. Markierung für San Revier. Die Straßen hier sind voller Tod. Cool. Wer ist Zinn Nombre? Elsin Nombre. Der Namenloser. Der Anführer des Las Almas Kartells. Wo finden wir ihn? Gar nicht. Keiner weiß wer er ist. Aber er ist überall. Und das ist die Schwierigkeit. Aber die Vaqueros mögen es für dich. Mit deiner Maske hast du gut hier reinkaufst. Oje, calma da. Kontrollpunkt von der Armee. Nach rechts. Wir weichen uns. Wieso? Einige Truppen gehören zu Elsin Nombre. Wie ich sagte, er ist überall. Das hat Elfer seit Kassan in einem Dorf hinter dem Fluss. Hoffentlich ist er da auch. Team Führer. Bei mir sammeln. Feuerschlager mit Vaqueros. Hat ein bisschen was von Narcos, ne? Von der Serie. Weißer zweistöckiger Bau am Stadtrand. Oh, endlich mal geile Waffe. Kopiado. Zwei rückt vor. Sie sind am Boden. Vorwärts. Preparado. Aua, la madre. Yeah. Guck mal wie die P90 aus. Sieht mit einem ultralangen Schally da vorne dran. Perdimos hombres. Sicher. Sicher. Sicher das Haus. Dann holen wir uns Hassan. Das Quartell wird ihn schnell wegschaffen. Dann sind wir schneller. Achtung. Sie sind bereit. Rechts. Waren gesichert. Yeah. Geil. Kein Anzeichen von Hassan. Sicher. Was ist mit den Familien hier passiert? Dass er die Blätter auch durchgegangen ist. Und sie fliehen. Hattet dich bereit. Na dann. Warte. Victor Dos, SS-1-1. Despliega Humo. Estamos mudando al exterior. Kopiado. Lanzando Granada de Humo. Wo ist deine Familie, Alejandro? Ich halte das geheime, Bruder. Zu ihrem Schutz. Wir haben Tarnung. Los jetzt. Wir haben sich Hassan versteckt. Reiß den mit Gängewehr. Wir haben sich Hassan versteckt. Reiß den mit Gängewehr. Wir haben sich Hassan versteckt. Wenn Hassan hier ist, dann in diesem Raum. Sicher in den Raum. Ich gehe in den Längen. Den habe ich auch erwischt. Okay, okay, okay. Wir haben Hassan in der Enge, Rinder. Kein Hassan. An alle Viktors. Zielgebäude ist sicher. Negativ bei Hassan. Nennen Sie dort. Moni, nice. Wir müssen verleckt haben. Wann? Nur kurz. Schutzeinheiten. Seine Flagge. Er war hier. Alejandros Impos war gut. Commandante, die Armee kommt. Scheiße. Was ist los? Die Armee. Wir kriegen Verstärkung. Negativ. Neutral. Rücksung sofort. Verstanden. Was sollen wir tun? Meine Männer lecken. Sind Sie sicher? Rücken wir ab. Du meinst wir gegen die scheiß mexikanische Armee? Nicht direkt. Diese Truppen arbeiten für das Kartell. Okay. Sie helfen dem Kartell, Hassan zu beschützen. Nicht teuer. Wir verschanzen uns, bis meine Männer schieße sind. Mehrere Fahrzeuge. Truppentransporter. Leicht gepanzert. Uncool. Lasst sie rankommen. Ja, wie weit der noch? Ich kann doch schon nichts schießen. Oh Gott, die haben noch Schilde und sowas, ne? Feuertrei. Sie sind gepanzert. Auf die Helmesziele. Die sind schwach. Sie setzen Schilder ein. Benutzt eine Nagel. finns noch mit Schilder. Hervor Lanetit zu erstaen. Oh, ist das cool, cool, oh, ist das geil. Ich will auch, ich will auch. Sieht das cool aus, wenn man da schießt und so. Danke auch Michael G. für deine Spende. Danke für die tolle Action, ich geb mir größte Mühe, so ist es nicht. Nichts da, nichts da. Danke, danke Michael. Das ist schon fett. Das ist schon ziemlich geil. Ja... Das MG ist einfach echt geil. Ich weiß nicht mal, ob diese Bild gedöhnt ist, das ist vom Spiel, ne? Das ist nicht von mir oder so. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder irgendwie... Ich glaub schon sogar, ein Stück weit. Nein, kein Funkkontakt. Ruta A, dann weiter, hirn du uns. Die Berge blockieren den Funk. Ob dein Mann durchgekommen ist? Hoffen wir das. Wie lautet der Plan? Am Fluss ist eine Brücke. Dort evakuieren wir. Fast leer! Ich hab die Munition! Raketenwerfer! Die kam! Aiaiaiaiaia! Aiaiaiaiaia! Ich glaub, wir haben sie. Jemand getroffen? Negativ. Wir können weiter! Was hat noch funktioniert? Ja genau, wenn man Schaden bekommt, diese Bild-Effekte. Ich glaub, da ist ein Bug mit vom Spiel, dass es da so komisch... Sieht ja nicht mal ganz schlecht aus, ehrlich gesagt, aber wenn es zu viel wird, ist es natürlich irgendwie komisch. Genau, ich habe die Kamera getroffen, das ist es halt. Ja, ja. Ach, geht schon, ne? Alter. Na, machen wir da doch mal. Hier jetzt die Weitsicht und sowas, ne, vom Plague Tale Requiem. Da würde das hier nochmal besser aussehen. Na dann. Kommen sie oder kommen sie nicht? Okay, ich soll noch weiter nach vorne. Ich hätte ein bisschen rumgeschubst die ganze Zeit, kann das sein? Da kommen noch mehr. Goi, 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 ist es Spaß zu schießen, hierbei. Fett. Echt, echt geil. Warum haben sie uns denn nicht den geilen Heli da gelassen? Nachbar ein 762, naja, wir wissen alle, was das ist. Blankrad hat ein RPG, was ist denn da? Oh, yeah. Na, erstmal die hier mit. Macht's, Nuka, viel Spaß, sollen sie selber spielen. Immer seine Muni klauen zwischendurch, wuhu. Und hier gespielt. Bis die Kartelle gekommen sind. Ja, die Narcos haben alles verändert. Eieieieiei. Die sollen wir jetzt wirklich komplett runter, ja? Scharfschütze, Bewegung! Ausliegen! Scharfschütze am Boden! Verdammt guter Schuss, Kumpel. Das Spiel ist brandneu, exakt heute rausgekommen. Die Armee verfolgt uns immer noch. Wir werden nur den Gutmacher. Bewegung, Sergeant! Da war noch Esmeralda. Ei, ei, ei. Du hast uns in eine Sackgasse geführt. Wir springen von hier. Verliere deine Waffe nicht. Du bist dran, Sergeant. So, wenn wir hierbleiben, sind wir tot. Springen! Na gut. Alles klar. Atme noch. Den Fluss runter zur Brücke. Die Felsen aus Deckung nutzen. Und cool. Wenn der Sniper noch da ist, sind wir eigentlich ziemlich am Arsch. Ist so geil. Guck mal, da ist ein Fisch. Geile Sache. Ich werde weggetrieben, ne? Es gibt Strömung. Das ist ganz cool. Ist das Ding toll. Macht das Spaß. Ja, ja. Das wird wahrscheinlich Blut sein oder sowas. Es gibt ja auch immer diese Anzeigen quasi, aus welcher Richtung du beschossen wirst. Da hast du immer so Halbkreise. Vielleicht auch das irgendwie so ein Stück weit. Aber ja, ja. Ich denke mal, das sind... Ist halt quasi Baku Baku. Der Fluss brenst uns, Kumpel. Da vorne wird es flacher. Schwimm weiter. Bewegung! Das ist ein Fisch. Ja. Müssen wir auch nochmal umdrehen, würde ich sagen. Um den wir zu nehmen. Fahrzeuge auf der Brücke sind nicht von uns. Scheiße! Die Armee! In Deckung! Wir müssen nicht hierbleiben und evakuieren. Gegen diese Folsterung richten wir einen Scheiß aus! Ja, das ist jetzt echt ein bisschen Arsch. Bist du, hätte ich mal das mit dem Basier behalten? Hier ist Shadow 1. Greifen die Brücke nördlich auf der Position an. Nachfeuer! Wer hat sich geläst das? Commander Graves, Shadow Company. Sie gehören zu uns! Scheiße! Ich habe auch den ersten Call of Duty Teil gespielt, Philipp. Schön, ne? Über die Volga rüber und so. Und die Stukas kommt an. Boah, war das damals mega geil. Das ist eigentlich heute auch noch geil. Das Spiel wäre aber meine Güte, ne? Also, da geht schon was. Wir haben ein Fluchtfahrzeug gefunden. Verstanden. Achtung! Womöglich haben wir Hassan geortet. Zwei Kilometer nördlich eurer Position. Das ist Kartellland. Sie haben dort eine Anlage. Alle rein! Shadow 1, bereit halten! Los geht's! Achso, das sah so aus, als wenn sie eine vordrängelt. Ja! Tüten wir den Mistkerl ein, Graves. Verstanden. Wir stoßen unmittelbar zum Ziel vor. Shadow 1 endet. Na los, die Geschosse ins Rohr! Ja, Commander! Ja! Kuss auf die Anlage! Ich liebe es, wenn du sowas selber steuern darfst. Offizier, eine Hand auf den Knopf. Wir fangen gerade erst an. Verstanden! Pilot, Sie haben die Kontrolle. Vor Ort umkreisen Sie das Ziel und bringen uns ran. Zög! Funk, ich will General Shepard. Ich bin dabei. Shepard ist lang, Sir. Gold Eagle, hier ist Shadow 1. Hören Sie mich? Laut und deutlich, Shadow 1. Sprechen Sie. Ich musste Ihre Jungs retten. Zum Glück haben Sie Freunde ganz oben. Dafür sind Sie da. Und jetzt die gute Nachricht. Wir haben was. Zu Hassan. Sind im Anflug zur Zielposition. Wir holen uns den Bastard für ein kleines Gespräch. Das wollte ich hören. Berichten Sie, wenn Hassan im Sack ist. Alles klar. Ende. Alle Shadows herhören. Die Jungs da unten. Mexikanische Spezialeinheiten. 1-4-1. Sind jetzt eure Brüder. Sie gehören zu uns. Erledigen wir das, ja? Ja, ja. Okay. Ghost Gears, Shadow 1. Wir sind jetzt über der Anlage. Warten auf Sichtkontakt. Shadow 1, Bravo 07. Wir markieren unsere Position mit dem IR-Laser. Over. Verstanden, 07. Wie finden wir Hassan? Er wird eine bewaffnete Wache haben. Kartellschutz. Es gibt viele Verstecke. Graves, die Luftnah-Unterstützung. Wir sichern die Gebäude. Verstanden. Markierung setzen. Shadow 1, wir sind östlich der Anlage. Position mit dem 4. Ja. Waffen ab. Nice. Tja, so aktuell. Shadow 1, Bravo 07. Wir setzen IR-Markierungen. Habt ihr Sichtkontakt? Over. Nö. So aktuell. Okay. Sichtkontakt zu Verbündeten bestätigen. Ah, deswegen nicht. Amper. Sicht bestätigt. 07, Markierung bestätigt. Shadow 1, Achtung. Hassan ist mit einer bewaffneten Wache unterwegs. Ihr deckt außen. Wir sichern die Gebäude. Verstanden? 07, verstanden. Bewaffnete Wache. Wir sichern das Gebiet, damit ihr rein könnt. Bereithalten. Verstanden. TV scanne nach Zielen mit einer bewaffneten Wache. Finden wir diesen Mistkerl. Wir sehen Bewegung auf der Baustelle. Westlich der Anlage. Shadow 1, ein Truck verlässt die Stelle und fährt nach Westen. Bestätigt. TV stelle Sichtkontakt zum Truck her. TV verfolgt das Fahrzeug. Der Truck bewegt sich jetzt in südwestlicher Richtung auf dem Feldweg. Vor ihnen sind Unbekannte. Sieht nach noch mehr Bauern aus. Warte. Sieht ihr irgendwelche Waffen? Negativ. Keine Waffen. Keine Wachen. Der Truck hat gerade auf dem Weg angehalten. Verstanden. Scannt weiter. Ich sehe da was, ne? Sie dem Gewächshaus nordwestlich von uns. Markieren jetzt. TV auf diese Gruppe ranzoomen. Ich will Identifikation von Hassan. TV. Schalte auf Thermalsicht und bestätige das Zielgebiet. 07, keine Sicht auf das Ziel. Wie lautet der Befehl? Der Arme-Komboy holt auf. Wir gehen rein. Wenn er flieht, nehmt ihn ins Visier. Graves, grünes Licht für den Außenangriff. Wir sichern dann die Gebäude. 07, verstanden. Haltet eure Köpfe unten. Alle Shadows, Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten. Nicht auf die Gebäude feuern. Verstanden. Nur bewaffnete Einheiten. Nutzt 25 Millimeter, um Kollateralschäden zu minimieren. Machen wir etwas Musik. Zähne überprüfen. Zivilisten im Gebiet. Da waren auch welche, die auch... Okay. Für den Außenangriff. Wir sichern dann die Gebäude. 07, verstanden. Haltet eure Köpfe unten. Alle Shadows, Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten. Nicht auf die Gebäude feuern. Verstanden. Nur bewaffnete Einheiten. Nutzt 25 Millimeter, um Kollateralschäden zu minimieren. Machen wir etwas Musik. Bestätigt. Angriffserlaubnis erteilt. Jetzt darf ich. Alle Schwellen, Feuer frei. Ah, okay, okay. Wir trafen. Alter. Der hat am Anfang, ich habe es nicht selbst umgeschaltet, ne? Der hat am Anfang noch die, noch Granaten geladen gehabt. Dann habe ich die eben alle hochgezogen. Wende Geschosse. Nicht auf die Gebäude feuern. Okay, die nimmt es aber sehr genau hier. Für den Außenangriff. Wir sichern dann die Gebäude. Sehr, sehr, sehr genau. 07, verstanden. Haltet eure Köpfe unten. Alle Shadows, Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten. Nicht auf die Gebäude feuern. Wende Geschosse. Getroffen. Seele überprüfen. Zivilisten im Gebiet. Okay. Wir müssen also sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Danke auch, Anatole, für deinen Unterstützer-Shadows. Willkommen zurück beim Heiligen Ardach. Ja. Selten so treffend wie jetzt. Deine Waffe, ja. Geschosse sind raus. Auf Wärmebild. Die sind von uns. Haben wir noch weitere Einheiten in der Gegend? Keine Aktivität. 07, alle sichtbaren Ziele ausgeschaltet. Over. Shadow 1 bestätigt. Wir sichern zuerst die Stelle. Markieren jetzt. Ziel erfasst. 07, Markierung bestätigt. Grünes Licht, weiter. Shadow 1, wir bewegen uns jetzt. Wenn das Ziel abhaut, sagt uns Bescheid. Shadow 1 bestätigt. Soap, sichere die rechte Seite. Hey. Nein. Das neue Warzone kommt erst im Winter. Heute nur die Kampagne. Am 28. noch mehr. Multiplayer-Zeug. Aber Warzone und DMZ kommt erst, ich glaube, im November oder sogar Dezember. Unbekannte kommen gerade aus den Stellen. Gerne nach Hassan. Da unten sind eine Frau und ein Kind. Nicht schießen. Nicht Kontakt. Negativ. Bewaffnete Einheiten. Roger, Feuer von Zivilisten fernhalten. Graves. Negativ für Hassan. Bereich ist trocken. Mehrere Fahrzeuge nähern sich von Süden. Feindliche Kumpen bewegen sich auf die Stelle zu. Ghost verstanden. Ihr müsst aus dem Gebäude raus. Geht nach Norden. Roger. Unterwegs. Drakes, wir sind raus. Macht das Gebäude flach. Jetzt. 07 verstanden. Nahfeuer. TV. Grünes Licht für 40 Millimeter. Brücke zum Gewächshaus im Westen vor. Weitere Truppen im Gewächshaus. An alle Einheiten. Bekommen mit dem Gewächshaus. Kontakt. Boots, Boots, Boots. Hassan könnte drin sein. TV. Hast du Sichtkontakt ins Gebäude? Beschädigt. Sekunde. Feuer frei. Licht auf die Gebäude feuern. TV. I.R. abschalten und das Gewächshaus nach Hassan abscannen. Feuer einstellen. Feuer einstellen. Sehen nicht? Kein Sichtkontakt zum Ziel. Anscheinend nur bewaffnete Einheiten. Ghost, halt deine Leute zurück. Greifen das Gewächshaus an. Verstanden. TV. Freigabe, das Gewächshaus platzumachen. Lass uns jetzt raus. Boah. Shadow 1, guter Treffer aufs Ziel. Wir rücken vor. Roger 07. Alter. Wir sind das Arsch. Aus, Scheiße. Wo steckt der Wechser? Er muss in Randa geschein. Shadow 1, wann trifft dieser Konvoi ein? 07, Konvoi ist 6 Kilometer entfernt. Beeilt euch und sichert Exfiltration. Ich kontaktiere Resolfo. Ich sehe kein Konvoi. Waves, bereiten Exfiltration vor. Achtung, die Anlage ist unser letztes Ziel. Bestätigen. Bewegung in der Anlage. 07, bestätigt. Position halten, bis wir das Gebiet gesichert haben. Shadow 1, Truppenkontakt. Raketenwürfel. Inwassungsgeräusche. Scheidliche Truppen nähern sich schnell. Shadow 1, Ziel ist unser Masse-Turm. Sind unser Raketenbeschuss für Wacheturm. Er ist auf ihn. Er ist beim Flug. Mann, am Boden. TV, ich will eine Feuerwand um unsere Jungs. Lass die Hölle regnen. Okay. Hart. Rakete kommt. Das hat keiner überlebt. Auf Aktivität achten. Gesichert. Ghost, da regt sich nichts mehr. Wie ist euer Status? Ihm geht's gut. Die Kugel steckt im Panzer. Bestätigt. Gut, dass du besser zielst als die. Verstanden, 07. Achtung, bis zur Anlage ist der Weg frei, aber das Tor ist versperrt. Verstanden. Verschafft uns Zugang, ja? Wir machen euch die Tür auf. Sekunde. TV schießt eine Rakete oder 40 Millimeter auf das Tor. Boom. Guter Treffer aufs Ziel. Ghost, Tür ist offen. Ihr könnt weiter. Verstanden. Das wird dir jetzt sehr gerne abholen. Das wird die Einheiten auf dem Hof. Sieb unseren Leuten Feuerschutz. Gute Angriffe. Tschüss, Boots. 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 Ich hab echt Schiss, dass ihr zu viel Schaden macht und mich wieder rausschmeißen aus dem Ding. Ghost, keine Bewegung registriert. Verstanden. Wir rücken jetzt zum Eingang vor. Wir sehen euch. Der normalen Multiplayer. Deathmatch und sowas ab dem 28. erst, ne? Warzone und den ganzen Spaß. Warzone 2, DMZ erst ab November oder Dezember. Also dann tun wir's. Brechen durch. Der Kielverlag am Gerüber. Shadow 1. Wattfahren ist identifiziert. Der Kielplatz oben. Graves, er verlässt den ersten Stock im Nordwesten. Zielperson möglicherweise identifiziert. Ja, das ist Tandas. Guter Einschlag. Mehr feindliche Truppe auf dem Weg. Guter Schuss. Alle ausschalten. Sich kontakt zu Hassan. Er ist reingelaufen. Shadow 1. Wir haben Hassan identifiziert. Sind daneben dran. Zielperson ist jetzt drin. Südwestliches Gebäude. Erster Stock. Unsere Leute machen das. Deckung geben. Wer seid ihr, wer seid ihr? Dass er draußen die ganze Welt untergeht, kriegt er noch nichts mit, oder wie? Du kommst mit uns. Shadow 1 Bravo 07 Jackpot. Ich wiederhole Jackpot. Zielperson in Gewahrsam. 07 verstanden. Wie steht es um die Evakuierung? Hier ist Vektor 1 1. Evakuierung in zwei Minuten. An alle Shadows. Der Militärkonvoi nähert sich dem Einsatzgebiet. Roger. An alle Einheiten. Achtung. Konvoi nähert sich dem Zielgebiet. Bestätigt Shadow 1. Gut beobachtet. Alejandro. Wie geht's weiter? Darf es? Darf es? Ihr habt Angriffsfreigabe. Shadow. Bitte komm. Verstanden. An alle Shadows. Die amerikanische Allee gilt als feindlich. Die Wiesel hat Feuerzeuger aus dem Brot. Bitte komm. Oh Mann. Nicht an Gebäude angreifen. Warte mal rein. Boots. Boots. Na? Will doch wer? Wie geil. In dem Gebiet ruht sich nichts. An alle Einheiten. Keine Ziele mehr zu sehen. Ihr könnt fortfahren. Shadow 1. Verstanden. Echt viel Interaktion ist auf dem Weg. Das ist schon mal ganz nice. Na los. Na los. Ich bin Major de Kutai. Ihr habt kein Recht. Halt die Schnauze. Doch wir werden die bezahlen. Geh mal zur Rissenzeit, Karneal. Deinen Arsch nicht zurücklassen. Dein Interaktion ist mit Olmeda. Wir könnten auf Wiederstand stoßen. Das ist eine Luftunterstützung. Wir schaffen es. Das war's. Los. Shadow 1. Shadow 1. Das ist ein Paket gesichert. Es geht zurück zur Basis. Eieieieieieieieieieiei. Köder auswerfen und an Land ziehen. So will ich das haben, Shadows. Oh, ich liebe diesen Scheiß. Und Funkverbindung zum General. Chad. Graves, ich höre. Gute Neuigkeiten. Und Ob. Wir bringen ihn in diesem Moment in die Basis. Beeilung. Wir können ihn nicht lange festhalten. Roger. Oh, ich darf noch mehr. Ich schaue schon drauf. Ja. Sicht bestätigt. Navigation. Overlay-ID auf Tankstelle platzieren. O-ID platziert. Mehrere Unbekannte im Gebiet. Scan nach Waffen. Sieh, ob das Kartell Ärger will. Keine Waffen gesichtet. Mehr Unbekannte südlich der Tankstelle. Sieht aus wie ein Markt. Alles ganz normal. Haben wir Feindaktivitäten? Negativ. Scheint alles sicher zu sein. Packen wir die Sache an. Alle Einheiten. Keine sichtbaren Gefahren im Gebiet. Vorrücken. Sau geil. Saison 1 verstanden. Wir rücken aus. Rolfo, los geht's. Alle Shadows. Boten-Team ist in Bewegung. Gebt ihnen Deckung. Da überquert einer die Straße. Was zum Inka treibt der da? Shadow 1, wir haben hier ein Problem. Geh aus, stehen weg. Rodello, Rodello, fahr herum. Ziehen. Das ist raus. Verwaffnete Fahrzeug getroffen. Sie liegen bei der Kreuzung. Raus, raus. Nicht schießen, nicht schießen. Bewaffnete an der Kreuzung. Das ist ein verdammter Hinterhalt. TV an den Abzug. Schützt unsere Leute. Verwaffnete scheinen sich zu bewegen. Deckung, Deckung. Alle Einheiten nach Feuer. Erstattet Statusbericht, wenn möglich. Shadow 1, alles okay. Verlust werden. Alles nicht. Tja, ist das geil. Das sind unsere Leute, ne? Verwaffnete gesichtet. Auf dem Sacht des Restaurants. Ruf dich Helikopter. Kopiado. Hier ist Victor 3-1. Erbitte sofort sich die Evakuierung. Aktuelle Position auf dem Dach des Restaurants in Olmeda. Im Osten. Aktivität auf dem Rügel. Shadow 1. Stehen unter Raketenbeschuss von Osten. Ich hab auch ne Rakete für dich. Raketenwerfer. Verstattung. Reißen an. Wasser. Raketenwerfer gesichtet. Verstellt mal die Kirche. Okay, Kirche. TV-Kartell angreifen. Aber nicht auf die Kirche feuern. Da könnten Zivilisten drin sein. Okay. Wo ist noch einer? Da ist noch einer. Ende 3-1 ist fast da. 5 Minuten. Guter Schuss. Alle Einheiten. Die Vögel sind unterwegs. 5 Minuten. Nimm das. Gut geschossen. Wuhuhu. Das Kartell ist in der Nähe der Tankstelle. Na gut. Das schreit ja förmlich nach der großen Rakete, oder? Fahrzeuge nähern sich aus Nordassens. Der hat einen überfahren, habt ihr es gesehen? Oh Mann. Werde beschossen. Alter. Aktuell keine Aktivität. Ich bin 07, Shadow 1. Alle Ziele in Sicht ausgeschaltet. Vollgas können. Komm. Die Große da voll rauf da. Munition sparen. Sergeant. Stablos. Wasser ist sicher. Ah, die steuert man. Ah, okay. Verstelle. Alle Shadows, Fahrzeuge nähern sich dem Fußballplatz. Südwest. Bravo 7, 1. Erlaubt mit Wasser und das Maul zu stoppen erteilen. Verschossen. Den Panzern? Greift das Mörser-Team an. Südwesten. Der Fußballplatz. Verstanden. TV, diese Mörser-Stellungen angreifen. Mörser-Team ausgeschaltet. Hat überlebt, ne? Ja. Feindliche Personen im Südwesten. Angriff Freigabe auf alle. Luftabwehr gesichtet. Höchstlich vom Fußballplan. Vollkörper eingepritten. Soldaten bewegen sich jetzt nach Nord-Ost. Lade nach. Alter, ist das cool. Wo ist die Evakuierung? Wir sind fast leer geschossen hier. Guter Einschlag. Ist das geil. Putz, putz, putz. Luftabwehr-Team ausgeschaltet. Der lebt noch. Na gut, die wollen's. Militärfahrzeuge überqueren den Fußballplatz. Hubschrauber nähert sich aus Südwesten. Verstanden. Die checken alles, was sie haben. Wir setzen der Korruption an nur einem Nachmittag ein Ende. Noch drei Marazine. Ich hab noch drei. Fahrstlärgeschüsse. Haltet eure Mächer bereit. Moriremos, Lufjanto. Ist das ein Feind? Ich weiß nicht, ob der Helikopter ein Feind war. Geschaltet. Militärfahrzeuge überqueren den Fußballplatz. Hubschrauber nähert sich aus Südwesten. Verstanden. Verstanden. Okay, der Heli ist ein Feind nicht so. Noch drei Marazine. Ich hab noch zwei. Fahrstlärkung. Noi. Joi. Yoioioioioio! Spu-z, puz, puz! Finger vom Abzug. Werde beschlossen. Jetzt wird eingeebnet. Alle Einheiten hier, Headshot 3. Wir nähern uns von Südwesten. Noch 30 Sekunden. Headshot 3.1, hier Stand 1. Bestätigt. Verbündete auf dem Dach des Restaurantgebäudes. Die Landezone wird heiß. Wir bleiben auf Positionen geben. Ich will das Gebäude da vorne auch jetzt platt machen. Nördlich der Brücke. Die sind von uns. Kein Problem. Kein Problem. Alter, ich hab die Brücke platt gemacht. Das war die Brücke. Wir sind unterwegs. Los, Schau, Brudy. Wir verschwinden. Los. Okay, bin unterwegs. Kopiado. Das sei Dank. Verstanden. Bravo 07. Landezone gesichert. Fortwarn. Verstanden. Sind unterwegs. Alle rein. Das sollte dem Kartell eine Lese sein, ja? Ist das geil. Ist das geil. Und zwar, ihren Ruf. Das dringt sich schnell in der Salma zurück. 3.1, sind bereit. Shadow 1, Headshot 3.1. Manhattan und Fahrt gesichert. Kehren zur Basis zurück. J.H. 3.1 bestätigt. Shadows rücken ab. Voll geil. Voll, voll geil. Mehr davon. Bitte, ganz viel mehr davon. Auf den Knie. Und, klarer Empfang? Kristall klar. Alles klar. Okay, wir sind live, Freunde. Sprichst du Arabisch? Nein. Pfarzi? Nein. Typisch. Dann spreche ich euer Bastard-Mittelalter-Englisch. Denn ihr seid alle ungebildete Hunde. Also, wir legen hier einen miesen Start hin, Hassan. Du redest mit einem Kurzoffizier. Du kommandierst eine fremde Terrororganisation. Das gleiche gilt für dich. Was ist euer Ziel, Offizier? Was war das Ziel beim Beschuss auf mein Land? Na, vermutlich dein kleiner Arsch. Verlogen und unverschämt. Du wirst mich noch respektieren, wenn deine Nation brennt. Du spielst mit einem Kartell, Hassan. Und wenn du verschwindest, niemand wüsste, wo deine beschissenen Überreste sind. Ich wette, ihr würdet mich nur zu gerne foltern. Woher stammen die amerikanischen Marschflugkörper? Mir ist egal, woher sie stammen. Ich will wissen, wohin sie gehen. Sieh dich um, Hassan. Entweder gibt es eine Raubtierfütterung oder du redest. Ich bin eine Geisel. Das ist illegal. Du bist ein Kriegsgefangener. Iran ist nicht im Krieg mit Mexiko. Ich breche keine Gesetze. Dieser Mann und seine Leute sind die Gesetzesbrecher. Du und dein geliebter General Gorbrani habt jedes... Sprich deinen Namen nicht aus! Ihr habt ihn ermordet und werdet dafür büßen. Allahu akhdolli khadr ala musa akkab. Ich will den Bastard entweder hinter Gittern sehen oder ganz, ganz tief unter der Erde. General, Hassan zu töten ist ein Kriegsverbrechen. Ihn festzuhalten illegal. Wir müssen ihn vorerst gehen lassen. Sagen Sie mir, Sie haben etwas Greifbares. Als ob sie das ernsthaft hindert. Auf seinem Telefon? Positiv. Ich habe was. Gut. Jetzt bringen Sie ihn zurück und lassen Sie ihn gehen. Helos! Geh mir! Die Daten, die wir in Mexiko auf Hassans Handy gefunden haben, kamen von einer Funkzelle aus Spanien. Er hat mit irgendwem dort telefoniert, als wir ihn gefasst haben. Das Signal kam aus einem Bruthaus, das einem Schmuggelkartell gehört. Es liegt abgelegen vor der Küste. Gutes Versteck für illegale Fracht. Einschließlich Raketen. Wir müssen vor Ort nachsehen, ob die Raketen dort sind. Bilder zeigen vier Gebäude und einen Leuchtturm. Wir müssen da rein. Alles wird aber vom Kartell bewahrt. Das hohe Gras bietet Tarnung. Mit der richtigen Ausrüstung. Tarnanzüge. Genau. Ich achte auf Aktivität an der Küste und warte mit einem Boot. Du solltest da draußen nicht allein sein, Kate. Einer ist keiner. Und drei sind schon zu viel. Wir haben keine Befugnis, John. Keiner darf uns bemerken. Der Einsatz ist nicht autorisiert. Und höchst inoffiziell. Ich melde mich, wenn ich in Position bin. Finden wir diese Raketen, bevor Hassan sie gegen uns wendet. Als ob Hassan nicht sofort sein Handy und alles wegschmeißen würde. Sondern so, dass du dazu, wenn er da rauskommt aus dem Verhör. Also das erste, was du machst, ist bitte alles weg, oder? Alles. Kleidung, alles. Einfach alles raus. Und vielleicht auch mal den Enddarm überprüfen. Man weiß ja nie. Das Däumenlust jetzt ist sehr geil. Sehr geil. Bravo. Wie sieht's aus? Bravo, der Status? Treffer, Watcher. Zwei tot. Sehr gut. Oh yeah. Rückt vor und sieht, was ihr rausfindet. Mobile Patrouillen und ein Bodenteam vor uns. Ich sehe sie. Kartell? Vermutlich. Schleichen wir uns an ihnen vorbei. Mal sehen, was sie vor uns verbergen. Bleib unten zwischen den Gräsern. Wir müssen nicht kämpfen. Geil. Geil. Eine Sniper-Mission. Ich liebe es. Sehr geil bis jetzt. Sehr, sehr geil. Ich liebe sie. Irgendwas, wo eine Rakete drin sein könnte. Negativ. Verstanden. Weitersuchen. Ende. Warte, zwei Links. Folge meinem Laser mit deinem Thermalvisier. Sichtkontakt. Auf dein Zeichen. Das Kartell beißt ins Gras. Wir haben's noch drauf. Vorrücken. Bleib bei mir. Royal. Ihr wisst es. Wir haben ja die eine Mission. Monover für eins. Bravo, hier Watcher. Wie ist euer Status? In der Nähe der Windräder. Verstanden. Begebt euch zur Baumgrenze vor euch. Sie wird etwas Deckung geben. Bestätigt. Sehr geil. Da kommen Fahrzeuge. Siehst du das? Containertruck. Ja. Richtige Größe für eine Rakete. Folgen wir ihm. Bravo, Anwatcher. Wir haben Transporter nördlich von unserer Position entdeckt. Einer transportiert einen Container. Könnten die Raketen sein. Verstanden. Deswegen sind wir hier. Ich folge der Küste für eine bessere Sicht. Dranbleiben. Okay. Ende. Tonne unter der Straße. So kommen wir auf die andere Seite. Mir wird noch richtig gekraucht, so wie es jetzt gehört. Kartelle und Terroristen. Komische Kombi, oder? Naja. Terroristen geht es um die Vergangenheit. Markus um die Zukunft. Was haben sie gemeinsam? Reviere und frisches Blut. Sie ziehen die Jugend ab. Ihnen gehen nie die Rekruten aus. Das Gras ist höher und bietet mehr Deckung. Drück dich und sei unauffällig. Ich wollte schon sagen, so langsam aber sicher. Bis jetzt ist es sehr geil. Wirklich, wirklich supi-supi. Warte, Aktivität. Komm näher. Kleine Patrouille. Direkt vor uns. Warte, ich gehe in Position. Moment. Drei andere sehen ihn. Die könnten weggehen. Versteck die Waffe, Gas. Versuche ihre Wege vorauszuahmen. Wenn du ausweichen musst, dann langsam und ruhig. Keine schnellen Bewegungen. Nicht bewegen. Das wird knapp. Oh ja, das wird es. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Natürlich, natürlich Ich muss näher an Captain Price ran Das ist nämlich das Beste, was du machen kannst War das auch damals schon Warte, Aktivität, komm näher Wenn du gerne ganz nah dran bleibst, dann passiert in der Regel nichts Weil die im Laufe eine Idee Ach, schade So Jetzt kriegen wir es besser Wenn du ausweichen musst, dann langsam und ruhig Keine schnellen Bewegungen Nicht bewegen Das wird knapp Die erste Sniper-Mission damals mit diesem Krauchen War irgendwo bei Bei Chernobyl Wehe, wehe, wehe Das machen die doch mit Absicht Der läuft anders als beim ersten Mal Kannst du mir mal nicht erzählen Ich muss beim letzten einfach ausweichen Ich kann, da kann ich glaube ich liegen bleiben Wo ich will, die wollen das quasi, dass der Gegend einläuft Aber wir wissen ja, dass er rechts lang läuft Das heißt, ich muss gucken, dass ich mich irgendwann nach links bewege Versuche ihre Wege voraus zu ahnen Wenn du ausweichen musst Dann langsam und ruhig Keine schnellen Bewegungen Beim letzten gehen wir nach links weiter Nicht bewegen Das wird knapp Dime que ya encontraste algo Habt ihr das gesehen? Wie er immer weiter auf uns zugelaufen ist Deswegen hab ich mich hinter Price versteckt Damit er nicht Damit es irgendwann einfach nicht mehr geht Sozusagen Die miesen Aber jetzt haben wir es Mit deinem Thermalvisier siehst du, was ich markiere Verstanden Sichtkontakt Erledige ihn Sein Volk gehört mir Hab ihn getroffen Guter Scheiß Wir können weiter Aber nicht so mit mir, ja So geil, wie er eigentlich gegen ihn gelaufen ist gerade auch, ne Draußen ist niemand Aber drinnen vielleicht Und erzähl Überprüfe das Gebäude mit deinem Herzschlag-Sensor Sicher Drinnen ist nichts Roger In Bewegung bleiben Okay, wir haben einen Herzschlag-Sensor Krass Nice Offenbar sind sie stehen geblieben Nicht angreifen Da kommen wir unbemerkt vorbei Putz, putz Putz Jetzt Doppelputz Er bewegt sich wieder Kein Sichtkontakt Verstanden Ich halte nach ihm auch Schau In Bewegung bleiben Ist schon Ist schon geil Baumgrenze voraus Rüber da Ist schon sehr, sehr nice Die Bäume bieten uns bessere Deckung Aber bleib aufmerksam Der Truck mit dem Container ist hier Sie könnten ihn ins Lagerhaus entladen Mehrere Bewaffnete im Bereich Bestätigt Oh, wir können mit dem reden Was ist deine Lieblingswaffe? Hab keine Für jeden Job gibt es das richtige Werkzeug Gesprochen wie eine echte Kriegerin, Leswar Was ist deine, Kyle? LMG Nee, Scharfschützengewehr Scharfschützengewehr Gerade Zugverschluss oder halbautomatisch? Oh, ich würde sogar sagen halbautomatisch Halbautomatisch Liebe die Schussrate Einsatzwissen Weißt du, woher das Wort Scharfschütze kommt? Nein, woher? Das Wort Schütze Entstand als Ausdruck für Sender für Geschosse Scharf war dann jemand, der ein scharfes Auge hatte Wir sind fast da Direkt hinter diesem Kamm haben wir Sicht auf das Hauptgebäude Wenn die Raketen hier sind, könnten sie da drin sein Bewegen uns entlang der Windräder auf den Kamm zu Laswar Gut Ihr nähert euch den Hauptgebäuden Vom Hügel aus könnt ihr sie sehen Das Wetter ist auf unserer Seite Nebel Schlechte Sicht So langsam aber sicher wird schlechte Sicht Naja, solange wir uns nicht schnell bewegen Was wir jetzt gerade tun Und stehend, aber, ne Hauptgebäude gesichtet 400 Meter auf 1 Uhr Verstanden Finde einen Platz im Gras Dann schauen wir mal, wer da ist Klemm dich hinter dein Visier und erkunde die Gegend Schalten fokussieren So viele Ziele Bestätigt Hier wimmelt es von Kartelleinheiten Benutze deinen variablen Zoom von hier Das ist weit weg Umschalten Naja, gut zu wissen Also wenn ich umschalten drücke, postet da Oh Nicht schießen Greif erst an, wenn ich die Entfernung weiß Watcher Wir sind bereit Schaltet von dort so viele wie möglich aus Fangt mit den Verstreuten an Verstanden Dann los, Sir Nach dir Na, dann wollen wir mal Abwarten 400 Meter 1, 2, 3, 4, ne So ungefähr Warte auf meine Entfernungsangabe Und halte vor dein Ziel, wenn es sich bewegt Wachsam bleiben Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden Er ist allein Kompensiere dreieinhalb Striche für Geschossabfall Das war's Die Jagd auf Sicarius ist eröffnet Du nimmst ein Ich den anderen Dreieinhalb Striche für Geschossabfall Direkt ins Ziel Saubere Schüsse Schaltet zwei auf einmal aus Ich nehm den anderen Vier Striche Okay Kurz mal Luft holen Ausgeräuchert Verdammt guter Schuss Zwei andere können ihn sehen Such eine Stelle um zwei mit einer Kugel auszuschalten Können erstmal versuchen noch andere zu holen Zwei andere sehen ihn Such eine Stelle um zwei mit einer Kugel zu treffen Geht nicht Die überlappen nicht Ist in Sichtweite von zwei anderen Kannst du die Stelle wechseln und zwei auf einmal treffen? Okay Den hier können wir uns holen Es ist nur er Drei Striche Ein Todesfall Noch ein toter Narko Das sind Zivilisten Sie sind nicht bewaffnet Was haben Zivilisten hier zu suchen? Zwei andere können ihn sehen Such eine Stelle um zwei mit einer Kugel auszuschalten Wir warten bis er sich wieder bewegt Oder aber wir bewegen uns Machen das Ganze so Hoffentlich sieht uns keiner irgendwann Ja ich glaube das will er von uns Könnte gehen Noch ein Stück weiter Dann kriegen wir es vielleicht echt hin Alles bereit Drei Striche Sauberer Treffer Krasser Scheiß Offenbar taugt der Scharfschützenkurs noch was Schalte die zwei gleichzeitig aus Ich nehme ihren Freund Dreieinhalb Striche Bei der Arbeit einfach umfallen Genau wie ein Profi Geduld Sergeant Mehrere Kartellwachen können ihn sehen Vielleicht teilen sie sich noch auf Vorsicht Er ist im Blick von drei anderen Vielleicht gehen sie auseinander Vielleicht ja Vielleicht nein Klötenschuss Drei andere sehen ihn Die könnten weggehen Ich glaube ich muss eher auf die linke Seite Wenn ich mir das genau anschaue Lacht an ihr Einer ist weg Noch drei Gibt es eine Stelle um zwei auf einmal anzuvisieren? Er ist ganz allein Zweieinhalb Striche Na dann Das war's für ihn Das Lassalmas Kartell hat offene Stellen Noch weiter links rum Dann kriegen wir es hin Hier finde ich die Kaverne bis jetzt TCO sehr gut Sehr 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 geil bis jetzt Ich muss noch weiter rum Noch weiter Eieieieieiei Ich glaube ich kann bis dann nach vorne rangehen Ich glaube da könnte da auch was werden Mal noch Sam Mal noch Alks War hier schon nix Kakarot Moment Drei andere sehen ihn Die könnten weggehen Einer ist weg Noch drei Gibt es eine Stelle um zwei auf einmal anzuvisieren? Zweieinhalb Striche Erwischt Krasse Scheiß Offenbar taugt der Scharfschützenkuss noch was Er ist allein Zweieinhalb Striche Hab ihn Gut geschossen Okay Ich glaube wir müssen so nahezu alle haben oder? Das sind Zivis Da ist noch einer Schalte ihn aus Ich nehme den anderen Zwei Striche Eliminiert Wir haben es noch drauf Da ist noch was oder? Ich habe seinen Freund Zweieinhalb Striche Abgekratzt Guter Scheiß Wir sind sicher Zeit nach unten zu gehen Und einen Weg hinein zu finden Nice Wieso ich und nicht du Captain? Weil ich der Captain bin Und du nur Sergeant Bewegung Roger Verstanden und bestätigt Achtung Ich erkenne keine Aktivität Wenn sie Raketen transportieren Sind sie entweder schon lange weg Oder irgendwo in diesen Gebäuden Hoffentlich ist es letzteres Nacht Night Jack So Dann hoppen wir mal Lass er die Raketen hier finden Verdammt Das ist eher cool So viel Gras ist hier tatsächlich gerade nicht Aber ich versuche es Leg dich ins Gras Und versteck deine Waffe Sie verlassen die Fahrzeuge Sie finden dich nicht Wenn du dich nicht bewegst Wenn du auf ein Feuergefecht aus bist Wirst du es bekommen Sie tragen Panzer Sie laufen auf den Kopf Wenn du angreifst Da kommen sie Das sind viele Und ich höre hinter mir noch irgendwas knattern Ich glaube ja eher Schwierig Ich habe hier kaum Auswahl Oh scheiße Da sind die da dran Hier ist die Zentrale Auf geht's Auf geht's Nichts hier Scheiße Scheiße Hier ist kaum Gras Und die kommen mit Sicherheit Auch direkt auf uns zu Das ist geil, Sam Der ist schon ziemlich genau Wie der auf uns zugelaufen hat Schön sein, alles ein bisschen geändert Ich glaube, ich kann da weiter, oder? Oh, ich glaube, ich krabbeln immer noch rundherum Solange die noch hinter uns sind Ja, nein, schon 10 mal gesehen Oh, da wäre ich zum Teil vorsichtig Also hier wahrscheinlich schon Weil es hier viel zu leer ist Aber Das ist schon krass teilweise Wenn du richtig getarnt bist und sowas Johnny, John, der Katze Einen Meter lang vorbeikälen Und sie ist auf mich Schön, dass es einer merkt Ist ein gutes Training Wir trainieren? Wir trainieren immer, Sergeant Das stimmt Okay Du kannst die Straße überqueren Und nach einem Weg hineinsuchen Verstanden Bin unterwegs Machen wir aber lieber schnell Solange wir hier rüber rennen Mehrere offene Tore um das Hauptgebäude Machen wir mal gucken Bin durchs Tor Verstanden Finde einen Weg hinein Wir müssen wissen, ob Raketen In diesen Gebäuden versteckt sind Wie kann ich denn hier das nochmal umschalten? Ich würde ganz gerne eigentlich Das Nahkampfvisier nutzen Ja, wir müssen einen Weg reinfinden Das sollte ja nicht so schwer sein Hier gibt es ja mit Sicherheit Irgendwie ein paar Türen Oder so einen Spaß Naja, gelacht wenn nicht Ah, da haben wir doch schon mal eine Das ist uncool Was sagst du zu der? Okay, die ist auch verschlossen Ah, vielleicht müssen wir irgendwie rein Walten oder so einen Spaß Guck mal, das sieht doch fast danach aus, oder? Ja, die Grafik-Bugs sind hier ein bisschen ärgerlich So ein klitzekleines bisschen Okay, wir wissen jetzt, was auf uns zukommt Sprichwörtlich Setze Tränengas ein Bereithalten, Ketten Ah, cool Guck mal, er ist beschießt Da wollte ich auch sagen Man hilft ja mir immer ein bisschen von oben mit weiter Perlen, okay Er ist am Boden Er ist am Boden, er ist am Boden Ich glaub, der hier unterschießt Ich bin noch auf ein, zwei Die ich bis jetzt, glaube ich, nicht gesehen habe Heilige Scheiße Das ist definitiv ein Außenposten des Kartells Tonnenweise Drogen Das Lagerhaus ist voller Waffen Pillen, Rohstoffe Hassan hat tiefe Verbindungen zum Kartell Aber es geht nicht um Drogen Wir müssen die Raketen finden, wenn sie hier sind Gas, pass auf Gepanzerte Patrouillen nähern sich vom anderen Gebäude Es scheinen fünf zu sein Benutze deinen Herzschlagsensor und schalte sie durch Kopfschüsse mit einem Schalldämpfer-Scharfschützengewehr aus Okay, machen wir mal Er scheint mir von oben aber auch nicht unbedingt helfen zu wollen, ne Er ist allein Einstrich Ziel auf den Kopf Er ist weg Er ist ganz allein So kriege ich die aber nicht Ja, vom Dach wäre ja nicht schlecht gewesen, ne Das macht zwei Es ist drei her Drei erledigt Okay, okay Zwei gibt's also noch, fünf hat er gesagt Wie komme ich mit welcher Tasse komme ich nochmal zu diesem komischen Itemrad Damit ich den Herzschlagsensor auch ziehen kann Wenn ich's bis jetzt auf Distanz eigentlich ganz gut hinkriege, das passt ja eigentlich Wenn man schön weiter am Rand bleibt und so weiter passt, sagt ja alles ganz gut Na, steht da nicht einer? Nö Okay Oder vier Vier, ja Danke Okay, einer scheint nah dran zu sein Einer ist da Den holen wir uns jetzt auch noch Okay Der hat ihn getötet Verstehe Einer leuchtet noch so auf Der könnte hier vielleicht noch draußen sein Danke Danke Alles gut Danke sehr Ne, da ist nichts Würde ich sagen Gucken wir doch mal, wie wir entweder aufs Dach kommen Oder irgendwie reinkommen In die ganze Nummer Oh, es sind einige drin, ne Viel zu viele Aber das hat vorhin ja schon gut gesagt Guck mal, hier muss eigentlich ja irgendwo ihr Boot sein, ne Halber Kilometer hieß es Also wir müssten sie eigentlich relativ gut sehen Aber ich sehe hier gar nichts Na dann Entlüften, entlüften Drehen Gas Drehen Gas Das ist der letzte Nee Hier oben, Arschloch Ah, guck mal, der holst du auch, zum Teil jedenfalls. Hier, kriegst du nochmal so ein Ding. Wir schmeißen mal den Herzschlag-Sensor wieder an. Drei Leute haben wir noch. Einer ist wahrscheinlich draußen. Ne, ist nicht draußen. Okay, wird Zeit einzusteigen in die Kiste. Müssten eigentlich direkt unter mir sein. Ich nehme mal ein Fenster, wo ich ein bisschen mehr Deckung habe, weil da weniger Dreck mit dran sind. Oh ja, klar. Alter, so kann ich nicht kämpfen. Ich hoffe mal, dass Patchen die in den nächsten Teil relativ schnell wieder raus. Brothaus ist sicher. Keine Container, die groß genug für eine Rakete sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Seh dich um, vielleicht findest du was. Okay, bin dran. Danke mal, Karten, oder? Ja, das wusste ich doch. Das sieht doch aus wie Karten. Wüsste was, Mann. Karten sind immer gut. Das weiß jeder. Hab was gefunden. Was? Blaubhausen. Hinter diesem Ort steckt mehr als vermutet. Da sind Tunnel unter dem Leuchtturm. Dann sollten wir zum Leuchtturm. Wir treffen uns draußen. Verstanden. Na gut, machen wir das. So, ein, zwei haben wir hier draußen ja auch erwischt. Das sollte schon irgendwie so ein bisschen passen. Ich liebe es immer, dass du all die ganzen Waffen auch mitnehmen kannst. Das ist schon ganz geil. Mein auch, René. Jungs weiter, wir sind ein kleines Team. Wenn Sie Verstärkung rufen, wird das schnell unbequem. Wir haben hier eigentlich nichts zu suchen, sonst wären wir mehr. Man kann. Geh davon aus, dass das Kartell alle Kämpfer mobilisiert hat. Rechne mit starkem Widerstand. Jeder kann. Der Tarnanzüge werden sie uns nicht kommen sehen. Erkundungsscharfschütze. Das ist dein Ding, Käpt'n. Wie Fahrradfahren. Jeder kann die Kampagne spielen, wenn er eine digitale Version vorbestellt hat. Bravo an Watcher. Wir sehen den Fuß des Leuchttraums. Positionieren uns hier. Ich empfehle das Scharfschützengewehr, Sergeant. Das ist optimal. Sie tragen Panzerung. Ziel auf den Kopf, wenn du angreifst. Wir müssen das Kartell von diesem Ziel entfernen und vorrücken. Du nimmst ihn. Ich den anderen. Zwei Striche. Eliminiert. Sauberer Schüsse. Jeder, der die Digitalversion vorbestellt hat, der darf heute die Kampagne spielen. Er ist in Sichtweite von zwei anderen. Er ist allein. Zwei Striche. Abgekratzt. Mieser Tag im Büro. Auf dein Zeichen. Zwei Striche. Erwischt. Wir haben's noch drauf. Er ist ganz allein. Zweieinhalb Striche. Ein Todesfall. Vorzeitiger Ruhestand. Es ist nur er. Zweieinhalb Striche. Hab ihn. Er ist am Boden. Zwei andere sehen ihn. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel zu treffen. Das Spiel kennen wir ja schon. Müsste jetzt gehen, oder? Bin in Position. Zwei Striche. Ziel auf den Kopf. Das war's für ihn. Verdammt guter Schuss. Geduld, Sergeant. Mehrere Kartellwachen können ihn sehen. Vielleicht teilen sie sich noch auf. Der andere ist weg. Er gehört dir. Zweieinhalb Striche. Ah, bei der Arbeit einfach umfallen. Schlechter Tag, um ein Narko zu sein. Erledige ihn. Sein Freund gehört mir. Zwei Striche. Direkt ins Ziel. Guter Scheiß. Goi, goi, goi. Er ist allein. Zwei Striche. Ausgeräuchert. Netter Schuss. Da müssen wir wieder ein bisschen laufen. Mal gucken, ob wieder welche an uns vorbeilaufen. Könnte ja durchaus passieren. Wer weiß das so genau. So. Perfekto, oder? Ja. Ah. Was will der denn vor mir? Dann hat er alles gefunzt. Ah, ich bin wieder dran. Beim ersten Mal warst du so gut. Bravo an Watcher. Sergeant Garrick rückt zum Leuchtturmgebäude vor. Hm. Macht er. Auf der Straße da unten tut sich was. Oh, ich glaube, die laufen jetzt gleich wieder an mir vorbei. Sie halten an und steigen aus. Ja, ja, ja. Ich glaube auch. Sniper-Mission ist geil. Das macht schon Spaß. Ach, die davor auch alle. Das ist jetzt richtig schön. Hast du von allem was dabei, was das Spiel quasi geil macht. Ja, normale Action, Sniper, ne? Dass du dann aus dem Flieger herausballern kannst und so. Das ist schon alles. Captain, diese Typen sind nicht vom Kartell. That's well. Hörst du das? Bestätigt. Gaz, sprechen Sie Arabisch? Weiß nicht. Muss Al-Katala sein. Hassans Männer. Weiß nicht. Weiß nicht. Ich höre sie noch. Moin Edmi, moin Drucker. Ich versuche hier einfach mal wegzukommen. Ich bin mir da gar nicht mal so sicher, ob das alles so easy peasy klappt, aber... Ganz ehrlich, ich verdrück' mich. Hier ist kein Gras mehr, aber ich mach' trotzdem weiter. Das klingt schon durchaus arabisch. Die haben sich gerade ne Pizza bestellt, ich hab's genau gehört. Ich spiele seit knapp zweieinhalb Stunden, Steiner. Okay, okay. Und spannend, wie der das anders löst. Ja, das glaub' ich dir gerne, das glaub' ich dir gerne. Find' ich aber auch ganz geil, so. Dass es auch jeder echt durchaus irgendwie ein bisschen anders lösen kann. Schaut da irgendwie einer mal zu mir? Ich versuch' trotzdem mal, irgendwann noch ein Stück weiter zu kommen, bevor ich hier wirklich groß aufstehe und irgendwie Blödsinn mache. Ich glaube, das ist nicht so verkehrt. Na, weißt du? Hm, ja. Hm. Das ist ja so mega, wenn die Messer und Stealthskill machen ist. Aber die sind ja gepanzert, ne? Die haben ja überhaupt schon den Vorteil mit unserer großen Sniper, dass wir den mit einem Kopfschuss ja wenigstens so kriegen können. Sonst ballern wir da ja echt mehrfach drauf, bis da mal irgendwas passiert bei denen. Passt, oder? Garage-Unterkunft. Ja, wir müssen halt irgendwie jetzt wahrscheinlich Zugang zum Bunker finden, würde ich mal sagen. Ja, da kriegen wir ja schon irgendwie hin, oder? Eigentlich, äh, eigentlich kann man die jetzt sicherlich abknallen aus der Ferne. Wahrscheinlich, ne? Ja, wir haben sie sogar aus zwei verschiedenen Richtungen und so weiter. Aber Setssmoker sollten wir eigentlich immer das so machen, wie sie es auch sagen. Ich sag' nur vorhin, ne, die Aktion. Wenn du da einmal einen Zivilisten auch noch ganz leicht huschierst. Das war zu doof. Äh, ja. Das mach' ich nur für dich, Mucker. Da hat er doch die falsche Sache auf Kuh gelegt. Hat er gesehen? Wir haben einen, wir haben zwei von ihnen auch wieder mit einem Schuss erwischt. Das, ähm... Jetzt hab' ich den Herzschlagsensor wieder dabei. Äh, ja. Kann schon mal passieren. Sag' Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Oh, da sind ein paar. So. Trendgas. Was? Raus mit euch. Schütze eliminiert. Einer getroffen. Da hast du alle. Durchsuchen. Durchsuchen, sagt sie. Da ist keiner mehr drin. Gut geschossen, Sergeant. Danke, Malagan für deine Spende. Danke, danke. Cooles Game. Macht Laune zuzusehen. Macht auch mega Spaß zu spielen, Malagan. Ja. Ist wahrscheinlich kein Geheimnis, aber ja... Ist schon sehr geil. Der Leuchtturm ist von mehreren Gebäuden umgeben. Geh da hin und überprüfe sie. Ich hab' was. Kisten und Koffer. Alles russisch. Was ist drin? Sie sind leer. Frisch ausgepackt. Russland unterstützt den Iran. Vielleicht helfen sie Hassan auch direkt. Das wird immer größer als Jahn. Kassdorf 767. Die Gebäude gegenüber sind noch bewacht. Sichere sie und such den Eingang zu diesen Tunneln. Okay. Bin dran. Danke, danke Malagan. Drei Leute haben wir drin. Ich glaub' da können wir so reingehen. Was zur Hölle? Okay. Gute Nacht Mimi. Die sprechen Spanisch? Ich glaube eher nicht. Nein. Hm. Wir brauchen irgendeinen Weg hier rein. Oder wir kommen durch den Haupteingang. Das kann natürlich sein. Nein. Dann ist er hier alles abgeschlossen. Hm. Ich soll hier rein. Jetzt bin ich aber schon einmal schick im Kreis gelatscht. Und so richtig ist hier trotzdem nichts passiert. Kann ich hier nicht irgendwie aufbrechen oder sowas? Normalerweise. Oder aufsprengen? Danke, Florose. Für, für, für. Für die nette Worte? Ha? Ist alles zu hoch. Das wird nix. Hier können wir es schaffen, oder? Ah. Habe ich denn überhaupt noch genug von dem Zeug? Nee. Tränengas haben wir nicht mehr. Sprengsatz. Schmeißen wir mal eine normale Granate rein. Mal gucken, was passiert. Hey. So haben wir sie natürlich jetzt nicht rausgetrieben. Treffer. Ich brauche echt mal eine andere Waffe. Dieses, dieses komische Thermalvisier. Du siehst so schlecht damit. Ich brauche irgendwas mit einem kleinen Visier, dass ich wirklich schön auf die Nähe eigentlich verschauen kann. Einer getroffen. Ja. Besser. Hab noch einen. Eieieieiei. Die halten aber auch schon gut aus. Treffer. Oh. Das sieht doch mal nach einem Feindgerät aus. Das reinste Schmugglerparadies. Was siehst du? Tote Feinde und unzählige Pakete voller, was auch immer. Drogen vermutlich. Raketen. Negativ. Sieht nach Wohnbereich aus. Bleib da, Gas. Ich stoße zu dir. Wir müssen einen Weg in dieser Tunnel finden. Wahrscheinlich unterm Leuchtturm, würde ich mal fast sagen, oder? Ich hab hier vielleicht was, Captain. Hilf mir mal, okay? Ich schiebe du zu. Ich schiebe du zu. Okay. Okay. Alles klar, Bär. Bis zum nächsten Mal. Jackpot. So Info. Boote nähern sich meiner Position. Brauchst du Hilfe? Könnten Fischer sein. Haltet euch an die Mission. Gehen ab. Die wird doch 100 pro gekippt. Steige ihn ab. Kartelle Liebentunnel. Im Gegensatz zu mir. Alter vor Schönheit, Captain. Ja, dann geht er halt mal ein bisschen voraus. Unter der Waschmaschine wie bei Breaking Bad. Ja. Kann sein. Ich hab Breaking Bad sogar komplett gesehen, aber ist ewig her. Kabanier ist bis jetzt ziemlich geil. Und ja, er spielt es in einem Rutsch. Es sei denn, ich kann irgendwann nicht mehr, weil es einfach zu spät wird. Aber ja, ich hab's durchaus vor. Die Boote nähern sich weiterhin. Bisher kein Ärger. Das gefällt mir nicht, Kate. Das gehört zum Geschäft, John. Du solltest nicht allein da draußen sein. Bin ich nicht. Ich bin bewaffnet und gefährlich, Captain. Endlich. Nice. Ist das ihr Schiff? Das war ja. Ein U-Board. Was zur Hölle. Wie geil. Die Töne nutzen sie für den Transport. Da passt eine Rakete rein. Gerade so. Aber das Ding schafft's nie über den Atlantik. Kate. Wir sind in einer Höhle direkt vor der Küste. Keine Wachen, keine Raketen. Verstanden. Bin direkt gegenüber. Ich hab hier Probleme, John. Okay. Gas. Richte deine Waffe aufs Meer. Was ist los? Boote nähern sich. Sieht aus wie Alcantara. Sie haben Waffen. Kontakt! Greife an! Kate! Okay. Viel seh ich halt nicht. Scheiße! Sie entern! Kate! Kate! Last one! Fuck! Scheiße! Ich seh nicht was da los ist! Sie trafen sie umzingelt! Kein Ausweg! Alcantara ist an Bord! Sie wollen das Boot oder mich! Ach Polis nicht! Ach Polis nicht! Ach Polis nicht! Ach Polis nicht! Ich will es von dir mit Allah-Rahmen! Ender Lenn ist das, Lama! Khuduha! 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 Laswell! Laswell! Sie ist auf dem Alcatala-Boot! Sie entführen sie! Sie haben sie, Captain! Sie haben Laswell! Wir müssen verschwinden und mit Shepard reden! Das ist jetzt ziemlich doof gelaufen! Ja ich komm doch! Ich versuch's! Ist jetzt scheiße gelaufen! Sehr scheiße gelaufen! Wir müssen Laswell zurückholen! Los geht's! Können wir nicht irgendwie raus und schnell nach oben und von dort aus wieder ein bisschen snipen? Ein Lebenszeichen! Woher stammt das? Ur-Sigstan! Da! Sie fahren nach Osten! Vermutlich nach Al-Masra! Sind sie im Untergrund, verlieren wir sie! Wir führen das Team an! Das werden sie nicht tun, John! Wiederholen, General? Das ist ein Tauziehen, Jungs! Wir müssen zurück, nicht nach vorn! Seit wann? Seit jetzt! Wir schicken nicht gleich die Kavalerie! Diese Dinge brauchen Planung und Vorbereitung! Diese Dinge brauchen Gewalt und Timing! Ich kann beides! Cates Leben rennt euch eine Sanduhr! Ich weiß, sie sind sauer, Captain! Es war auf ihrer Mission! Und das ist schwer zu akzeptieren! Sollen wir sie etwa aufgeben? Ich sage nur, ich kann ihnen nicht helfen! Aber ich halte sie auch nicht auf! In zwölf Stunden ist sie zurück! Sterben sie nicht, John! Laswell würde das nicht wollen! Und ich auch nicht! General, ich dachte, Kate wäre eine Freundin! Krieg kennt keine Freunde! Er kennt nur Feinde! Viel Glück! Wir kämpfen gegen Alcatala in ihrem Revier! Da werden Hunderte sein als Wachen für Laswell! Es fehlt eine Armee! Die kann ich besorgen! Nächster Schauplatz! Nächster Schauplatz! Nächster Schauplatz! Die kennen wir. Weg, Konvo ist unterwegs, es geht los. Erskannen. Sind über der Landezone. Gut, bring ihn runter und warte. Gers, du bleibst im Heli zur Überwachung. Wir arbeiten uns vor. Roger, ich schaff euch Platz, holen wir Leswell. Machen wir so. Hey, alter Mann. Farah, danke für die Hilfe. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Und einen Freund in Not. Bereit? Alles bereit. Wir sehen uns auf der Straße. Alle Stationen. Wir sind unterwegs. Ich glaube, die haben ihre eigene Engine. Das dürfte nicht. Verstanden. Nick, grünes Licht. Oh, ich weiß auch nicht. Genau. Empfange. Jack. Laut und deutlich. Der Alcatala-Konvoi hat uns markiert. Wir hängen uns an ihre Fersen. Bestätigt. Nick, nutze die Schlucht als Deckung. Wir haben nur eine Chance, Leswell zu retten. Roger. In welchem Fahrzeug ist sie? Alcatala hat sie in einem schwarzen SUV im vorderen Teil des Konvois. Zuerst greifen wir die Begleitfahrzeuge an. Dann sichern wir Leswell, bevor Akku die Grenze erreicht. Okay. Achtet auf eure Ziele. Auf der Straße sind auch Zivilisten. Kerzen. Wir sind in Reichweite. Alle Einheiten. Feuer frei. Je genoux. Hey genoux. Jetzt wissen sie Bescheid. Das ist ein bisschen Arsch. Das ist ein bisschen doof, wenn man da echt gar nichts mehr sieht. 2-AQ-Tracks voraus. AQ im Peekup. Absicht, Kontakt. Weg von Rollenhaus. Yeah. Nice, nice, nice. Ich frag mich ja ganz ehrlich, ob ich hier eigentlich noch ne Sniper oder so. Tschüssi. Der ist doch freiwillig ausgestiegen. Haben wir doch gesehen. Was zum Teufel. Mehr AQ. Zwei 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 AQ. Wie witzig. Sehr geil gemacht. Scheiße, scheiße, scheiße! Das ist schon witzig. Wuhu! Ja, führst du, dann schau uns! Bin ziemlich beschäftigt, Käpt'n! Alter! Das hat geruckelt. Eigentlich hat er uns getroffen. Pass auf, du schießt auf den Föhn, bitte! Ja, so viel gibt's jetzt nicht mehr. Du musst dich losschneiden! Ich bin frei! Ja, wir nehmen das Fahrzeug, okay? Okay, so nicht. Da war halt der Kreis und so, da musst du eigentlich immer direkt mit ran. Danke, Scoot Egg, für deinen Unterstützer-Shot. Willkommen bei Riesenhobel. Alle Einheiten, ich hab ein Fahrzeug. Der Akkukonvoi ist noch in Sicht. Verstanden, Gass. Dünne Weiß hat die Herde aus und drängst du Last War 4. Ich schicke mehr Soldatenfahrten. Verstanden. Was ist deine Position? Wir holen auf. Sechs Ende. Und danke auch nochmal für deine Spende oder zusätzlich Scoot. Ja, der Stream ist geil, weil das Spiel halt geil ist. Jetzt müssen wir noch ein bisschen hier aufschließen, würde ich sagen. Okay. Ich glaube, wir haben was gerammt, was direkt vor uns war. Ich glaube, ich sollte eher auf der rechten Seite bleiben, so wie das aussieht. Aber ich glaube, ich kann halt nicht so... Was ist das ja mal geil reingeschmissen in die Nummer? Okay, okay, okay. Gleich reagieren. Und er steht einem grünen Lasten an den Fahrrad-Solzern. Ja, ich sehe sie. Danke, noch was gut. Danke, noch mal mit einer Spende. Verdammt. Fahrrad-Freunde wurden gerade getroffen. Ein bisschen hat der Wagenstuhl gelitten, aber ich glaube, es geht. Nick, was siehst du? LMG voraus. LMG voraus. Das ist nicht so geil. Mama. Danke. Nochmal's gut. Was hast du denn da vor? Vielen, vielen lieben Dank. Zum vierten Mal insgesamt. Jetzt heißt es wieder blind schießen. Ich hab's auch. Danke. Danke, das ist gut. Wer hat wohl Lästern? Ist er da drin? Ne. Verstanden. Bleib an ihnen dran. Wir kommen zu dir. Da haben wir noch mehr. Wie viele sind es? Oh, das sind doch super viele. Wir melden eine Akku-Straßensperre voraus. Bestätigt. Das ist verrückt. Das ist so dieses Grissel und so, das da irgendwie so dabei ist, das ist verrückt. Durchbrechen. Töte so viele wie möglich. Machen wir ihn angst. War ich nicht schon vorgestern Mitglied? Ich glaube schon Dragon King, oder? Weiß nicht. Wahrscheinlich. Genau. Schalt die Maschinen ab und so weiter. Sprechen. Töte so viele wie möglich. Machen wir ihn angst. Machen wir ihn angst. Für deine Schwerte. Für die letzten 5 Euro. Danke sehr. Was zur Hölle ist das? Akku setzt Minen auf der Straße ein. Das sind Zivilisten, Nick. Dafür wird Akku brennen. Ich bringe Streichhäuser mit. Minen voraus, Sergeant. Und cool. Wo kommen diese Minen her? Und einem Truck vor dir. Akku trifft Zivilisten. Wir müssen diesen Truck ausschalten. Du nirgst dich dem Latte mit den Minen. Sergeant, nimm ein neues Fahrzeug. Wie witzig kann neu... Das wird schwer werden, den Wagen zu wechseln. Das zeige ich euch gleich. Das wird nicht so easy peasy gehen. Das sind Zivilisten, Nick. Dafür wird Akku brennen. Minen voraus, Sergeant. Ich bringe Streichhäuser mit. Das wird, glaube ich, böse. Sehr böse. Guck mal, ich kann versuchen, jetzt schon schnell ein anderes Fahrzeug mitzunehmen hier vorne. Wo kommen diese Minen her? Von einem Truck vor dir. Vor dir! Gott! Das so zu manövrieren, dass der nochmal rüberspringen kann, wird böse. Ich glaube, ich versuche es mit dem Auto einfach weiter. Ich glaube, ich versuche es mit dem Auto einfach weiter. Ach, danke! Nehmen wir noch Fahrzeug! Ach! 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 Akku trifft Zivilisten! Wir müssen diesen Truck ausschalten! Du nirgst dich dem Latte mit der Gine. Bestätigt! Das Problem ist gelöst! Boah! Alter! Das... Das... Das wird echt schwer! Das sind Zivilisten, Nick! Dafür wird Akku brennen! Minen voraus, Sergeant! Ich bringe Streichhäuser mit! Hm. Ich versuche es mit dem einen Auto durchzuziehen. Ich glaube, das ist echt besser. Wo kommen diese Minen her? Wo kommen diese Minen her? Vor deinem Brack vor dir! So wie dazu? Vorsicht! Gott! Sergeant! Nehm ein neues Wasser! Da war doch gar keine Mine zu innen! Das ist ja... Da war doch gar keine Mine zu innen! Das ist ja... Das ist ja... Das sind Zivilisten, Nick! Dafür wird Akku brennen! Minen voraus, Sergeant! Ich bringe Streichhäuser mit! So gerne noch ein bisschen boosten, dass wir zumindest hier schon mal schneller rankommen! Wo kommen diese Minen her? Von einem Truck vor dir! Vor dir! Akku trifft Zivilisten! Wir müssen diesen Truck ausschalten! Du nährst dich dem Latter mit den Minen! Bestell dich dann! Der ist tot! Na bitte! Okay... Da sind die letzten drei! Wer geht die Kampagne? So... Sechs Stunden... Alle Einheiten! Was ist euer Status? Nicht schießen, Sergeant! Ich bin im Truck hinter dir und dabei zu überholen! Bin gerade an der Straßensperre vorbei! Gas! Kapitän! Alcatala hat Verstärkung! Du brauchst mehr Feuerkraft! Hüpf rein, Sergeant! Los geht's! Alle Einheiten! Was ist euer Status? Alle Einheiten! Was ist euer Status? Nicht schießen, Sergeant! Ich bin im Truck hinter dir und dabei zu überholen! Bin gerade an der Straßensperre vorbei! Gas! Kapitän! Alcatala hat Verstärkung! Du brauchst mehr Feuerkraft! Höpf rein, Sergeant! Los geht's! Schön, dich heil wiederzusehen! Nimm den Granatwerfer! Hm... Sehr gern! Schweres Kaliber, Käpt'n! Was jetzt? Wir kommen less well näher, also ändern Sie Ihre Taktik! Inwiefern? Wir haben Sie gejagt! Jetzt jagen Sie uns! Sollen Sie nur! Sollen Sie es versuchen! Da hinten! Das ist Pharah! Wir sind komplett! Bringen wir es zu Ende! Captain! Alcatala kommt uns entgegen! Sie versuchen uns einzukesseln! Das werden wir verhindern! Komm! Hara! Aufpassen! Gas! Greif sie mit dem Werfer an! Verstanden! Bin ran! Direkter Treffer! Guter Schuss! Yeah! Danke, Chuck Norris! Gut gezielt Gas! Danke, Chuck Norris, für deine Spende! Soll ich das nicht beschrieben ist? Gönn ihr mich! Ja! Der ist es! Der ist es noch wieder! Hab ihn erwischt! Gut gemacht! Und grüßt mir auch den Chuck! Ja! Wenn wir schon mal dabei sind! Wir müssen ja verraten sein, tippe ich mal drauf! Das ist Guter! Hab ich gehört! Captain! Der Kondro wiegt nach links ab! Wir nehmen eine Abführung zur Grenze! Verstanden, Nick! Bleib an ihm dran! Passt hinten auf! Ausschalten! Farrer! Bleib dran! Wir sind bei euch! Okay, äh, ich hab keine Mutti mehr! Was ist denn du für ein Ding? Nick, siehst du Leswolds Fahrzeug? Ja, Captain! Aber das sind jede Menge Al-Qa-Darraks! Überlasst das uns! Verliere sie nicht, Nick! Sechs Rände! Ich krieg leider keine Muni darüber für den Granatwerfer! Versuchen wir nochmal! Wir kommen näher! Projektil Muniz. Wir müssen uns verteilen! Gers, schnapp dir ein Fahrzeug! Wir greifen sie von allen Seiten an! Okay, okay! Wie groß ist denn der Konvoi bitte noch? Ah, das MG ist die richtige Waffe auf jeden Fall für die Nummer! Bitte nicht nochmal Minen! Das ist ein Grafik-Bug! Da kann ich leider nichts gegen machen! Wie sind die denn noch bitte in dem Ding? Schalte ihn aus, Sergeant! Es ist jetzt nicht mal langsam das letzte Auto und die denken, dass wir das Fahrzeug immer anbringen. Erstmal nachladen! Jetzt haben wir einen kleinen Ruhepunkt! Ist so ein bisschen aus PUBG die Nummer, ne? Hier ist das Autobohraffer, was da ja viele so gerne betreiben, wenn ich es so gehört habe. Hm, sicher nicht! Alle Einheiten! Akku setzt vor uns Bombendrohnen ein! Wie ist Akku an Bombendrohnen gekommen? Major Hatal! Wir sind nur im Tippo! Wir werden zusammen! Aiuter, Herr Algolder! Ich sehe sie! Direkt vor uns! Schalte sie schnell aus, sonst sind wir geliefert! Denken sich aber auch eigentlich noch ein Wehr auf. Gers, der Drohnenpilot ist hinten auf dem Laster! Schalte ihn aus! Grundpilot erwischt! Ich glaube... Seine eigene Drohne hat ihn gerade gekillt. Wir haben nicht genug Feuerkraft für einen MTW! Geh nach ran! Wenn du bereit bist, lenke ich das Feuer auf mich, damit du rüber kannst! Verstanden! Sollen da ran fahren? Naja, gut. Verdammter Mist! Weiter, Gers! Lass dich nicht treffen! Okay, zickzack, verstehe. Wir haben nicht genug Feuerkraft für einen MTW! Geh nach ran! Wenn du bereit bist! Geh nach ran! Wenn du bereit bist! Ja, der Tell hätte sich echt sparen können! Ja, der Tell hätte sich echt sparen können! Verstanden! Verdammter Mist! Weiter, Gers, lass dich nicht treffen! Sargent! Nehm ein neues Fahrzeug! Sargent! Du musst näher an diesen MTW ran! Ich bin in Position! Okay! Mach dich bereit! Wenn ich das nicht super schnell mache, dann ist ein Millimeter wieder dazwischen! Dann springt er da wieder nicht rüber! Achto! Feindliche MTW vor Ruhe! Wir haben nicht genug Feuerkraft für einen MTW! Geh nach ran! Wenn du bereit bist! Jetzt lenke ich das Feuer auf mich, damit du rüber kannst! Verstanden! Gute Nacht, Jabula! Verdammter Mist! Weiter, Gers, lass dich nicht treffen! Sartent! Du musst näher an diesen MTW ran! Ich bin in Position! Okay! Mach dich bereit! Jetzt! Das ist so eklig! Das ist so dermaßen... Ich bin in einer geraden Linie gesprungen! Ach du! Feindliche MTW vor Ruhe! Wir haben nicht genug Feuerkraft für einen MTW! Das steuert sich so ultra eklig! Geh nach ran! Wenn du bereit bist, lenke ich das Feuer auf mich, damit du rüber kannst! Verstanden! Der Mist! Ja, auf die Widergärte! Lass dich nicht treffen! Gehen wir schon irgendwie hin? Sergeant! Nehmen wir ein neues Fahrzeug! Sergeant! Und danach kocht es Grahans! Achtung! Feindliche MTW vor Ruhe! Wir haben nicht genug Feuerkraft für einen MTW! Verstanden! Geh nach ran! Wenn du bereit bist, lenke ich das Feuer auf mich, damit du rüber kannst! Verstanden! Na dann! Versuchen wir es! Vielleicht vor den ganzen Sätzen? Das könnte es vielleicht sein! Verdammter Mist! Weiter geht's! Lass dich nicht treffen! Das kann jetzt noch dauern! Ich bin noch ausgewichen! Ich bin nur noch links weg! Wir haben nicht genug Feuerkraft für einen MTW! Geh nach ran! Wenn du bereit bist, lenke ich das Feuer auf mich, damit du rüber kannst! Jeder kann es heute schon spielen, Mario! Jeder, der eine digitale Version vorbestellt hat! Darf heute schon die Kampagne spielen! Mit jeder Version! Hauptsache digital! Der Mist! Weiter geht's! Lass dich nicht treffen! Ich bin in Position! Okay! Mach dich bereit! Jetzt, Sergeant! Gleich auf den MTW! Passiere eine Ladung und verschwinde von da, Sergeant! Der Trick ist, nicht springen! Ladungen platziert! Links! Spring rüber! Du durftest hierbei nicht springen! Davor musst du immer springen! Hierbei nicht springen! Einfach nur rüberlaufen! Das ist alles! Okay! Nikolai! Blockiere sie mit dem Heli! Mämon auch Raseurschappee! Aufpassen! Lasswell und Nikolai sind vor uns! Verstanden! Wir können superspezifizistigen mich nicht passen! Wir müssen hier mit dem Schwarzen ist übrigens an den Klopsten! Räumen mal zur! Bein umgelegt! Wurde! 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 Oh, oh, jetzt aber ganz schnell nachladen. Diese Sichtstörungen sind manchmal super zu lang. Ich seh nichts. Falle, die sich fangen, ich habe auch die neuesten Grafiktreiber und alles drauf. Also, daran kann es eigentlich auch nicht liegen. Das ist vorbei. Ein Familientreffen. Sieht so aus. Ich glaube, das ist in meinem Ranking definitiv die schlechteste Mission gewesen von all dem Ganzen. Aber nur wieder Steuerung. Ansonsten eigentlich auch cool. Dann sind wir quitt. Hoffen wir auf das Glück. Bis demnächst, Käpt'n. Es tut mir leid, ich konnte sie nicht. Nein, das war meine Schuld. Ich hätte sie nie... John, hör auf. Alles gut. Okay. Wir haben größere Probleme. In Spanien gab es keine Raketen, nur die Leitsysteme. Leitsysteme? Wo zur Hölle haben sie die her? Russen. Und wo sind sie jetzt? An den Raketen. Und außer Hassan weiß nur eine Person, wo wir sie finden. Die Hände sind nicht. Die Hände sind nicht. Die Hände sind nicht. Die Hände sind nicht. Ein Kartell, Lieutenant. Ein Diamant. Ganz genau. Du lernst dazu. Meine Quellen sagen mir, alle VIPs in Las Almas werden da sein. Ein paar auf Einladung und andere... Auf Ansage? Ja. Warum treffen sie sich? Nosotros. Las Almas. Es brennt. Und sie wollen den Brandstifter. Sin hombre wird da sein, ja? Keine Garantie. Aber das ist die beste Chance. Nutzen wir sie. Ich habe genug Shadows hier, um das ganze Land zu besetzen. Ich hätte Einwände. Ich meine ja nur. Ein Haus ist kaum ein Problem. Wir brauchen Sin hombre lebend. Dann... Treffen wir uns mit ihm. Wie? Sie kriegen, was sie wollen. Infos. Sie wollen wissen, wer hier ist? Bitte sehr. Persönlich. Korrekt. Einer von uns geht rein. Findet den Boss und... holt ihn raus. Ich tue es. Das gehört zum Job. Der Marschflugkörper muss um jeden Preis aufgehalten werden. Ich biete Daten für ein Treffen mit Sin hombre. Und wenn er da ist, gehört er uns. Orale. Tienes huevos, Cabron. Aber alleine gehst du unter. Ich geh mit. Ich überwache euch. Shadow kreist im Heli über dem Ziel. Alles klar. Sie werden Beweise wollen. Zeig ihnen das. Ruft, wenn ihr mich braucht. Okay, dann machen wir uns startklar. Moin Xaros. Moin Xaros. Shadows auf Position. Okay. Alles bereit hier. Ich sehe Platz zum Landen auf dem Dach. Check. Zwei Wachen im Blick am Vordereingang. Alejandro, wie läuft's bei dir? Um Bakero drinnen. Verdammt. Hast du das gemacht? Mit Gewalt. Moment. Ich sehe es ab. Moment der Wahrheit. Sehen Sie ihn? Ja, jetzt schon. Sie führen ihn ab. Der Junge hat Eier. Hoffentlich backt er es. Hermano. Alejandro. Wie hast du? Keine Zeit. Hör zu. Gib ihnen da drin gute Infos. Lügt nicht. Sag ihnen alles, was sie wissen wollen. Sonst sie absuchieren. Ihnen alles sagen? Alles. Mexikanische Spezialeinheiten. Amerikanische Shell in Arcedo Company. Philip Graves. Die ganze Wahrheit. Sogar dein Name? Ist das? Ja, Herr. Wie hast du hier? Man nennt mich Soap. Also was ist Soap überhaupt für dein Name? Gehen wir. Ich möchte zu Elsie Nombre. Er möchte gern zum Boss. Du lebst nur, weil du vielleicht Informationen für uns hast. Du lebst nur, weil du vielleicht Informationen für uns hast. Hoffentlich sind sie gut, Guero. Sonst skalpiere ich dir gleich den Iro vom verfickten Kopf. Scherb dich aus meinem Aufzug. Das ist mein Haus. Das ist das. Du triffst den Boss erst, wenn ich es sage. Halt die Klappe, bis man dich fragt. Und mach's importante. Sag die scheiß Wahrheit. Denn wenn du lügst, bist du Hundefutter. Wir sollen nicht ganz weit sagen. Wir verraten erstmal Alejandro. Als nächstes. Der Boss sagt keine Droh. Diego. Ich will mich nur wach halten. Okay? Befeute! Die verdammten... ...Regel! Der Schmerz hält dich wach. Zurück an die Arbeit. Los Elmas ist im Krieg. Du willst gewinnen? Dann gehorche. So überlebt die Organisation. Und deswegen ist der Boss heute hier. Gute Nacht, Freunde. Ich bin noch nicht. Mövete! Hm. Setz dich. Nice. Wer ist das? Wer heißt Soap? Er kam zu uns. Soap? Sicher? Und du lässt ihn rein? Einfach so? Sagt, er hat Informationen. Pendejo di mierda! Wir kennen ihn nicht und er sieht unsere Gesichter! Valeria, ich bin sicher, er könnte uns helfen. Er weiß bestimmt etwas. Das will ich doch wirklich für dich hoffen. Denn sonst töte ich ihn. Und dann sitzt du auf dem Stuhl. Es ist simpel. Ich stelle Fragen und ihr sagt die Wahrheit. Lügt mich ja nicht an! Wir haben neulich einen Freund in den Bergen versteckt. Dann griff uns jemand an. Wer? Ich glaube, es war ein anderes Kartell. Jetzt du, Blanquito. Wer griff uns an? Es war nicht das Kartell. Es waren mexikanische Spezialeinheiten. Wir fanden die Leichen. Woher ist das Speziales? Nun, wie war es denn Außenstehender von den mexikanischen Spezialeinheiten und du nicht? Vielleicht war er da. Du warst dort, Arschloch. Vielleicht war er es auch. Die Spezialeinheiten wurden von Außenseiten unterstützt. Wer war das? Wir... Wir haben sie gehört. Einige auf Englisch. Sie waren mit Gringos wie ihm. Amerikanische Söldner. Namens Shadow Company. Das Barqueros arbeiten mit Söldnern zusammen. Es ist Spinsches wie Borras. Siehst du? Ich hatte recht. Es waren die Gringos. Hast du Beweise für diese Shadow Company, im Bessil? Wie soll ich das machen? Und du? Welche Beweise hast du? Revisa mi Bussio. Was ist das? Das Shadow Company Emblem. Mein Beweis. Wer führt die Shadow Company? Gib mir einen Namen. Philip Graves. Phil Graves. Phil Graeber. Das gefällt mir. Dieser Graves. Was will er wohl? Er will euren Boss. Er ist ein Name. Jetzt dürft ihr mich trauen. Ich rat's euch. Bitte nicht. Du hast uns nichts erzählt. Wir bezahlen dich gut, aber diese Außenseiter weiß mehr. Zeig, dieses nutzlöse Stück umzubringen. Mit Vergnügen, Valeria. Bitte, ich will nicht sterben. Que bonito. Te vi bien ahí. Gut gemacht. An die Arbeit. Okay. Wir gehen nach oben. Ist gar nicht auffällig, oder? Dass ich das alles weiß oder irgendwas. Komm schon, Guero. Also da ist so ein latenter Logikfehler drin, oder? Damit das klar ist, wir sind noch nicht mit dir fertig. Sin nombre wird über dich entscheiden. Besser, ihr kriegt das hin, Arschlöcher. Vamos. Oder? Oder? Also... Ich finde, es macht nicht so richtig Sinn, dass wir uns vertrauen. Also so gar nicht. Nicht mal ansatzweise. So ein Drogenboss, der Ewigkeiten versucht, dass er unerkannt bleibt. Ich bin im Penthouse bei Elsie Nombre. Wann treffe ich Elsie Nombre? Valeria spricht gleich mit dem Boss hier. Du wartest bei den anderen. Ich hab das Gefühl, Elsie Nombre wird sehr an einem Gespräch mit dir interessiert sein. Ich sag, es ist Shepard. Du wirst hier warten, Sub. Ich bin in der Ofrenda. Keine Störungen. Sie helfen. Komm ich klar, Mann. Wir brauchen dies draußen. Bien. Gib ihm eine Maske und bewach ihn. Du lebst noch. Alejandro, Du auch, Kumpel. Elsie Nombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Diego hat sie. Nimm das. Matt. Hier. Wozu eine Maske? Manche Chias sollte man nicht beim Quartell sehen. Kommunikation steht. Funkcheck. Alles klar. Alles gut. Dann mal los. Ghosts sind drin. Wie seht's aus? Elsie Nombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Daraufzubringt uns hin. Wir brauchen nur Diegos Schlüsselkarte. Wo ist Diego? Auf Rinder. Zweiter Stock. Was gesehen, Lieutenant? Wenn du einen Weg aufs Dach findest, gibt es dort einen Zugang zum Penthouse. Ich komme so oder so nach oben. Cuidado, hermano. Wenn dich die Wachen dort oben finden oder in der Garage, erschießen sie dies. Was ist in der Garage? Keine Ahnung. Aber es ist wichtig für Diego. Finden wir Elsie Nombre und erledigen wir das. Ende. Okay. Hol dir Diegos Schlüsselkarte. Oder finde einen Weg aufs Dach. Responde. Si. Dime, que ya encontraste algo. Bien por aquí. Recopio. Buera. Mal gucken, wer dieser Diego ist. Nadie puede pasar por aquí. Fíjate de tu, amigo. Él ya se fue. Tu quedaras aquí. Hasta que él sin nombre decida, que hacer contigo. Así de ese momento. ¿Qué? 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 Wie er einfach umgefallen ist. Okay, das scheint aber definitiv nicht zu sein, so wie es aussieht. Oder finde einen Weg aufs Dach. Moin, Whitelow. Moin, moin. Ich denke mal, hier kommen wir wahrscheinlich hoch. Oder? Da hoch, da hoch, da rein. Das ist Sperrgebiet. Die Wachen schießen sofort. Central, C1. Voy hacia la Armería. Dos minutos. Ich bin im zweiten Stock. Diego es in der Ofrenda. Sie ist irgendwo auf diesem Stock. Alejandro. Ich habe Diego gefunden. Roger. Ich habe ein Wurfmesser gefunden. Gut, damit solltest du unentdeckt bleiben. Ich bin im zweiten Stock. Ich bin im zweiten Stock. Ich bin im zweiten Stock. Sie wissen, dass ich im zweiten Stock bin. Hier ist alles ruhig. Sie dich zurückwenden muss. Hallo. Ich habe eine Waffe mit Schalldämpfer gefunden. Gut, damit hören Sie deine Süße nicht. Hallo? Entspann dich, Kyvi. Das wird schon. Ja, wenn dir der Himmel gehört, gehören wir alle. Alle. Verstehst du, hm? Ruft alle Laser-Bosse zusammen. Alejandro, Diego ist tot. Auevo, mein Fleisch und Blut. Halt deine Schlüsselkarte, schnell. Du musst dich schnell finden. Die Wachen kommen gleich. Wo ist das verdammte Ding? Hast du den Altar durchsucht? So, sie kommen. Du musst sofort weg. Hab die Schlüsselkarte. Gute Arbeit. Komm zum Aufzug oder in den nächsten Stock. Aber sei leise. Versuchen wir mal, dass das so geht. Oh, die Mainzer. Nicht mehr lange und das heißt eher guten Morgen. Machen wir mal vor Ort. Okay. Hier bist du in Sicherheit. Hä? Müsste er gehen, oder? Gute Nacht, Ford. Achso, der ist ja schon die ganze Zeit da. Ist gar nicht auffällig, nachdem ich als komischer Weißer hier mit dazugekommen und so viel Weiß. Jetzt sterben da irgendwie oben Leute, also, ne? Ja, hab ich doch schon nichts gemacht. Schäme, Alejandro. Wird schon, wird schon. Ich glaube, ab jetzt können wir aber auch so loslegen. Sein Name verdirbt diese Stadt seit Jahren. Le vendi su nombre al Diablo. Heute holen wir sie zurück. Hasta la muerte. Ay. Sicherheitscontrole voraus. Wie kommen wir da durch? Vertrauen mir. Identifikation. C4. Tengo el otro visitante. Komm hier rein. Geben wir dem Namenlosen ein Gesicht. Die Lieferung aus Spanien kam pünktlich an. Ich... Ich versichere Ihnen, dass meine Männer es zu Ende bringen und die Pakete da sein werden. Sin nombre. Estas preparado para otro visitante. Feliz viaje. Sie ist es selber. Scheiße, unmöglich. Was ist? Die Sicaria, die ich unten getroffen habe. Valeria, sie ist El Sin nombre. Valeria? Bist du sicherer, Hermano? Ja. Wir müssen handeln. Ray, Sin nombre gibt dich als Sicaria aus. Wir gehen rein. Bist du bereit? Check. Ghost? Bereit. Wir brauchen Silevend. Sie ist durch die Hintertür. Lass sie nicht entkommen. Da haben wir aber ein paar Mal in Köpfe geballert, ohne dass was passiert ist. Auf den Boden. No more. Ich knie vor niemandem, Capron. Eine Drogen wird in den Knie überlegen. Oh, wenn ihr jetzt. Boden gehen, wir können übernehmen. El Sin nombre. Me llamo Valeria. Geschickt versteckt. Versteckt. Ich bin überall Soldado. Das ist gut. Wir auch. Gehen wir. Hermano. Hermano. Que pasa. Valeria. Ich kenne sie. Okay. Könnte ich, könnte ich, könnte hart werden. Ich... Ich... Lästig. Okay, woher kennt ihr beide euch? Kennen ist ein zu starkes Wort. Starke Worte sind so wichtig. Unsere Worte sind unser Bund. Barsher Halle, du verlogenes Mist. Ich bin überall, Comandante. Ja. Ja. Vamos. Erselmann. Du kannst mir nichts mehr befehlen. Selbst die Hunden, Las Almas bellen mich nicht mehr an. Mira este. Sie ist ex-militer. Wir dinden zusammen. Andere Trupps. Selber Einheit. Ihr wart die Wilden. Los Barqueros. Wir waren die seriösen Senores y Senoras. Bist du der Sache mit dem Sonn von La Araña? Te acuerdas? Die lief doch perfekt. Ihr Team sollte die Stadt abriegeln, damit die La Araña Vollstrecker kein Blut vergessen. Genau das haben wir getan. Ihr musstet nichts abriegeln, weil ihr selbst die Vollstrecker wart. Er wurde ohne Zwischenfall in die Berge eskortiert. Auch wir wollten kein Blut vergießen. Er sollte ins Gefängnis. Du hast ihn getötet. Und dann übernommen. Es entstand ein Machtvakuum. Ich hab's gefüllt. Las Almas braucht mich. Las Almas braucht Soldaten. Nicht Sicarios. Und du? Du entehrst die Armee. Hoi, Sven. Y tus hermanos, no? Warum tust du das? Sag du's mir. Du bist der Dienstleister, no? Was du nicht erledigst, macht die Konkurrenz. Du bist ein Narko und versteckst Terroristen. Terrorismus ist gut fürs Geschäft. Als Versicherung. Was ist das für ein Mist? Ziehe es endlich mal deinen verdammten Kopf aus deinem Arsch, Karacho. Puta madre, Alejandro. Solange ihr Krieg führt gegen Terror, kämpft ihr nur halbherzig gegen Drogen. Ihr wollt euren Terroristin und eure Raketen ohne Blut vergießen? Dann braucht ihr wohl mich. Nein, das mach ich nicht. Das ändert doch nichts. Doch, das ändert alles! Fuck! Gebt keinen Deal ein. Das endet böse. Dann haben wir jetzt Zeit zu reden. Ich will die Raketen, ich will die Ziele und ich will Hassan. Ich geb dir zehn Sekunden, dann zeig ich dir den Unterschied zwischen dem Militär und mir. Ich kenne die Ziele nicht. Ich bin Kurier, ich befördere. Ich kann euch zu den Raketen führen. Wenn ihr zurück seid, sag ich euch, wo Hassan ist. Als Gegenleistung lasst ihr mich gehen. Verschwindet aus Las Almas, Zimmel, Largan, ja. Deal. Und bis dahin bleibst du schön brav hier. Durch das Verhör erhaltene Koordinaten bestätigen eine Ölbohrinsel 400 Seemeilen vor der Küste im Golf von Mexiko. Die Bohrinsel ist nicht mehr aktiv und wird vom Kartell als Schmuggelwareversteck benutzt. Nordwestlich davon ankert ein Frachtschiff. Die Aufklärung hat gemeldet, dass ein großer Container vom Schiff auf die Plattform gebracht wurde. Der Container befindet sich oben auf der Plattform. Wir denken, das ist die Rakete. TF-141, Colonel Vargas und Shadow Company gehen mit drei Bootsteams für die simultane Übernahme der Ziele rein. Ghost leitet den Angriff auf das Schiff. Graves, Soap und Alejandro greifen die Bohrinsel an und entschärfen die Rakete. Alle Schützen gehen ohne Rücksicht vor. Sie haben Befehl, alle Bedrohungen auszuschalten. Mois. Bohrinsel, raus! Hey, das ist unser Ziel. Chaross 1 und 2 zu den Einhackpunkten. Laden wir uns selbst ein. Alle Stationen, Schiffe in Sichtweiter. Verstanden, andere vorbereiten. Bleibt auf dem Fang. Wenn Valeria nicht lügt, gehen wir an Bord, sichern und entschaffen die Rakete. Und wenn sie lügt? Gott hilft ihr. Gott hilft uns allen. Reich sein für alles. Könnte eine Falle sein. Jeder, der das Spiel digital vorbestellt hat, also eine digitale Version, kann heute schon die Kampagne spielen. Egal mit welcher Version. Ab 19 Uhr. Ganz einfach. Das heißt, hast du dir eine digitale Version vorbestellt, dann kannst du es jetzt installieren und spielen. Wie ein reguläres Spiel bei Steam. Nur die Kampagne. Die Rakete ist auf dieser Plattform. Ich will eine vollständige Eindämmung. Oh, Fennek. Geil. Vektor. Oh, saugeil. Schicke Waffen. Minibug. Minibug ist der beste Name. Sieht schon geil aus, oder? Also, man merkt schon, dass sie langsam mit ihrer Engine echt an die Grenzen kommen, aber... Die holen ja noch mal echt alles raus, was geht. Kostoff-Hybrid. Einfach saugeil. Die Schussfolge. Das ist der Nachtklaus connectiv. Der Hauptdeck. Wie ist dein Status? Gehen jetzt mit Shadow 3 an Bord des Schiffs. Roger. Gehen rein. Mann an Bordes. Sie sind dann alle geboren. Nein, 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 nein. Bete, ich weiß nicht, dass Sie hier sind. Wir müssen uns beeilen. Alle Shadows loswerfen. Ich will den Container sofort überwinden. Oh, Semtex, für mich? Haben einen erwischt! Wir müssen los! Shadow 1, Ghost! Leuchtsignale von der Bohrinsel gesichtet! Wie ist Parkstatus? Over! Ghost, Sie signalisieren dem Schiff! Sie werden die Rakete starten! Wir sind die erste Stufe, wir haben noch Zeit! Alle Shadows, alle Shadows, Rakete zum Regenipand! Ei, 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 ei! 2, 1, wir greifen an! Gib uns Deckung! 2 bestätigt! Nach oben in 10! Okay, dann gehen wir weiter nach vorne! Ich ahne ja Böses! Hänge nach oben vor! Auf zum Helipand, Sergeant! So, nimm die Treppe! Flankiere sie! Scheiße! Wirkt das lange! Okay, dann wollen wir mal! Kommen wir hier irgendwie hoch? Gehen wir da drauf und lassen Sie kalt! Hier darf ich jetzt nicht hochklettern! Ich glaube, da wollen wir jetzt so schön viele Sachen klettern! Na ja, machen wir mal! Wir haben verwundet das! Scheiße! Sicher! Geh nach oben! Los! Kommando hier ist Shadow 1! Vorinsel gesichert! Drück Sie jetzt zum Container vor! Verstand! Bestätigen, wenn das Ziel neutralisiert wurde! Wenig Back! Beste Waffe! Immer, ich sag's euch! Öffnen! Wo ist die Steuerung? Auf dem verdammten Schiff! Kommando, es gibt ein Problem! Rakete ist scharf! Die Steuerung ist auf dem Schiff! Sie haben Ihre Befehle, Junge! Die Rakete darf nicht starten! Alejandro, Feuerschutz! Sogen wir nach! Wir gehen auf das Schiff! Ich gebe euch Denkung, Hermano! An alle Einheiten! Raketensteuerung gesichtert! Nicht wiederholen! Raketensteuerung auf der Brücke! Verstanden! Geile Besuchungssätze! Los! 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 Auf jackode! Ah, das kennen wir aus dem Trailer! Der Raketensteuerung ist auf der Brücke! Wir müssen den Stand verhindern! Alejandro! Halte von der Bohrinsel aus Wache! Wir rücken nach oben vor. Und dann nötig. Okay, rückst du aus. Container sind unter der einzige Depot. Acht auf, dass du nicht zerquetscht kannst. In Bewegung. Wir bringen nach oben vor. Wer gibt's? Acht auf, die Container. Na, na, na. Acht auf, direkt. Sehe, die Brücke. Oberdeck. Du gehst auf, wir fressen. Wir müssen die Lieder höher. Wir gehen nach oben vor. Folter ledigend. Nein, wir haben keine Dank für das. Die Leute sind zur Brücke. Hier ein, wir kämpfen uns zur Allgangsburg. Handeln. Nice. 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 Okay. Nice. 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 Ja, das ist schon mal cool, das ist schon mal cool. Ich konnte ja nicht weiter hochklettern, damit war ich doch schon oben. Wie ein verdammter Film, ja, das ist schon, das stimmt wohl. Wir kämpfen uns zum Eingangskurs! Verstanden! Achtung, direkt! Sehe die Brücke, oberen Ecken! Lug auf den Platz, wir müssen zu dieser Tür! Holger, ledig! Oh nein, wir müssen da keine Sankte leisten! Die Reise auf die Sankte kommen! Hier rein! Wir kämpfen uns zum Eingangskurs! So kann nicht! Okay, ich glaube ich warte, bis das Schiss noch mal an die andere geht. Ich weiß, auch vielleicht was schon mal erzählte ich nicht. Wenngas dann? Was ist denn weg, David? Okay, ich glaube ich muss in diese Seitentür einfach nur rein. Das ist auch cool gemacht. Ups, okay. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Wollen wir mal? Die Steuerung liegt dahinter. Warte, 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 serious. Tschüss. Okay, zurück. Jetzt Shadow 1, spreng den Brückeneingang auf. Drei, zwei, eins. Drängen! Alles schnell! Drücke! Luft, 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 Luft! Geh vor, Sergeant. Geh vor, Sergeant! Was war das denn für ein Ding? Die geile, kleine AKM, nice. Das haben sie schon echt geil gemacht. Man steuert sich auch so. Also ich muss die ganze Zeit mal gegenlenken und so, dass ich halbwegs von der Strömung nicht umgerissen werde. Das war's. Sicher! Korridor, sicher! Granate! Freche Mistkerle. Freche Mistkerle. Die Treppe war ein, wir rücken zur Brücke vor. Wir müssen alle ran kommen. Sicher. Los, rein da. Okay, haben die Steuerung. Klicken und sein. Komm schon, Baby, komm schon, Baby, komm schon, Baby. Fuck. Sehr geil gemacht. Okay, dann wollen wir mal. Kommando, sind an der Steuerung. Was ist der Befehl? Geben Sie den SNS-Code ein für die Detonation. Was ist ein SNS-Code? Sprengung nach Start. Wir zerstören die Bohrinsel mit der Rakete. Alejandro ist noch dort mit den Shadows. Alle Einheiten räumt die Bohrinsel. Wiederhole, räumt die Bohrinsel. Leute, wie viel Zeit haben wir? Eine Minute. Verstanden, in Bewegung. Los, an die Steuerung. Kommt zurück, Scoot. Und wieder, danke, danke für die Spende. Aktiviere den Diagnosen, um den Locken zu umgehen. Soap, drück die Tasten Clear und Mode gleichzeitig. Erledigt. Moment, was passiert hier? Nur etwas Technik magieren. Okay. Jetzt brauche ich die letzte Ziffer in Reihe 2, Spalte 1. Letzte Ziffer. Sehe ich nicht. Null. Negativ. Reihe 2, Spalte 1. Nochmal. Reihe 2, Spalte 1. Ach, da. Ah. Ziel aktualisiert. Drück Execute und das war's. Genießen wir unser Werk, Sergeant. Und Abschuss. An alle. Achtung, gleich knallt es. Rakete abgefeuert. Sieht durch diesen wunderschönen Scheiße. Heilige verdammte Scheiße. Alejandro, alles okay? Heilige Mutter Hottes, das war der Wahnsinn, Mann. Alles okay? Bestätigt. Hier? Hier ist alles gut, Hermano. Gold Eagle hier, Shadow 1. Treffer. Treffer. Rakete und Bohren sind zerstört. Verstanden, Shadow 1. Gut gemacht. Jetzt raus da und nach Hause. Soap, Ghost, danke für die gute Arbeit. Verstanden, Kommando. Zurück zur Basis, Männer. Danke nochmals, Scoot. Danke auch für den Sticker. Oh. Was ist das? Nur die unmittelbare Zukunft. Trete zurück. Was? Ganz recht. Bist du irre? Das ist meine Basis. Keine Basis. Es ist eine beträchtliche Geheimanlage. Und ich mag sie, also nehme ich sie. Ihr wurdet freigestellt. Danke für eure Dienste. Nein, 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 nein. Du kannst mir nichts befehlen. Hat nicht Valeria sowas gesagt? Da frage ich mich doch, was ich sonst noch wissen sollte über deine Verbindung zum Drogenhandel. Was zum Teufel hast du gerade gesagt, wenn der... Du bist zu weit, Graves. Tut das nicht. Tut das nicht. Ich will kein Blut vergießen. War das eine Drohung? Soldat, ich bedrohe nicht. Ich gebe Garantien. Also ganz locker. Ich rufe Shepard. General Shepard lässt schön grüßen. Er wusste, ihr würdet das nicht gut aufnehmen. Wer weiß davon? Er hat mich zum Befehlshaber dieser Operation gemacht. Also haltet alle den Ball flach. Zeit, dass die Profis hier übernehmen. Und warum tun wir noch so, als hättet ihr irgendetwas zu sagen? Ich habe Befehle. Und ihr jetzt auch. Und für wen hältst du dich eigentlich? Gabron! Meine Männer sind da drin! Ich fürchte nicht, deine Männer wurden verhaftet. Graves, was Zeugers! Hey, Alex! Lamm doch mal! Los, Johnny! Verschwinde! Okay, Böse. Hörst du, Ghosts? Das war ein großer Fehler, Bruder. So hätte es nicht laufen müssen. Uh-oh. Oh-oh. Ich schicke einen Transporter für die Gefangenen zu eurer Position. Bereithalten. Auf Verstärkung, nötiger Platz, schnell! Sieht aber nicht so gut aus, dass er da im Arm hat. Soap, hier ist Ghost. Hörst du mich? Johnny? Johnny, hörst du mich? Bestätigt. Dachte, du wärst tot. 2-0, seine Männer sollen alles absperren. Wenn Ghost, Soap oder Hassler hier sind, entkommen sie uns nicht. Verstanden. Männer, alles abriegeln. Ich bin kein Arzt. Sag mir was, dass ich noch nicht weiß. Behalte dein Blut bei dir, du wirst jeden Tropfen brauchen. Danke für den Tap. Ich hab keine Waffen, kein gar nichts. Nur mal so. Wo bist du? Da ist deine Kirche. Bin auf dem Weg dorthin. Wir treffen uns dort. Du musst improvisieren, um zu überleben. Reihe ihn und seiner Amigos auf. Graves und Shadow sind auf nem Amoklauf. Suche nach Hassan. Nach Hassan und uns. Okay. Ich versuch zu improvisieren. Tu es. Scheißdreck. Unsere Männer haben korrupte Bullen in der Nähe gefunden. Wir sollten uns mit ihnen unterhalten. Kein Glück. Verschlossen. Such nach Vorräten. Dinge zum Bau von Hilfsmitteln. Willkommen im Guerillakrieg. Verdammte Scheiße. Pharmaker. Hab ein Seil. Das ist dein Anfang. Such weiter. Das ist ja witzig. Das wäre witzig gemacht jetzt. Ich hab ein Ventilatorblatt rausgebrochen. Umwickle das Blatt mit dem Seil und brich damit die Tür auf. Klingt als hättest du das schon mal gemacht. Jahrelange Übung. Das ist jetzt ein Brecheisen ja. Jetzt bin ich mal gespannt wie er das jetzt nutzt. Das Ventilatorblatt ist im Arsch. Bist du durch die Tür? Ja, bin ich. Gut. Halte die Augen offen. Du wirst noch mehr hilfreiches Zeug finden. Wir sind die Polizei. Wer glaubst du du bist? Okay. Moin Meinzelmar. Grüße in die USA. Ja. Nimm das Kind und bring es hier weg. Na los. Komm schon. Folge mir. Und was haben wir hier? Als bald. Tenemus mas policia. Bullen die fürs Kartell arbeiten. Was? Zeigen wir ihnen was wir von Korruption halten. Mit Vergnügen Sir. Teufel aber auch. Böse. Hat ne Stirnlampe gefunden. Nicht weit weg von. Ihrem früheren Besitzer. Gut. Aber pass auf. Sie könnte Aufmerksamkeit erregen. Uff. Gibt's was Neues? Die Seltener töten alles und jeden. Kriegsverbrecher. Ich würde nur zu gerne auch ein paar Kriegsverbrechen begehen. Tyrannei. Sie werden büßen. Meinst du wir bekommen grünes Licht um sie zu jagen? Vergiss grünes Licht Johnny. Wir sind auf uns allein gestellt. Was ist mit Captain Price? Price ist nicht hier oder? Der alte Mann kann uns nicht helfen. Diesmal nicht. Ich traue dem Captain. Er wäre hier wenn er's wüsste. Pass auf wem du tust Sergeant. Nahestehende können am meisten verletzen. Guter Rat Lieutenant. Wenn ich mal groß bin will ich werden wie du. Du willst besser sein als ich Johnny. Das werde ich. Gut so. Glaubst du ich lebe noch so lange? Vermutlich nicht. Gleich kannst du kann ich äh die... 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 Achso. Ich glaube die... Die Baseballschläger oder sowas ne? Nichts. Ja trotzdem witzig gemacht. Verfluchte Scheiße. Was zur Hölle ist da oben los? Ich sehe nach. Schon witzig ne? Gute Nacht Labor Boy. Bye. Okay. Okay. Ich verdiene was. Du wolltest doch einen Sieg. Glückwunsch. Du hast gewonnen. Ach zur Hölle mit dir. Da war ich schon. Okay. Dann anders gesagt. Fick dich. Schon besser. Die Kirche ist im Norden der Stadt. Paraffin. Alter was. Okay. Ich bin auf Scharfschützenposition im Hintergrund. Im Kirschturm. Finde den Wiktors Hirn. Dann schaffst du es vielleicht. Escuchame Cabron. Estas cometiendo un error muy, muy grande. Ihr arbeitet gern für die Narcos? Wie? Wegen der Kohle? El dinero hombre? Por favor. Por favor. Graves treibt Cops zusammen. Er ist jetzt Frichter, Geschworener und Henker. Das ist mit Sicherheit nicht so richtig gut. Mit 141 will ich mich nicht anlegen. 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 Wir sollten die weiße Fahne hissen und reden. Wir sollten die weiße Fahne hissen und reden. Uns enden alle tot. Ich hab kein Schiss, Bro. Ich bin auch nicht blöd. Tut sich da was? Hier ist es ruhig. Flasche. Gut für eine Ablenkung. Sie machen mir eh keine Sorgen. Flasche geworfen. Hat super funktioniert. Sag ich doch. Hör auf mich und du lernst vielleicht was dazu. Wenn du mit dem Totenkopf in der Sicht begegnest, bleibst du cool? Was zur Hölle? Du hast recht. Vermutlich nicht. Denn im selben Moment wirst du schon tot. Hab etwas Wachs gestohlen, Lieutenant. Könnte nützlich sein. Wir müssen nur gucken für was. Hat Chemikalien gefunden. Mit ein bisschen Wachs wird eine Rauchbombe draus. Eine giftige Ablenkung. Krank. Gefällt mir. Ihnen aber garantiert nicht. Das ist praktisch. Okay. Ich glaub das passt schon. Hier ist ne Gasse. Ich meinte die Rauchbombe könnte es sein. Schiff wie blöd da draußen. Wie war das? Es regnet sehr stark. Dann sag das doch. Hab ich. Hat geklappt. So ein bisschen. Moin Cashbox, Brad. Darin aber auch. Konzentrieren wir uns auf dich, Johnny. Du magst mich also doch. Oh scheiße. Verfluchte Scheiße. Sieh dir das an. Da hat jemand sich ne schicke Falle ausgedacht. Und da seh ich doch meine erste Waffe. Ich geh rein. Jack. Nimm was du brauchst, um sie dir vom Leib zu halten. Sehr schön. Da sag ich nicht nein. Jetzt sind wir im Geschäft. Ghost. Soap. Hab ein Stolperdraht in einer Schrotflinte entschärft und die Waffe genommen. Ghost. Fehlt dir ein Messer? Mehrere. Hab glaub ich eins gefunden. Einige der toten Shadows gehen auf mein Konto. Du bist hier lang gekommen. Auf meinem Weg zur Kirche. Und hast mich zurückgelassen. Ich bin es gewohnt, allein zu arbeiten. Soviel zu niemanden zurücklassen. Schwing einfach deinen Arsch zur Kirche. Ich will nur, dass du am Leben bleibst und heil herkommst. Einer von uns muss das überleben. Wie stehen meine Chancen? Zwing mich nicht gegen dich zu wetten. Ich habe noch viel Boden vor dir. Öffne damit Herzen und Katze, Johnny. Johnny, Graves legt eine Nachtschicht ein, um uns zu finden. Wieso? Graves und Shepard sind beide involviert. So oder so. Das hier alles ist eine beispiellose Scheiße. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Präzise und tödliche Schüsse lösen gewöhnlich solche Dinge. Im Augenblick sind wir hier nicht sicher. Im Augenblick sind wir nirgendwo sicher, Lieutenant. Wir können wieder so ein komisches Brecheisen gedöhnt. Mal gucken, ob wir es damit öffnen können oder ob ich da drauf hauen kann. Aufstemmen. Sprengsätze. Was hast du? Ardrenalin. Das könnte interessant werden. Ich bin im Café. Hol mir einen Tee. Verdammte Briten. Dafür bist du mir was schuldig. Warum? Wir helfen uns gegenseitig bei unseren Problemen. Was ist mein Problem? Die Maske. Nimm sie ab. Mein Gesicht zeigen. Ja, Sir. Negativ. Bist du hässlich? Ganz im Gegenteil. Ich bin zweifelig. Das ist schon witzig. Auch noch der Snow-Brenner. Gute Nacht, Malagant. Ich hab Klebeband. Sehr nützlich. Zum Geschenkeverpacken. Sehr nützlich, so zu sagen. Behalt es am besten. Kann ich gebrauchen. Ich spüre hier bei solchen Kleinigkeiten, spüre ich irgendwie schon so ein bisschen DMZ und sowas, was da noch kommen wird, ne? Ohne Waffe wird er nicht weit kommen. Einer von eins für eins ist immer noch gefährlich. Geh nach links, ich durchsuche die Gasse. Roger, bin unterwegs. Wer da? Noch kannst du dich ergeben. Johnny, die Stadt ist voller Tunnel. Einer führt gegenüber der Kirche hinaus. Achtung, der Tunnel ist geflutet. Das wird ein kaltes Bad. Na super. Sieh danach. Sieh danach. Sieh danach. Messer an. Komm schon raus. Ich hab ein Messer. Ich werde dich finden. Hilfe. Kannst du mich hören? Ich höre. Bericht. Alles ruhig. Verledigt. Was hast du? Kein Lichtkontakt. Ja, so seh ich halt nicht viel. Ich bin verledigt. Moin André. Ja, Rast. Alle Spiele werden auf Dau immer günstiger. Ja, das hier natürlich auch. Aber Monate. Puh. Hier zwei. Check das Lagerhaus. Würde er sagen, da musst du noch ein bisschen länger warten. Einer von eins für eins. Ist immer noch gefährlich. Je nach Link. noch aufrecht? Noch aufrecht? So weit, so gut. Wenn sie dich erwischen. Johnny, die Stadt ist voller Tunnel. Einer führt gegenüber der Kirche hinaus. Achtung, der Tunnel ist geflutet. Das wird ein kaltes Bad. Na super. Eine Mausefalle. Müsste doch nützlich sein. Überraschend nützlich als Abzug. Um etwas auszulösen. Moment. Was zum Teufel. Das ist ein Schau. Ich bin in die Schau. Das ist ein Schau. Das ist ein Schau. Das ist ein Schau. Ich habe V gedrückt, aber er hat es nicht mal, weil er noch im Nachdel gegen Döns war. Okay, sehr schön, sehr schön, dass er hier wenigstens gespeichert hat. Um etwas auszulösen. Ganz genau, Johnny. Kein Luftschmerz, aber es wird gehen. Moment, Sir. Als wenn die wollen, dass du einfach da stirbst, den Augenblick. Ich habe dir nur volle Ladung mitgegeben, den zweiten, und der hat es trotzdem halt auch rausgehalten. Ja, müssen wir anders ran. Nützlich sein. Überraschend nützlich als Abzug. Um etwas auszulösen. Moment. Was zum Teufel? Und cool. Warum haben die eigentlich alle nur Schrotis dabei? Dann die Kampagne. Das ist ganz geil, aber du kriegst aktuell im Endeffekt die wichtigsten Multiplayer-Modi, DMZ und Warzone 2, werden halt beide gratis sein. Und das sollte halt überlegen, ob er dann halt das bezahlen wollte oder nicht, ne? Okay, erstmal kurz entspannen. Okay, so weit, so gut. Schmeckt wie Warte. Schmeckt wie Warte? Okay. Das ist es, was er uns sagen will. Oh, vielleicht hätte der vorhin auch was bringen können. Wunderbar. 31 Meter die Richtung. Und cool. Ich weiß ja nicht, ob die einfach, ob ich die wegkriege da vorne. Scheiße. Was zum Teufel war das? Was zum Teufel? Tja, da muss ich eigentlich rein. Was sag mir, ich muss an dem vorbei. Und zwar wirklich, wirklich vorbei. Was habe ich denn noch? Ich kann eine Mine anfertigen. Uh, schön. Hm, Molly kann es aufbauen. Ja. Lieutenant, die Shadows werden gleich aufgemischt. Hört sich gut an. Hat ne Stolperfalle gebastelt. Mein Herz weint vor Freude. Dachte mir, dass dir das gefällt. Richtig gedacht. Na gut, versuch das mal. Gibt's was zu sehen? Ach, Mann. Eigentlich kannst du relativ nah an die ran. Wie gesagt, das was sie gut gemacht haben, ist hier wirklich... Oh Gott. Gibt's was zu sehen? Sind halt die... Guter Freund. Und cool. Wir landen, Aufleading. Alles gut! Eingriff. Unds, ne. Ähm- Okay, die haben wir. Ja, bis jetzt... Bis jetzt finde ich die Story eigentlich auch ziemlich geil. Kann mich nicht beschweren. Wie gesagt, ich finde es vor allem ganz geil, dass sie die relativ vielseitig gemacht haben. Ich habe Öl gefunden. Öl, Flasche und Seil für einen Dort. Zu empfangenen Cocktail. Ghost. Rede mit mir, Johnny. Ich habe einen Tunnel entdeckt. Der Kirschplatz liegt am anderen Ende des Tunnels. Los, weiter. Du bist fast da. Ghost. Ich habe hier Shadows mit Schutzwesten. Du musst nah ran und die Lücken finden. 4 Kugeln 5 Kugeln 4 Kugeln 5 Kugeln So lange sie geht es aufwärts in Sachen Munitioni und Waffen und irgendwas Das neue Outl Jug soll noch dieses Jahr erscheinen Okay Oh, warum nicht nur Ist ja nicht so verkehrt Okay, JP. Was sagen sie alles beim Showcase? Was heißt ganz schön viel in Richtung Resi? Was kommt noch auf uns zu? Erzähl mir mehr. Siehst du die Kirche? Ja. Gut, du bist auf dem richtigen Weg. Weiter so. Ghost, das Gebiet ist abgesperrt. Versuch durch die Läden zu kommen. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Die Shadows sind überall. Ich halte sie auf, bis wir uns vor der Kirche treffen und ein Fahrzeug für die Flucht sichern. Weiter. Zeig sie hin, Johnny. Wir sind fast da. Fuck! Du hast zu. Alle Shadows. Ich habe einen bei der Kirche. Heilige Scheiße. Ghost, brauchst du das? Ghost, bitte bestätigen. Johnny, ich habe Besuch in der Kirche und die sind nicht so weit hier. Komm zum Rennen. Don't kill me, Planet. Don't kill me. Alle Shadows. Uncool. Sehr uncool. Klasse, das Spiel haben wir zu müde. Ja, gute Nacht, Mocka. Gute Nacht. Na dann. Machen wir das nochmal nochmal. Scheiße. Ghost, brauchst du das? Wer sonst? Jetzt geht's. Ich kann nicht durch. Scheiße, verdammt. Ghost, bitte bestätigen. Johnny, ich habe Besuch in der Kirche und die sind nicht so weit hier. Komm zur Treppe. Ich werde dort sein. Verstanden, Lieutenant. Lucas, bist du mal nett? Alles okay hier. Uh, were you? Es ist ja auch nicht so weit. Die sind nicht so weit. Ich bin nicht so weit. Das ist nicht so weit. Der hat nichts mehr. Feuer! 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 Ich sehe ihn, Johnny. Wir sind fast da. Na dann nochmal. Das sind aber echt viele, was da kommt. Vielleicht drehe ich mich erstmal um und hole die hinter uns. Ich halte halt insgesamt mega wenig aus. Also mit dem Molly könnte man durchaus versuchen gegen die Schwergepanzerten. Okay, ich versuche mal eher durch die Gebäude oder so zu gehen. Diesmal nicht offen sozusagen. Was zum Teufel? Verdammt der Pisser! Was zur Hölle! Achtung! Wir müssen sie! Wir müssen sie! Wir müssen sie! Schalt drauf! Wir sind weg! Wir müssen sie! Ich zeige dich! Wir müssen sie selbst. Viel die aushalten Ist einfach so krass Das ist so ultra krass, was die aushalten Puh Puh Okay, ich glaube die meisten haben wir so halbwegs Ich hoffe immer, der speichert das jetzt so ein Stück weit Dahin soll ich Dahin gehe ich Mal gucken, ob wir Ghost jetzt helfen können Wir brauchen ein Fahrzeug, wir nach Bleibt wachsam Sie wissen, dass wir hier sind Und dass wir es sind Sie schicken mehr Ich sehe sie Auf die Gasse achten Johnny, bleib in der Nähe Schau nach einem Fahrzeug vor uns Ich sehe, wie es sich nicht mehr ultra gepanzert Was ist denn hier mit dem? Wieso kriegen wir das nicht? Okay, ich glaube wir müssen einfach nur gehen Okay Okay, ich darf nicht Ich darf nicht fahren, so wie es aussieht Gut, Johnny Du hast es geschafft Wir zusammen, L.T. Festhalten So kann man es auch machen Zurück Danke Gefahr Ich denke, wo es der kommt Eieieiei Wo sind wir? Alejandros Versteck Er hat mir den Standort für Notfälle genannt Und wieso nicht mehr? Weil es nicht nötig war Zählen meine Notfälle nicht? Rückplatte Hat Alejandro gelegt Cleverer Mistkerl Da Bleib stehen Geht es da hin? Rodolfo? Saup Ghost Ihr lebt Sieht so aus Schön euch zu sehen, amigos Igual, amigo Guter Wort Wo wart ihr, Jungs? Auf der Flucht Ich war auf der Flucht Ghost hat gewartet Versteht sich? Nein Ja Wir sind ein Team Wir alle Ich hatte das Kommando Und jetzt brauche ich Hilfe Niemand kämpft allein Was ist mit Graves los? Wissen wir nicht Lars Almas korrumpiert alle Uns nicht Vorerst Vorerst Sind General Shepard Laswell Und alle Die nicht hier im Raum Sind als Feinde zu betrachten Mit einer Ausnahme Alejandro Wir brauchen ihn Wenn Graves hält ihn hier fest Sein ganz persönliches Gefängnis Mein Team ist auch da drin Wie kriegen wir sie frei? Wir brechen ein Genau deshalb liebe ich Ghost Das alleine wird nicht reichen Und die Sticks Okay Mein Mann Wir brauchen was zum Fahren Möglichst gut gepanzert Panzer Oh Alejandro hat an alles gedacht Das hat er Holen wir ihn raus Das alte Gefängnis liegt abgelegen außerhalb von das Almas War hochs Sicherheit Wurde aber geschlossen als die Narcos übernahmen Es gibt keine Landebahn Aber rechnet mit Hubschraubern Wir fahren zu einem Absatzpunkt und dann zu Fuß zum Einstieg Hier Sollten die Türme bemannt sein, müssen wir sie zuerst ausschalten Und dann die Mauer mit Seilen hoch Was ist mit Kameras? Im Sicherheitsraum gibt es Überwachung Damit spüren wir Alejandro und den Rest deiner Männer auf Teilen wir uns auf Während Rudy L. sucht Helfe ich über die Kameras Ghost Sprengladung zu platzieren Ablenkung und Sabotage Sehr schön, Johnny Hab von den Besten gelernt Sobald wir Alejandro und Los Barqueros gefunden haben Sammeln wir uns und befreien sie Wir nehmen Waffen für meine Männer mit Und kämpfen uns auf dem Weg wieder raus, wie wir rein sind Noch Fragen? Wo erfahrten wir? Yeah Rechst lässt den Ort abriegeln Rechnend mit Patrouillen im Außenbereich Ohne Zweifel Sind wir bereit? Waffen, Munition und Sprengsätze eingepackt Ich hab den Wurfhaken Steigseile? Check Check Hoffentlich lebt Alejandro noch Tut er mir nach Uh Uh Schönes Ding Folgen wir ihm Was ist denn das Für ein witziges Bro Wie lange kennst du Alejandro schon? 20 Jahre Haben uns zusammen gemeldet Der härteste Kerl im Regiment Ich würde mich nicht mit ihm anlegen wollen Wir haben immer gesagt Ein uniker Que puede Marta Ach Alejandro Es Alejandro Was heißt das? Das einzige was Alejandro umbringt Ist Alejandro Moment Ich sehe das Gefängnis Patrouillen im Außenbereich Wir müssen sie ausschalten Um rein zu kommen Zwei Scharfschützen Erster Turm Soap Du nimmst deinen Ich den anderen Deiner erledigt Gut geschossen, Hermanos Ich flankiere sie Und wir räumen das Feld Rudy, hilf mir mal Verdammt Wir wurden nicht echt Sie willkommen zur Stärkung Oh oh Okay Schießt du jetzt in Okay Der eine stand so abseits Da nachher Kann ich mal ein bisschen drauf halten Modernes Thermal Okay So sehen die wirklich aus Gut dass er auf unserer Seite ist Moment Ich sehe das Gefängnis Patrouillen im Außenbereich Wir müssen sie ausschalten Um rein zu kommen Zwei Scharfschützen Erster Turm Soap Du nimmst einen Ich den anderen Shadow erledigt Gut geschossen, Hermanos Ich flankiere sie Und wir räumen das Feld Rudy, hilf mir mal Noch nicht Rudy Oh Gott, da stehen ja noch deutlich mehr Ein Heli ist im Anflug Sieht aus wie eine Vorratslieferung Bestätigst CSX Shadows Bestätige Drei beim Fahrzeug Zwei hinter den Felsen Einer auf der rechten Seite Erledige die beiden am Fahrzeug zuerst Damit die anderen nichts sehen Guter Plan Soap Auf meinen Zeichen Erledige den mit der Kappe Bereit Check Drei Zwei Eins Bestätigt Zwei weniger Bin unterwegs Glaub nicht Nimm die zwei rechts vom Fahrzeug Ich greife den auf der anderen Seite an Sicher Alles sicher Zum Fuß des Turms vorstoßen Das ist unser Zugangspunkt Leise bleiben Hier, was ist mit dem Ding Und mit dem geilen MG Da oben drauf Jetzt da hoch Hätte ich ja nichts gegen Wenn wir das Teil benutzen würden Na gut Ich versuch's Oben Verstanden Folge dir Auf zum Sicherheitsraum Zusammenbleiben Such noch eine Luke mit einer Leiter Boah, ist das groß Ist das groß Darunter Über dir Alle drinnen Los geht's Das Überwachungsgebäude für die Kameras ist geradeaus Unten bleiben und Beheirung Zwei drinnen Schalten wir sie aus, bevor sie ihre Amigos rufen Gehen wir rein Auf dein Zeichen, Sub Schaut mal Wir haben hier sogar eine MP Die war sogar Silence Ja, Mann Das ist besser Hi Okay Bin dran Ich auch Bin weg Passt auf mich auf Verstanden Viel Glück Da ist er Soap Sag Bescheid, wenn nicht das Tor passieren kann Sicher Los Greif auf die Kameras Das ist schon ziemlich laut Und such nach Bedrohungen Ein Shadow Leicht zu erledigen Mit dem Messer, Lieutenant Das weiß er doch auch Er hat's doch getan Mehrere Shadows Sie sind gepanzert Bleib unten Bestätige Shadow Auf dem Balkon Ich muss näher heran Gib mir Bescheid Bring mich näher an sie heran Kann's losgehen Shadow Links Nimm ihn ins Visier Ein bisschen Hilfe ist doch nicht schlecht, oder? Bleib konzentriert, Johnny Ich sag's ja nur Bleib besonnen, Sergeant Geh hoch Das ist schon cool Das ist schon cool Kann man mal machen Kein Schalli drauf Da war ein Schalli drauf Geh runter Sie tragen Panzerungen Ich muss nah ran Müllcontainer zu rechten Zeit den Müll auszulegen So verdammte Scheiße Eine auf Patrouille Innerhalb des Stacheldrahts Nimm dein Messer Erwischt Einer in der Ecke Die Waffe ist unten Schieß, wenn du bereit bist Schlafen bei der Arbeit, was? Guck mal, da kann man eine Mine legen Der muss sie ausmachen Aber dürfte eine Mine nicht eigentlich zu laut sein? Geh hinter den Truck Ein guter Platz, um eine Ladung zu platzieren Wie sieht's aus? Leg los, Lieutenant Verstanden Unbeplatziert Und weiter Meine Wache auf dem Steg Bereithalten Ich sage wann Drei Shadows voraus Einer am Truck Zwei um die Ecke Du brauchst eine Ablenkung Tja Los, Lieutenant Wenn er wieder zurückgeht Können wir diesen komischen Generator Vielleicht mal anmachen Geh auf die Seite der Kiste Zeit für eine Ablenkung, Lieutenant Dein Spezialgebiet Lichter aus Er geht auf die Elektrik zu Es sei denn, er trifft mich auf dem Weg dort hin Ich stich ihn Typisch Ghost Boah Nee Der hier macht mir ein bisschen Sorgen Sag, wenn's los geht, Job Wisst ihr, was ich meine? Der würde mich nicht sehen, wenn ich hier hochgehe Das müsste, glaube ich, klappen Geh hoch Ich sehe ein Pickup, den du sabotieren kannst Gut gemacht, Sergeant Geh weiter Geh runter Geh runter Schaut ihn aus Gute Nacht Und man platziere die Ladung Zwei erledigt Bewege mich Augen auf einen vor dir Boah, sind da viele Der ist zu sehr gepanzert Es ist sicher Du nutzt dein Messer Guter Abschuss Okay Okay, das Problem ist Wir haben hier zwei, ne? Die beiden patrouillieren Wird hart Wenn er läuft Lass ich ihn hier ranlaufen Sicher Los Nach links Los jetzt Verwende deine Klinge Schlaf gut Mist Grünes Licht Los jetzt, Ghost Keine Gefahr Keine Gefahr Bewege dich Okay Uh, den da oben habe ich gar nicht gesehen Hier auf dem Dach, Ghost Such mir einen Weg nach oben Geh nach links Du kannst die Ladung platzieren Check Erledigt Weiter zum nächsten Geh auf die Seite der Kiste Nach rechts Hoffentlich sieht er den da nicht Du brauchst eine Ablenkung Bewege dich, Ghost Zwei kommen auf dich zu Kommt schon Teilt euch auf Teilt euch auf Alles sicher Keine Gefahr Bewege dich Es ist sicher Kannst losgehen Geh hoch Das ist Das ist nice Das ist schon ganz geil Achtung Ein Shadow Zustechen und weiter Okay Hier ist noch einer vor ihm Rede mit mir, Sergeant Müsste, glaube ich, gehen Schieß auf ihn Nein, ich habe da was anderes im Sinn Verdammt schön, Sir Los jetzt Ein weiterer MTW Mit deinem Namen drauf Oh, da kommen aber Grab ein paar Zwei Kommt von der Straße rein Lass sie durch Das sind zu viele Sag mir, wenn ich los kann Müsste gehen Geh hoch, Lieutenant Ist hier irgendwas, was wir auslösen können? Sieht aktuell nicht so aus, ne? Geh hinter den Truck Links Ich empfehle deine Klinge Noch ein toter Shadow Geh hinter den Truck Sicher, los Einer rechts Zeit für eine Blutabnahme Shadow am Boden Scheint sicher Leg los, Lieutenant Gute Arbeit Wir sind hier fertig, Johnny Haben wir Alejandro gefunden? Perfektes Timing Ich habe ihn Oh Moment Verdammte Scheiße Das ist er Er ist ein Einzelhaft Zwei an der Tür Ich sehe sie Ghost Wir haben ihn Er ist allein Zwei Shadows auf Wache Nicht mehr lange Treffen vor dem Zellenblock Wir holen ihn raus Verstanden Sind unterwegs Gute Arbeit Was hat er denn ja für Irgendwas auf dem Rücken? Los Wie ist dein Status? Kommen zu euch Verstanden Wir sind unterwegs Auf den Hubschrauber Acht Sieht aus, als wären wir außer Sicht Einer Zellenblock Eingang voraus Shadows versperren den Weg Schicken wir sie zur Hölle Und gehen rein Ja, sauber Versperrt Brechen wir sie auf Nein, Rudy Klopfen Mir nach Kontrollier deine Ziele Ja, ist okay Ich dachte wir blenden Da die ja richtig geil Dann geht's da rein Es kommen mehr Die Treppe runter Wir beschäftigen sie auch Brücke vor Ich musste voraus Ich konnte nicht sehen Wo da bei mir noch was war In Sachen Deckung Das ist ja das Schöne hier Kannst du wenigstens richtig geil Durch die Durch Sachen durchschießen Wenigstens durch Hölzer Oder so geht's klar Brudi Wir lassen dich hier Warum habt ihr so lange gebraucht Dein Lechus Ihr Wimmel des von Shadows Das wird die Hölle Bekämpfen wie Feuer mit Feuer Es sind mehr Vaqueros In den Zellen oben Holen wir sie raus Orale dir nach Rodolfo Hast du Graves hier gesehen? Nein Ich habe vor ihm Einen Besuch Abzustatten Oh, mich auch Sie haben Wachen Auf allen Getassen Bereithalten Da Er wirft sie mir Egal was Erledigt alles Was sich bewegt Schön gemacht Schön gemacht War doch Peter B Wir sind hier Hermanos Wir holen euch raus Brechen wir die Türen auf Wir sind elektrisch verriegelt Schalterst du dem Kommandoposten am Flurende Okay Dann drücken wir drauf Okay Die Frage ist Okay Wir gehen runter Na gut Die Shadows wissen Von uns Also Vorsicht Die kommen Die kommen Die EBR Ja, super. Hm, ist geil. Ist auch spannend. Was mit deinem Schloss verriegeln? Ich mach das. Der Phantasma wird alles gewappnet. Auf dein Zeichen, Kamer. Die Waffenzahl für Marius. Die Treppe führt nach unten und raus. Wir schließen uns einander an und verschwinden von hier. Fahrzeuge präpariert. Rost als Träger, aber in der Luft angebracht wird Johnny Pfeffer. Nee, nee, nee. Ich kann's doch nicht Johnny nennen. Besser nicht. Das darf nur Ghost. Wir müssen über den Hof, damit alle rauskommen. Das ist schon ganz nice mit diesem Visier. Dadurch, dass du echt die Konturen so ultra stark siehst, kriegst du das eigentlich ganz ordentlich hin. Fehlt mir mehr als diese komischen anderen. Scharfschütze erledigt. Oh ja, guck mal. Hier haben wir... Ich mein, wir sind ja eh laut, oder? Können wir uns auch mal ein dickes MG sichern? Los! Und das macht bumm. Nice. Und das macht doch schon abschauen. Oder nee, was für ein Anliegen. Was ist das? Vorerst. Du sollst vorbekommen. Ach, Muri. Das ist das Gebäude. Linke Seite. Boah. Nee, den Schild nimm dir nicht mit. Da hab ich keinen Bock zu. Das allerdings, äh, mit dem Visier und so, könnte schon was werden. Alles gut. Ich glaube, wir müssen den Hof sichern um uns zu kommen. Geil. Die Mollis, oh Gott Was war das? Ich hab doch mal Molli gegen den geschmissen Wieso hat der Netter nur ausgehalten? Das ist immer witzig, wenn er dann das neu legt, dass er erst mal am Anfang ordentlich Probleme hat und die FPS, du wißt es? Dieser Shadow ist verrückt Seltener Johnny, verdammte mächtige Ernst Scheint ruhig zu sein, neben alles was wir im Kampf brauchen können Johnny Wir müssen den Hof sichern um rüber zu kommen ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? Ah, guck mal. Da sind doch die Schild-Boys. Haben sie den mit Schild hinten weg? Ne, haben sie nicht. Okay, dann müssen wir denen nochmal kurz helfen. Ist der jetzt tot? Ja, danke. Ups. Da kann man aus der gleichen Richtung gehen, wenn der mit Schild. Da kann man ja auch schon nochmal wechseln, oder? Also, mal ernsthaft. Boah, was ist das denn hier alles? Icarus, Dix. Ah, ne? Das ist übrigens die Waffe nicht. Ich im Multiplayer auch so gerne gespielt habe, ne? Das ist sie. Sehr geil. Boah, die Wälder zockt. Ein bisschen. Verlust euch drauf. Sergeant McTavish. Schön, dich zu sehen, Captain. Ghost. Garrick. Price. Woher wusstet ihr? Laswell. Als Shippard untertaupte Arzions informiert. Laswell, ein Fels in der Brandung. Coronel Vargas. Das sind Captain Price und Sergeant Garrick. Danke für die Hilfe. Meine Männer brauchen Deckung. Gas. Ghost. So. Überwachung. Sofort. Alles klar. Noch mehr? Nee. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Unterstützung Feuer. Verbündete klettern die Seile hoch. Eieieieieieieie. Zieh ab. Und nochmal ein dickes Essen. Ab-Bedding dazu. Alter, das Ding ist geil Ich glaube, damit sind auch wir gemeint Ich glaube, wie lange die Story ist, aber es ist doch immer so, 6 bis 8 Stunden Er regelt ja so 6 Aber es ist doch sonst auch so Ich glaube, die letzte habe ich auch 6 Stunden gebraucht Bei Modern Warfare 1 und 2 und dann wieder 1 und dann wieder 2 Geht noch weiter Was hat sie gefunden? Die Wahrheit Ich habe zensierte Infos über eine Geheimoperation von General Shepard entdeckt Die von der Shadow Company ausgeführt wurde Sie transportierten ballistische US-Raketen zu unseren Verbündeten, die im mittleren Osten gegen Russen kämpften Die Mission lief nicht wie geplant Was transportieren wir diesmal, Graves? Ich müsste dich töten, wenn ich dir das sage Ich wette, das würde er auch Ist wie eine Milchlieferung, Jungs Waffen für die Guten Zum Frühstück seid ihr wieder im Hauptquartier Versaut es nicht, dann regnet es Boni Sucht mich auf, wenn ihr zurück seid Jep, 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 jep Shepard wartet auf einen Bericht, lasst ihn nicht hängen Ende Drei Container Ganz schön viel Milch Durstige Freunde Shadow 2, ein Gold Eagle Kommando Ich höre 2 Drei Shadows verlassen Highway 7, Zulu Keine Probleme, Kommando Okay Liefert die Fracht pünktlich aus Kein Versagen Eagle Ende Kein Versagen? Ich sag doch, das Zeug ist wichtig Moin Maurice Moin nochmal im Laden, Dieter Was ist los? Drei, hier ist Ericsson Was ist los? Das ist mein Fahrzeug auf der Straße Warte, ich komme zu dir Graves, Vance Achtung, werden aufgehalten Kümmern uns drum Tut das Bleiben wir in Bewegung Verstanden Laut Aufklärung sollte die Route frei von Feindaktivität sein Die Berichte waren falsch Die Lieferung wurde entdeckt Ehe sie ihr Ziel erreichte Ich war schwer Moin Moin Das gefällt mir nicht Unarabisch ist furchtbar Di Paolo, lehn dich raus und gib ihm Deckung Bin dabei Wir brauchen einen Übersetzer Wie sieht's aus? Benz, Di Paolo, los, helft ihm schon Was zum Henker? 3-1 ist tot Feuer frei, Di Paolo Wer zum Henker sind diese Typen? Mischle, Katana Noch mal kurz zurück Alle Einheiten Drucken mit Kontakt Wir in und haben erschossen Mehrere Tote Kontakt, hilf! Schreitet die Bedrohung aus, Nettles Ihr Gold-Evil-Vermandlung Verliert die Fracht auf keinen Fall Augen hoch, in die Gebäude Auf den Gacken! Okay, die meisten Wir müssen hier weg, los! Die meisten müssen wir haben Sie sind überall Wer zum Henker schießt dich Ich seh so halt nicht gut Romano, er bitte eingreift, Hofer Negativ Wir kämpfen mit den Waffen, die wir haben General, sie brauchen Hilfe Die sind meine Hilfe Kümmern Sie sich drum Das sind russische Zeugner Was zur Hölle seid ihr da draußen? Alle Einheiten, die am russischen Zeugner hier brauchen Die Feinde sind russen Okay, wenn ich verletze bin, soll ich ins Fahrzeug wieder einsteigen Alles klar, verstehe Wir sind Dr. Klingel Wir sind überall Er zufrieden, da sind sie Zum Henker, er bitte eingreift, Hofer Negativ Wir kämpfen mit den Waffen, die wir haben General, sie brauchen Hilfe Sie sind meine Hilfe Kümmern Sie sich drum Das sind russische Zeugner Was zur Hölle seid ihr da draußen? Alle Einheiten, die am russischen Was zur Hölle seid ihr hier draußen? Was ist das was? Die Feinde sind russen Wir sind Dr. Klingel Wir brauchen Verstärkung Ich hätte neue Waffen mitnehmen können Sie brauchen noch Unterstützung Können wir nicht Klingel Bist runter Die Farbwechsel sind nicht normal, nein, nein, nein Das ist leider ein Grafikpack, das Spiel Und jetzt noch am Tag 1 hat Action Vent Vent Fuck Nein Klingel Sie können auch Das ist noch ein Stichwort Meine'e Die Russen exekutierten den ganzen Trupp und fingen die Shadow-Kommunikation ab. Sie erfuhren, dass Shepard dahinter steckte. Russland gab die Raketen Hassern. Shepards Absichten waren gut, aber die Lieferungen waren illegal und unter der Hand. Er und Graves begruben es. Die Vertuschung ist immer schlimmer als das Verbrechen. Wir kamen ihm zu nahe. Und das würden sie nicht zulassen. Drei Raketen wurden gestohlen. Wir haben nur zwei gefunden. Hassern hat noch eine. Wir müssen sie finden. Sie wussten es. Wieso? Jeder hat Geheimnisse, Kapitän. Warum wurde ich nicht informiert? Sie sind jetzt bestens informiert worden, John. Oh, das ist wirklich verdammt hilfreich, General. Danke. Es kam nur ein Tag und eine Rakete zu spät. Wir haben nur zwei gefunden. Es gab drei. Dann wäre es vielleicht gut, weiterzusuchen und sie zu finden. Und was ist mit ihnen? Nur keine Bange. Ich bin Patriot und beschütze mein Land. Sie beschützen nur ihren Arsch. Ich tue, was getan werden muss und niemand hält mich auf mit ein paar Vorschriften. Ich weiß, was gut für die Sache ist. Sie sind verrückt, General. Und Sie haben vergessen, wofür Sie kämpfen, John. Gutes zu tun hat halt seinen Preis. Wenn wir scheißen, vergraben wir es. So läuft das. Ja. Aber wir vergraben uns nicht gegenseitig. Hören Sie lieber auf, so zu denken. Kämpfen Sie gegen den wahren Feind. Rufen Sie Ihren Shadow zurück. Graves? Ja. Er ist ein Hund mit einem Knochen. Und Sie sollten ihn wirklich in Ruhe kauen lassen. Und Sie sollten wirklich nochmal nachdenken. Sonst was? Sonst hole ich mir ihn zuerst. Und danach Sie. Gut, zuhören. Wir erobern euer Hauptquartier, holen die Gefangene und töten Commander Graves. Wann? Jetzt. Dieser Kampf geht gegen unsere Leute. Wir sind nicht 1-4-1 oder Los Baqueros dabei. Wir sind ein Team. Ghost Team. Schön, dich zu sehen, Simon. Seid ihr dabei? Nehmt eine Maske. Wenn nicht, nicht. Meine Truppen kennen die Fuerzas Speziales Anlage besser als Shadow. Das gibt uns den Vorteil. Vorsicht. Sie werden wegen des Ausbruchs alarmiert sein. Wir infiltrieren die Basses mit zwei Ghost Teams. Team 1 bestät aus Käpt'n Price, Gas, mir und einem Piloten. Team 2 sind Ghost, Soap, Rudy und Los Baqueros. Team 1 nimmt die Tunnel zur Rollbahn und holt sich einen Helly. Mein Pilot bringt den Käpt'n rauf. Team 2 wartet draußen, bis Price auf das Iangstor feuert und sie reinlässt, damit sie sich zu Graves vorkämpfen können. Er steckt wahrscheinlich in meinem Hauptquartier. Wird von seinen besten Schützen bewacht. Während Jess und ich Valeria suchen und in Obhut nehmen, sucht Ghost Team 2 nach Graves und schaltet ihn aus. Vier Ghosts im Tunnel. Okay, Ghosts funktionieren noch. Verstanden, wie ist euer Status? Ein Kilometer vom Turm mit Zopp und Ghost. Okay, durchschalten. Ende. Gute Arbeit, Alejandro. Gas, gib Deckung. Abmarsch. Na dann. Feuerschläge aber, Mannos. Wollen wir mal. Achtung. Ja. 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 Sieht schon ganz, ganz cool aus alles, ne? Auch die Videosequenzen sind geil. Das war knapp. Fertig. Gut. Da kommen sicher noch mehr. Achte auf das Geräusch. Die Letzer bewegen sich. Die Gäude blockieren sich. Wir können das abpassen. Gute Idee, Karma. Ich hasse sowas von meiner Basis. Wenn wir Grays finden, lo matamos despacio. Dein Auftritt, Jess. Hab's. Da kommen sicher noch mehr. Rücken wir vor. Meine Männer nutzen dieser Tunnel. Wir rüben hier unten, fliehen und aus. Erinnerst du dich ans Training, Vakedo? Wie könnte ich das vergessen, Commander? Wir wurden gut ausgebildet. Du bist ein guter Soldat. Wenn das hier vorbei ist, kochen wir Alpastor auf meiner Ranz. Mein Leitgericht. Alles gut. Der war schon durch, bevor ich drauf gedrückt habe. Habt ihr das gesehen? Geh nach links. Wir sind nicht allein. Schade aus. Wie viele? Drei. Nimm den Kerl rechts. Oh, scheiße! Gut geschossen. Das feinste Labyrinth hier unten. Gut, dass du mich hast. Talan. Eine Schroti mit Schalli. Alles klar. Die muss ich mitnehmen. Die Riefs hat Fallen gelegt, aber die Codes nicht geändert. Er hat nicht mit uns gerechnet. Was ist hier drin? Da kommen wir ins Erschuss. Achtet auf weitere Ladungen. Hört ihr das? Rauchgranate werfen Gas. Geworfen. Wieder richtig, Käpt'n. Nach dir. Guck dich da runter. Okay. Kontakt. Der war auch leise. Klingt gut. Ich will aus der Luft kämpfen. Bin ich voll dabei. Bin direkt hinter dir. Bin hinter dir. Yeah. Okay, okay. Ich dachte, dass wir vielleicht Heli fliegen. Das war sieben. Hoffentlich ist er noch gültig. Perfekt. Wir sind drin. Alle raus. Eins ist drin. Wir sind tätig. Schnapp ihn dir. So ohne Starterlaubnis? Bin in der Luft und habe Sichtkontakt. Verstanden, Bravo-6. Zwei nähert sich dem Tor. Ihr habt Feuererlaubnis, wenn das Ziel markiert ist. Wir glauben Graves hält dem Hauptquartier die Stellung. Drinnen teilen wir uns auf und lassen die Luftunterstützung aufräumen. Sobald die Shadows fliehen, suchen wir Graves und töten ihn. Comprendes? Vollkommen, Lieutenant. Alle Ghosts, bereit halten für Durchbruch. Soap! Schnapp dir den Richtlaser und markiere Ziele für Price im Heli. Roger. Kann losgehen. Das Sicherheits-Tor ist zu unserer Linken. Mehrere Shadows halten Wache. Das ist das Ziel. Da bitte Feuerunterstützung. Ziel markiert. Ziel erfasst. Schüsse abgefeuert. Gut geschossen, Bravo-6. Verstanden. Auf zum Hauptquartier und findet Graves. Jetzt ist es los. Jetzt ist es los. Zu mir. Los, los! Wenn Graves im Hauptquartier ist, müssen wir ihn finden. Also weiter nach oben. So, Bravo-6. Bereit für Feuermission. Was ist denn das immer aushält, wenn immer die komischen Rüstungen? Was soll ich das mal haben, Mann? Oh, schade ich dachte, wir können ihn nehmen. Bereit für Luftunterstützung zu aufmarkieren. Und raus. Mach das weg. Mach das weg. Mach das weg. Ja, dass es auch kaputt geht, ne? Zerstörungs-Engine, sag ich dazu nur, ne? Ganz wie auf Battlefield. Plus Battlefield-Modus in allem. Daher wisst ihr, worauf sie hinauslaufen. Power of Duty ist das neue Battlefield. Immer mehr mit jedem neuen Spiel, das sie rausbringt. Ne, ne, kein 24-Stunden-Stream. Ne, ne, kein 24-Stunden-Stream. Ziel markiert. Feuererlaubnis erteilt. Nur weil's toll aussieht. Ach. Ah, das ist ein bisschen echt... Also auf Dauer wird's ein bisschen ärgerlich mit dem Grafikfehlerchen. Na kennt man einfach gar nichts. Ich hab mich schon gefreut. Ja, die zu lange die Winkampagne einfach nicht. Wie alle Call of Duty-Kampagne geht die so 6 bis 8 Stunden ungefähr. Das heißt, ne? Je nachdem ich weiß nur, in welcher Mission ich gerade bin, ich weiß nicht, wie wir denn noch kommen, aber so, halbe Stunde bis zweieinhalb Stunden ungefähr noch. Dann sind wir durch. Das ist schon krass, oder? Also das mit der Zerstörungsengine haben sie gut gemacht. Wir haben ja schon das Panzerblattensystem, was wir später aus DMZ auch schon kennen. Werden. Irgendwann. Das sind keine Effekte. Das ist ein Fehler. Aber der mal nicht umfällt. Fehler fast. Waffen frei. Nice. Sehr nice. Das ist gerne eine andere Zweitwaffe. Wow, hat die so kann, oder? Die Unterkünfte zum Hauptgewalt in dem Hauptquartier. Graves müsste dort sein. So, Luftunterstützung ist bereit. Oh, die fühlt sich schön an. Ziele markiert. Verstanden. Kresse dein Ziel an. Können die denn mal wegzaubern jetzt langsam? Was fing hier denn noch ein Granat durch die Gegend? Jetzt haben wir ihn aber. Da lang sollen wir. Na gut. Gut. Ich hab mir ja schon ein paar Panzerblatt mitgegeben. Was war da? Feuer mit dem Lady auf der Schadung. Ah, endlich. Scharfschützen auf dem Dach. So, Feuerunterstützung. Er schießt ja dann noch aus irgendwelchen Fenstern über die ganze Zeit. Dann wollen wir mal. Schnappt euch das Sniper. Schüsse abgefeuert. Okay, ich glaube, die zerhauen die schon ganz ordentlich. Das ist das vorerstes Spezialis-Gewald. Graves könnte drin sein. Eure Flagge weht noch am Hauptquartier. So, Salda. Versperrt. Rudy, was hast du? Türladung. Nett. Feuer frei auf alles da drin. Wenn ihr Graves seht, ausscheiden. Hey, Rudy. Tut mir leid um deine Basis. Mir auch, Bruder. Zünden. Drei, zwei, eins. Einsatz. Putz. Das ist unsere Chance vorzurücken. Exakt. Sie halten Valerian-Handar-3 fest. Bleib als er sieht. Wir schlagen uns dort hindurch. Hangar 3, roger. Es ist sicher. Nutzen wir die Fahrzeuge als Dreckung und entbleiben. Oh, oh. Vielleicht hätte ich nicht unbedingt schießen sollen. Aber ich muss sagen... Der P5 ist schon ganz geil. Wie immer. Haha, eigentlich. Das größte Problem ist, ich habe jetzt nichts mehr dafür. Also, Reichweiten schießen ist jetzt nicht mehr. Aber wir haben es durch geschafft. Wir können erst rein, wenn alles sicher ist. Oh, mei. Was ist denn sicher? Code. 627. Valerias in einem Container am Hangar, der in der sie wird gut bewacht sein. Geh mir leise vor. Wir haben ein Angriffsteam am Obst von dir. Sie brechen durch. Sag mal, schieß ich hier mit Slugs? Habst du ein bisschen das Gefühl, dass er hier mit Slugs schießen? Ja. Jetzt so langsam. Er nervt es schon ein bisschen mit den Pixel-Fehlern. Ich freue mich schon drauf, wenn wir es dann immer noch mal spielen wollen und das dann gefixt ist. Ich sehe einfach gar nichts. Vorstand. Welcher Vorstand? Wir haben einen Angriffsteam am Obst von dir. Sie brechen für uns. Das war der Scheiße! Die Polizei! Die Polizei! Die Polizei! Danny! Ich habe die falsche Waffe gewechselt. Gibt es hier irgendwie Muni-Feuer mal ein bisschen, wenigstens kommt schon. Viel habe ich jedenfalls nicht. Ja, das geht, das geht. Jetzt sichern wir die Position, bis Ghostsop und Rudi Graves hallen. Gestern Bravo 6. Gefangene sicher. Roger, lasst da bleiben. Wir holen uns Graves. Hat Rodolfo die Tür kurz? Nein. Er hat was klein wenig Stärkeres. Versperrt. Rudi, was hast du? Türladung. Let. Feuer frei auf alle Stadt rennen. Wenn ihr Graves seht, ausschalten. Hey, Rudi. Tut mir leid um deine Basis. Mir auch, Bruder. Anbringen. Drei, zwei, eins. Einsatz. Kontakt! Erster Stock! Er haut ab. Ihm nach. Gottel General. Los, los, los! Erster Stock! Bewegung! Bewege! Okay, das war nicht ganz das, worüber ich gerechnet habe. Darf ich nochmal? Ja, okay. Los, los, los! Los, los! Erster Stock! Bewege! Erster Stock! Bewege! Sieht trotzdem schön cool aus. Auch wie das alles so durch die Gegend fliegt und so ein Spaß hat. Das ist ja alles spitzkartig. Und cool. Und cool. Dieser verfickte Bastard Graves. Gehen wir rüber und halten ihn auf. Rodolfo, was ist auf der Hand? Ich hab dich. Weiter. Machen wir das Arschloch fertig. Nimm meine Hand. Ghost, kommst du? Nein. Price und der Pilot brauchen Hilfe. Macht ihr zwei das. Da. Das ist nicht unserer. Heilige Scheiße, Graves hat ein Scheißpanzer. Graves, ja. Sieht aus, als würden die Jäger zugejagten. Wenn das kein Arschlitt ist. Du kannst kaum erwarten, den Bastard zu grillen. Okay, wir brauchen irgendwie Raketen oder sowas. Wir brauchen noch eine Starke, um Graves in diesem Panzer zu erledigen. Das ist unser Trainingsgelände. Hier gibt's jede Menge Zeug. Sieh dich um. Ich hör'n schon hinter mir. Wie geil, der einfach die Gebäude zerlegt, ne? Was ist hier für ein schönes Entschuldigung? Was ist das denn? Du und deine mexikanischen Freunde habt euch mit den falschen Ombres angelegt, McSavish. Komm raus und lass' uns drüber reden. Haltet ihr das für ein beschissenes Spiel? Wenn ihr Krieg spielen wollt, spielen wir beschissenen Krieg, Trico. Einer von euch Idioten muss als Letzter sterben. Wer wird das wohl sein? Fick dich, Graves. Ah, aber da ist C4. Mit C4 kriegen wir es durchaus hin. Wir brauchen was Stärkeres, um Graves in diesem Panzer zu erledigen. Das ist unser Trainingsgelände. Hier gibt's jede Menge Zeug. Sieh dich um. Okay, C4 haben wir. Komm raus und lass' uns drüber reden. Haltet ihr das für ein beschissenes Spiel? Wenn ihr Krieg spielen wollt, spielen wir beschissenen Krieg, Trico. Einer von euch Idioten muss als Letzter sterben. Fick dich, Graves. Aber er lebt... Boah, bollert er dadurch das ganze Ding durch. War noch Shy Guy. Schade. Ah, guck mal, er speichert... Oh, sehr gut. Fick dich, Graves. Gut getroffen. Führst eine gesunde Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten zu. Das mag ich an dir. Du bist Shepherds Schoßhund. Du wirst dafür bezahlt, die Regeln zu brechen. Boom. Gekriegt. Hier gibt's nur zwei Regeln, Jungs. Abhauen oder gewinnen. Wartet mal, welche ich bin. Du hättest nach Hause gehen sollen, als du noch konntest, doch. Du und das Arschloch mit der Maske. Ich hätte ja dieser Uniform versteckt. Du hast diese Uniform getragen. Die Uniform war ein bisschen. Diese Haut habe ich abgezahlt. Was sag ich mit den anderen, die da mit mir rumrennen? Du wirst dafür bezahlt, die Regeln zu brechen. Boom. Gekriegt. Hier gibt's nur zwei Regeln, Jungs. Abhauen oder gewinnen. Wartet mal, welche ich wähle. Hättest nach Hause gehen sollen, als du noch konntest, so. Du und das Arschloch mit der Maske. Das ist nicht hinter dieser Uniform versteckt. Du hast diese Uniform getragen. Die Uniform war ein Schäfchen. Diese Haut habe ich abgestrahlt. Wie eine verfickte Schlange. Wie ein verdammter Soldat, Junge. Du musstest dir deine eigene kleine Armee aufbauen, weil du es in der echten nicht gepackt hast. Aus deinem Mund hört sich das aber nachkommen. Andererseits erinnere ich mich noch an Männer des Rodeo. Du riechtest Schadenanschluss. Ich seh nichts. Oh, ist das ärgerlich. Ich dachte, ja, geh nach Hause, aber du wolltest... Du wirst dafür bezahlt, die Regeln zu brechen. Boom. Gegrillt. Hier gibt's nur zwei Regeln. Abhauen oder gewinnen. Ratet mal, welche ich... Du wirst dafür bezahlt, die Regeln zu brechen. Das ist langsamer von der Laufgeschwindigkeit als das andere COD-Teil, ja. Deswegen ist es aber geil und nicht schlechter. Gegrillt. Hier gibt's nur zwei Regeln, Junge. Abhauen oder gewinnen. Wartet mal, welche ich wähle. Alter, wie schnell ich dann teilweise trotzdem irgendwie da rumweg bin. Du wirst dafür bezahlt, die Regeln zu brechen. Boom. Gegrillt. Hier gibt's nur zwei Regeln, Junge. Abhauen oder gewinnen. Wartet mal, welche ich wähle. Wenn es nach Hause gehen soll, dass du noch konntest, so. Du und das Arschloch mit der Maske, das ich hinter dieser Uniform hergelegt. Du hast diese Uniform getragen. Die Uniform war ein Käfig. Diese Haut habe ich abgeschreift. Wie eine verfickte Schlange. Wie ein verdammter Soldatio. Du musstest in deine eigene kleine Armee aufbauen, weil du es in der echten nicht gepackt hast. Ich habe ein Problem. Ich habe fast keine Mutti mehr. Aus deinem Mund hört sich das an mir sonst an. Andererseits erinnere ich mich noch an mein erstes Rodeo. Dein Krieg ist ein Planweg in die Halle. Ich dachte ja, geh nach Hause, aber du wolltest nicht hören. So würde ich das Schaden anschauen. Mach weiter. Dafür wirst du hängen. Sprach dir diesen Ehrenschein, Johnny. Ich werde Tequila schlürfen und in einer Woche verkaufen. Wo ich deinen Arsch begraben habe. Das gilt für euch beide. Das könnt ihr von euch nicht behaupten. Ey, Rodolfo. Denk bloß nicht los uno, cuatro, uno sind zu Amigos. Denn das sind sie nicht. Denn los no de guste uste. Cuando es de es complejo. Los Amigos werden aus Vagueros fallen. Lassen wir eine heiße Kartoffel-Pesejo. Los Fremde. Jetzt ist ein bisschen Mutti. Ich brauche noch mehr Z4. Ach, klettern kann man jemanden machen. Wir schaffen es, Sob. Dank dir, Hermano. Mit einem Gewehr zum Panzerkampf. Allerdings. Sob und Ghost. Bin bei Rudy. Graves ist erledigt. Wie geht's Preis? Es Sauer hat ne gute Zigarre verloren. Dem Piloten geht's gut. Ende. Alejandro. Die Basis ist sicher. Graves ist tot. Wir kommen zu euch. Bedäung. Das war hart. Halte aber die falschen Waffen für, muss ich ja mal sagen. Die Sniper hat's jetzt eigentlich nicht so sehr gebracht. Was ist passiert, mein kleiner Bakero? Hast du einen Krieg gestartet? Die Welt scheint dir überall hin zu folgen. Ich liebe es. Dein Deal war nicht mit mir, sondern ihnen. Ganz genau das war dein Fehler. Du wusstest von der dritten Rakete. Nachgezählt habe ich nicht. Ich habe Leute für sowas. Klar, sie lügt. Wo ist Hassan? Wo ist die andere Rakete? Was zum Teufel ist hier los? Von Aufhalten war keine Rede. Es ging nur um den Standort. Escorpion de la Verga. Ich habe euch von ihr gewarnt, oder? Ich bin Geschäftsfrau, Senores. Wachstum oder Tod. So funktioniert die Welt. Du hast jetzt ein Ziel auf dem Rücken. Nein. Das Ziel ist in Chicago. Jetzt verschwindet das das Eimer, sondern findet es penderos pa' fuera. Vorerst. Gehört sie dir. Wir kommen wieder. Ich freue mich darauf. Dann los. Ich meine, bei dem, was hier alles passiert ist und irgendwas ergleichen kann, kann ich dir auch einfach die Kugel geben und dann ist es in Ordnung, oder? Ich bin bald schon wieder raus. Das kann ich über euch nicht sagen, Vaqueros. Was du getan hast, hat Konsequenzen. Es ist egal, was ich getan habe. Denn was davon könnt ihr beweisen? Geh. Du hast was zu tun. Bleib auf der guten Seite, Hermano. Bis zum bitteren Ende, mein Bruder. Alles gut, Amigos. Ghost! Du hast es nicht vergessen, Karnal. A huevo! Das ist das hübscheste COD. D-B-U-T. D-B-U-T. Hassan und seine Kämpfer sind auch dort. Wir wissen nicht genau, wo die Rakete ist oder was ihr Ziel ist. Hassan wurde zu einem Gebäude im Zentrum von Chicago gebracht, das einer Scheinfirma des Las Almas Kartells gehört. Die Polizei sperrt die Straßen rund um das Gebäude ab. Sie halten nach einem gestohlenen Container voller Waffenausschau. Sie wissen nicht, dass es um eine Rakete geht. Hassan verschanzt sich vermutlich in einem geschützten Serverraum auf der 54. Etage. Ich bin vor Ort und suche die Rakete. Ich infiltriere mit den Marines über den Chicago River und gehe im Erdgeschoss rein. Ich beziehe gegenüber vom Ziel Stellung und gebe Feuerschutz. Zwei Helis landen auf dem Dach des Zielgebäudes. Einer mit einem Trupp Marines, der andere mit Soap und mehr. Während Gers und die Marines nach oben vorrücken, arbeiten Price und Soap sich nach unten. Soap seilt sich zur Serveretage ab, wo wir Hassan in die Zange nehmen. Unser Primärziel ist, die Rakete zu finden und aufzuhalten. Ihr habt Freigabe, Hassan zu töten. Okay, das kriegt gut, kriegt gut, glaube ich. Der Perimeter ist gesichert. Haben potenzielle Position des Raketencontainers. Gehen jetzt rein. Bestätigt. Alle Bravos bereit machen. Es geht los. 05 bestätigt. Bravo-6-2 ist 20 Sekunden vom Zielgebäude entfernt. Wohl mehrere Al-Katala im Innern. Ghost Überwachungsposition. Roger, bin unterwegs. Unser Primärziel ist der 56. Stock. Ist gut gesichert und schwer zugänglich. Hassan könnte sich da verschanzen. Verstanden. Nageln wir den Bastard fest, Sir. Geile Stadt. Dann bin ich mal gespannt, ob wir den rechtzeitig kriegen. Ich tippe ja noch auf den Showdown. Die Rakete wird trotzdem losfliegen. Sowas kennen wir ja schon ungefähr. Hatten wir ja schon mal. Bewegung. Dritte 1-1, Team abgesetzt. Entferne mit. Dritte 1-2, Aufwand gesetzt. Bravo-6, unterwegs zum Einhaken. Mach ich. Nice. Ghost, wir sind bereit. Hast du Sichtkontakt? Bestätigt. Gebe Lichtsignal. CS, Lieutenant. Was hast du? Zivilisten. Geiseln. Hassan gewinnt Zeit. Ihr beseitigt alle Gefahren. Bravo-3, sichert die Geiseln. Treffpunkt auf der Zieletage. Wechsle Notfall-Zieposition. 2-Akku unterhalb. Sichere den Bereichbezug vorrückst. So bist du für den Feind sichtbarer. Verstanden. Da waren schon welche. Fahren. Bravo-3, sichert die Geiseln. Treffpunkt auf der Zieletage. 2-Akku unterhalb. Wechsle Notfall-Zieposition. Freigabe für Angriff. So bist du für den Feind sichtbarer. Verstanden. Vorbeischleichen ist nicht. Sie werden dich sehen. Sicher. Bravo-3, 5-5 gesichert. Vier Ziele voraus. Drei in dem Raum, eine auf dem Flur. Sichere den Bereich, bevor du vorrückst. Oh-oh. Geiseln wurden. Was? Was stand da? Sicher. Bravo-3, 5-5 gesichert. Verstanden. Etage 5-5. Gehe rein. Vier Ziele voraus. Drei in dem Raum, eine auf dem Flur. Vier Ziele. Schalt sie schnell aus. Ich hab ne Geisel getroffen? Oh Gott, scheiße. Kann das schon mal passieren, oder? Sicher. Bravo-3, 5-5 gesichert. Vier Ziele voraus. Drei in dem Raum, eine auf dem Flur. Vier Ziele. Schalt sie schnell aus. Ach. Ich erkenne aber einfach kaum was. Na dann. Na dann nochmal. Sicher. Vier Ziele voraus. Drei in dem Raum, eine auf dem Flur. Gesichert. Dope, Lagebericht. Noch eine. Verstanden. In Position auf der Zieletage. Vier Ziele auf der nächsten Etage. Drei in Bewegung, zwei stationär. Stell Sichtkontakt her, bevor du angreifst. Bravo, 5-1 gesichert. 0-7, verstanden. Sind unterwegs. Price. Alle Geisern sicher. Verstanden. Auf der Serveretage sammeln. Oh, da sollen wir hin. Müssen doch so zerbrechen die Scheiben. Ja, oder wir können nicht durchschießen. Das kann auch sein. Radung platziert. Weg da. Watcher 1 sind auf der Zieletage. Status? Lastrow, was zur Hölle war das? John, die Rakete ist aktiv auf Stufe 1. Und noch was, die Steuerung ist nicht im Container. Das heißt, Hassan hat sie. Wir rücken in den Zielbereich vor. Ende. Wir brauchen diese Steuerung. Hoffen wir, dass Hassan hier ist. Scheiße! Ja, wir haben auch die letzten, wenn die so auch mal auf ihn selber schießen können, der gute Kätzchenkreis. Warum nur Tassan den Serverraum? Ist der sicherste Aufmerksamkeit? Ja, wir haben ihn. Haben wir es nur noch? Ja, das Ding ist geil. Das Ding ist einfach nur geil. Das macht so Spaß. Das Einzige, was so ein Problem hat, ist halt, wie ultra schnell wir das... Wie ultra schnell wir das Ding leerschießen. Sicher. Sicher. Kein Hassan. An alle Einheiten. Ziel negativ. Weiter zum Kontrollraum. Also, Ruhe da! Nehmt eine Granate und werde glücklich. Habe ich schon die meisten von ihnen gekillt? Also, ja. Tatsächlich glaube ich schon, dass ich so viel kann. Ne, ist so ein bisschen. Vielen Dank, Blair Ekevich, für den kleinen Tipp. Danke sehr. Hm, ein bisschen Overtime. Muss manchmal auch sein. Oh, naja. War schlecht. Es ist spät, verzeihung. Wegrennen, bis ich wieder was sehen kann. Einen umgelegt. Bin ja ein bisschen stolz auf ihn, dass er auch mal einen erwischt hat, ne? Hau raus, hau raus. Uh, der haut echt raus. Verfluchte Scheiße. Er ist weg. Sichtkontakt zum Kontrollraum. An alle Einheiten. Kein Hassan. Kontrollraum war viel Anzeige. Ghost. Hast du was? Bestätigt möglicher Sichtkontakt, 46. Etage. Verstanden. Wir sind unterwegs. Zurück, Sergeant. Ja, der ist aber auch nicht weit weggegangen. Hat dich ein. Und zwar wo? Okay. Der Einstiegspunkt ist vier Ebenen tiefer. Bravo-Einheiten. Fünf steigt auf der 40. Etage ein. Verstanden. Drängen ihn zu euch. Ziehen wir die Schlinge zu. So, sobald wir die Steuerung haben, musst du die Rakete entschärfen. Verstanden. Das ist nicht mein erstes Mal. Na ja, aber... Okay, mache ich. Ich habe schon ein paar getötet. Das geht. Er kommt auf uns zu, okay. Okay. Jetzt habe ich nur noch die AK. Eila, wie viel denn noch bitte? 16, okay. Oh, was klassisch jetzt, sagt er. Oder kommt da noch mehr? Klingt klasse. Wie geil, wie er denn läuft mit der Wachter-Dann. So einen, die meisten haben wir, oder? Da drüben, okay. Was habe ich denn da gesehen? Ja, ist okay. Ich habe hier eine MP5 mit Trommelmagazine. Kann ich einfach so liegen lassen. Ja, ich bin doch schon dabei. Immer, immer wirst du angebrüllt. Die ganzen langen Zachlack. Oh Gott. Ging es aber auch schon gut ab. An alle Einheiten, Rakete ist strafft. Ich wiederhole, die Rakete startet. Nein, nein, nein! Fluch der Scheiße. Watcher, was ist das Ziel? Unbekannt, wir arbeiten dran. Verstanden. Wir holen uns das. Hier lang, Sergeant. Geh mir ein. Wer ist? Wo ist Hassan? Ende des Ganges. Hassan ist nicht in diesen Türen. Schöner nach. Dann räumen wir auf und packen hinein. Okay, irgendeinen habe ich erwischt. Hab einen Feind erwischt. Moin, jetzt sehe ich. Ich würde sagen, äh, guten Abend. Hier ist die Muni, die ich die ganze Zeit gebraucht habe. Wo ist Hassan? Wir haben ihn in diesem Raum festgesetzt. Folgt mir. Hassan ist hinter diesen Türen. Bei dem wir sind, oder was? Ich schiebe meine Kamera da rein. So, identifiziere Hassan. Wir brauchen die Steuerung. Ich krieg sie. Was? Äh, ja. Das hat ja nicht so ganz so gut geklappt. Es war ohne Masse. Feuer! Christoph! Und cool. Bist du okay? Alles gut. Los, du schaffst das. Soap, los jetzt. Watcher. Hassan hat die Steuerung. Wir sind an ihm dran. Verstanden. Achtung, die Rakete ist unterwegs nach DC. Uns bleibt nicht viel Zeit, sie umzuleiten. Hassan ist in der letzten Kabine. Über die Aufzugskabinen kommst du da runter. Okay. Spring auf die nächste Kabine. Hassan ist in der nächsten. Okay. Wollte schon sagen, das ist doch zu hoch. Erwischt. Das muss wehgetan haben. Komm schon. Verwägung, Sergeant. Du bist tot. Scheiße. Drücke umschalten, um zu sprinten, um erneut so zu gehen. Das ist sehr, sehr suboptimal gelaufen. Du bist tot. Scheiße. Okay, so können wir auch nicht an ihm vorbei. Kann ich das während des Laufens machen oder sowas? Ich komme so nicht an ihm vorbei. Ich müsste auch irgendwie schießen dürfen oder sowas. Du bist tot. Scheiße. Bauertal. Steuerung gesichert. Ah. Verstanden. Bleib aus der Sicht. Verbinde mit Watcher 1. Soap, die Rakete wurde gestartet. Du musst sie ferngesteuert zünden. Das habe ich noch nie gemacht. Ich leite dich da durch, aber es dauert etwas. Öffne die Steuerung, wenn du bereit bist. Okay, ich bin bereit. Scheiße. Das Ziel ist DC. Koordinaten 38, minus 77. Ihr unterschreibt abkommen! Er hat es auf Shepard abgesehen. Nein, Shepard ist weg. Ja, na ja. 30.000 Menschen sind es nicht. Beende es! Okay, ich bin wieder da. Sergeant, aktiviere zuerst den Diagnose-Modus. Drück Clear und Mode gleichzeitig. Ich bin dran. Als nächstes kommt die Überbrückung. Du solltest vier Datenspalten sehen. Ich muss wissen, was in Zeile 2, Spalte 3 steht. Zeile 2, Spalte 3. Zeile 2, Spalte 3. Prozentszeichen. Echo, Sierra, Papa. Das hat geklappt. Jetzt drück links und Clear zum Überbrücken. Hat aber seinen Kampfeswillen verloren. Scheiße. Links und Clear ist R und F. Jetzt komm schon verflucht. Oh Gott. Links und Clear. Es ist R und F. Mach ich. Oh, f*** doch mal. Scheiße. Jetzt drück links und Clear zum Überbrücken. Oh, f*** doch mal. Überbrückung an. Verstanden. Geh an einen sicheren Ort. Der nächste Schritt wird laut. Drücken Sie linke, um zu schließen der Raketsche. Lass euren Truppen. Letzter Schritt. Drück link, sobald das grüne Licht an der vierten Position ist. Du musst es timen. Drück link, wenn grün auf Position 4 ist. Sie ist detoniert. Verstanden. Die Air Force wird es bestätigen. Danke, Sergeant. Ja. Immer eine Freude mit dir zu arbeiten, Laiswell. Wo ist Hassan? Nicht allein. Es sind Al-Qa-Tala-Wachen bei ihm. Das amerikanische Experiment. Überbrückung an. Verstanden. Geh an einen sicheren Ort. Der nächste Schritt wird laut. Sie ist detoniert. Verstanden. Die Air Force wird es bestätigen. Danke, Sergeant. Immer eine Freude mit dir zu arbeiten, Laiswell. Sie ist detoniert. Verstanden. Die Air Force wird es bestätigen. Danke, Sergeant. Ja. Immer eine Freude mit dir zu arbeiten, Laiswell. Wo ist Hassan? Nicht allein. Es sind Al-Qa-Tala-Wachen bei ihm. Ich töte jeden Einzelnen. Und dann hole ich mir ihn. Ende. Hochheilige, verfluchte Scheiße. Gut gemacht, Johnny. Nun zum schweren Teil. Das war der schwere Teil, Lieutenant. Wenn du meinst, bleib am Leben. Schalte die Wachen aus und töte Hassan. Ich brauche bloß eine Waffe. Bau dir einen. Nein. Wie in alten Zeiten, was, Lieutenant? Nein, es wäre es gestern gewesen. Es war gestern. Das amerikanische Experiment ist gescheitert. Ich habe etwas Wachs gefunden. Taugt für Rauchfallen, wenn du dich einherst. Ich will was anderes. Ich will was anderes. So, hoffen wir mal, dass er da rüber rennt. Hoffen wir mal, dass da einer rüber rennt. Ihr seid zu dem gewordenen, dass ihr zu zerstören sucht. Recheisen. Ich versuch's mit der Gasfalle weiterhin. Dann will er mal kommen. Klebeband genommen. Damit kann ich eine Gasfalle bauen. Wirb sie hin, wo du willst und lock sie an. Könnte er mal irgendwie. Mit etwas Metall da drin kann ich jemand betäuben. Mit etwas Metall da drin kann ich jemand betäuben. Wozu habe ich die Teile denn gebaut? Wozu habe ich die Teile denn gebaut? Ich kann eine Gasfalle bauen. Platziere sie und lock sie an. Wie fühlt es sich an, allein zu sein? Ich könnte eine Werkzeugkiste aufbrechen. Vorsicht Johnny, das macht K. Hab einen betäubt. Du brauchst eine Waffe, um anzugreifen, Sergeant. Was ist da das denn? Wieso kann ich nicht irgendwie erwürgen oder sowas, wenn der schon mal da unten ist? Ich habe etwas Metall. Wie nur ein Hors. Kann jetzt ein Brechwerkzeug bauen. Ich habe jetzt so viel von dem Zeug schon gebaut. Da ist Klebeband. Damit kann ich ein Brechwerkzeug bauen. Einer ist betäubt. Greif sie erst an, wenn du eine Waffe hast. Dämliches Glas. Wo ist denn aber eine? Wieso konnte ich nicht, wenn die betäubt sind, den nicht einfach eine abnehmen? Ich habe Chemikalien. Taugt für Fallen. Behalt sie. Ich habe Klebeband. Das taugt für ein Brechwerkzeug. Naja, natürlich bin ich müde, Michael. Es ist auch super spät. Hier ist eine Mausefalle. Chemikalien und Klebeband. Bau eine Gasfalle. Der Team hat sich im Stich gelassen, nicht? Ich habe etwas Metall. Ich kann jetzt ein Brechwerkzeug bauen. Ich habe einen Brechwerkzeug aus dem Stich gelassen, aber ich habe einen Brechwerkzeug aus dem Stich gelassen. Drei Kugel. Ich seh nichts. Das Teppichmesser geht bei einmal kaputt. Okay, nee, geht nicht. Kerze genommen. Gut für Rauchfallen. Böse, böse. Wo ist sie? Ich sagte doch, eure Nation wird drinnen. Ihr haltet mich nicht auf. Ghost. Schau. Aufs Fenster achten. Das ist kein Angriff, sondern eine Invasion. Bidet. Perfekter Schuss, Lieutenant. Du sagst es, Sergeant. An alle Einheiten. Hassan ist tot, feind ausgeschaltet. In Downtown Chicago gab es eine Explosion, die offenbar durch eine Stromspitze aufgrund starken Sturms ausgelöst wurde, so dass nur Tausende im Dunkeln sitzen. Der Stromausfall soll bis heute Abend behoben sein. Weitere... CIA-Scheiße. Kreatives Schreiben. Ich war das nicht. Aku. Iran. Kartelle. Russen. Shepard. Danke. Shadow. Von Eckeberg. An uns vorbei. Sie hatten Vorsprung. Aufgeköpfte Schlangen. Naja, noch nicht ganz, oder? Da fehlt doch noch einer. War ich keinen zu Shepard? Der ist abgetaucht. Wir finden ihn. Es gibt Wichtigeres. Ich hab mir die Russen näher angeschaut. Ist ne schmutzige Arbeit. Ultranationalisten haben den Konvoi überfallen, John. Kate, es ist vorbei. Nein. Ist es nicht. Sie arbeiten mit jemand Neuem. Wem? Die Camber doch wetten. Wir haben keinen Namen. Der ist nicht neu. Wer ist das? Makarov. Die beste. Die beste Call of Duty Kampagne. Lege ich mich echt fest. Also Modern Warfare 1. Das alte war sehr geil. War bis jetzt für mich auf Platz 1. Aber die hier ist wirklich, wirklich geil. Die beste Mission ist immer noch im Modern Warfare 1 im alten mit dabei. Die Sniper Mission bei Tschernobyl. Das ist einfach, also Pripyat, das ist schon, das ist immer noch die geilste. Aber ansonsten ist das hier wirklich geil. Das war wirklich, wirklich gut. Ein, zwei Sachen haben sich ein bisschen eklig gesteuert. Das war ein bisschen frustrierend. Aber auch nicht extrem schlimm. Und alles in allem kann ich einfach nur sagen, richtig, richtig geil. Ja, Panzer fehlend vielleicht auch noch. Aber das hier ist wirklich mit Abstand die beste, die beste Call of Duty Kampagne, die ich jemals gespielt habe. Von den Neueren. Call of Duty 1 ist halt schon ewig alt. Kann man nicht mehr vergleichen. Aber da, wie gesagt, über die Volga mit den Stukas und so. Das war auch ultra krass. Ja. Deswegen. Aber das kannst du halt auch mit dem jetzt auch mittlerweile einfach nicht mehr vergleichen nach all den Jahren. Das hier ist wirklich die beste. So, ich werde schlafen gehen. Vielen, vielen Dank. Danke nochmal für die Spende übrigens auch mal so ganz nebenbei nochmal von Eckberg. Ich habe durchgehauen. It is passiert. Wir haben es durchgezogen. Es ist halb drei. Rechnen mal damit, dass ich wahrscheinlich morgen beim Twitch-Stream ein bisschen später anfange. Vielleicht 13 Uhr. Ich werde auf jeden Fall morgen Mittagsschlaf machen müssen. Um irgendwie ein bisschen klar zu kommen auf irgendwie what. Aber ja, it is what it is. Danke sehr fürs Zuschauen. Und danke auch, dass ihr auch so fleißig noch durchgehalten habt ihr mit am Ende. Oh, da passiert los. Oh, da ist es weg. Ich werde mir das gefahren. Oh, da ist es weg. Cool gemacht. Ja, ist durch. Das ist nur so der Teaser für den nächsten Teil. Von der besagten Mission am Flugplatz. Also, ich gehe schlafen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an alle, die auch so lange noch durchgehalten haben. Ja, ich weiß tatsächlich, wie lange man braucht, um die Kampagne zu spielen. Da bist du ja genau an der richtigen Stelle, Skycaller. Nämlich 6 Stunden und 15 Minuten exakt dieser Stream lang. Und ich habe sie gerade komplett durchgespielt. Mega geil, mega geil. Wirklich. Ist die beste Kampagne. Mit absoluter Sicherheit. So, ich sage gute Nacht. Und nochmal danke fürs Zuschauen. Danke für all die Likes. Danke für all die Abonnements. Danke natürlich auch für all die ganzen Spenden. Und gute Nacht. Bis morgen zu... Batman Arkham Nights. Da geht es ja schon wieder mit dem neuen großen Spiel los. Bedeh. Diese Woche hat es so brutalst in sich. Ich freue mich. Schlaf gut. Bis morgen.